Teil 1 von von Teufeln, Geistern und Dämonen von Gustavo Adolfo Becker Übersetzt von Hans Krüger-Welf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Des Dichters Vorwort In den dunklen Winkeln meines Hirns schlummern, nackt und eng beieinander, die absonderlichen Kinder meiner Fantasie und harren still der Stunde, wo die Kunst sie in Worte kleidet, auf das sie sich mit Anstand auf der Bühne der Welt zeigen können. In dem geheimnisvollen Heiligtum meines Kopfes empfängt und gebiert meine Muse, fruchtbar wie das Liebeslager der Armen, wie Eltern, die mehr Kinder erzeugen, als sie zu ernähren. Sie bevölkern ihn mit so zahlreichen Geschöpfen, dass weder mein Fleiß noch all die Jahre, die mir zu leben übrig sind, ausreichen würden, ihnen Gestalt zu verleihen. Bisweilen fühle ich, wie sie sich in mir bewegen, nackt und noch nicht gestaltet, wirre durcheinander in unbeschreiblichem Knäuel. Fühle, wie sie leben, ein dunkles, seltsames Leben, wie es im Innern der Erde Myriaden von Keimen führen, die, in ständigem Werden begriffen, sich regen und dehnen und doch nicht die nötigen Kräfte finden, um an die Oberfläche zu gelangen und sich, von der Sonne geküsst, in Blüte und Frucht zu verwandeln. Mit mir gehen sie davon, dazu verurteilt, mir ins Grab zu folgen. Was sie an Spuren hinterlassen, ist nicht mehr, als was ein mitternächtlicher Traum zurücklässt, von dem man schon am nächsten Morgen nichts mehr weiß. Manchmal empört sich bei diesem schrecklichen Gedanken der Lebenstrieb in ihnen. In stillem zwar, doch furchtbarem Drängen suchen sie hastig nach einem Weg, der aus der Finsternis, in der sie leben, ans Licht emporführt. Doch ach, zwischen der Welt des Denkens und der des Gestaltens klafft tief ein Abgrund, den nur das Wort zu überbrücken vermag. Und das Wort, schüchtern und träge, lehnt es ab, ihnen beizustehen in ihrem Bemühen. Stumm, düster und kraftlos sinken sie dann nach nutzlosem Ringen wieder in ihre frühere Erstarrung zurück. So fallen auch in die Furchen der Wege, wenn der Wind erlahmt, die welken, aufgewirbelten Blätter. Die Empörungen der aufständischen Kinder meines Geistes erklären manchen meiner Fieberanfälle. Sie sind die von der Wissenschaft nicht erkannte Ursache meiner Erregungen und Erschlaffungen. Unter derartigen Bedingungen habe ich bisher, wenn auch unter vielen Qualen, dahin gelebt, inmitten einer gleichgültigen Menge, diesen verschwiegenen Sturm in meinem Kopf herumhertragend. Und so lebe ich auch jetzt noch dahin. Aber da allen Dingen ein Ziel gesetzt ist, so muss auch dies einmal ein Ende nehmen. Schlaflosigkeit und Einbildungskraft schaffen unermüdlich weiter in ungeheuerlicher Ehe. Ihre Geschöpfe, aneinandergepresst wie verkümmerte Blumentopfpflanzen, streben danach, ihr fantastisches Dasein auszudehnen und machen sich jedes Atom des Gedächtnisses streitig, als wäre es spärlicher Saft eines dürren Erdreiches. Man muss den tiefen Wassern einen Abfluss öffnen, sonst werden sie schließlich tagtäglich vermehrt von lebendigen Quellen den Deich durchbrechen. Und deshalb geht hin, geht hin und lebt das einzige Leben, das ich euch zu verleihen fähig bin. Mein Geist wird euch so weit nähren, dass ihr greifbar sein werdet. Er wird euch, wenn auch nur mit Lumpen, so doch zur Genüge bekleiden, damit ihr euch nicht eurer Nacktheit zu schämen braucht. Gern möchte ich für ein jedes von euch ein wunderbares Gewand mit herrlichen Worten weben, in das ihr euch stolz wie in einen Purpurmantel einhüllen könntet. Gern möchte ich die Form, die euch umfassen soll, aufs Feinste ausarbeiten, wie man ein goldenes Gefäß ziseliert, das dazu bestimmt ist, kostbare Essenzen aufzunehmen. Aber es ist mir leider nicht möglich. Ich darf mich nicht dabei aufhalten, denn ich muss endlich Ruhe haben, wie man den Körper zur Ader lässt, wenn das Blut in Überfülle durch die geschwollenen Venen rast. So muss ich auch meinem Gehirn Erleichterung verschaffen. Es vermag all das Seltsame nicht länger zu fassen. Bleibt also hier zurück, wie der Lichtschweif, der die Bahn eines unbekannten Kometen bezeichnet, wie zerstörte Atome eines Weltkörpers im Entstehen, den der Tod im All schon zerschmettert hat, noch bevor sein Schöpfer, das Licht von der Finsternis scheidend, das Wort aussprechen konnte, es werde Licht. Ich will nicht, dass ihr des Nachts, wenn ich schlaflos liege, in nervischem Reigen an meinen Augen vorübertanzt, mich mit Gebärden und Verrenkungen anfleht, ich möge euch aus der Vorhölle, in der ihr, gleich Schatten der Unterwelt schmachtet, befreien und dem Leben der Wirklichkeit zuführen. Ich will nicht, dass zugleich mit dieser alten, schon gesprungenen Harfe, wenn sie einmal zusammenbricht, auch alle die Klänge verloren gehen, die noch ungekannt in ihr schlummern. Ich möchte mich ein wenig mit der Welt befassen, die mich umgibt. Bin ich eurer erst ledig, kann ich die Augen von jener anderen Welt abwenden, die ich in meinem Kopf vertrage. Der gesunde Menschenverstand, der die Schranken der Träume bildet, wird allmählich morsch, und das Volk der verschiedenen Reiche vermischt sich schon und gerät durcheinander. Es kostet mich oft Mühe, zu unterscheiden, was ich geträumt und was ich wirklich erlebt habe. Meine Zuneigung teilt sich zwischen erträumten Gestalten und lebenden Menschen. Mein Gedächtnis reiht Namen von Frauen, die gestorben sind, und Tage, an denen sich irgendetwas ereignet hat, bunt durcheinander mit Frauen und Tagen, die nie waren, außer in meiner Einbildung. Das muss endlich aufhören, und deshalb vertreibe ich euch aus meinem Kopf für jetzt und alle Zeiten. Wenn Sterben schlafen ist, so will ich in der Nacht des Todes friedlich schlafen. Ich will nicht, dass ihr euch wie ein böser Alb auf meine Brust lagert, mir fluchend, ich hätte euch in das Nichts verbannt, bevor ihr noch geboren wurdet. Geht denn hinaus in die Welt, in deren Umarmung ihr gezeugt worden seid, und bleibt in ihr als der Widerhall, den ihre Freuden und Leiden, ihre Hoffnungen und Kämpfe in einer Seele fanden, als diese über die Erde schritt. Vielleicht werde ich schon bald mein Bündel für die große Reise schnüren müssen. Von einer Stunde zur anderen kann sich der Geist von der Materie lösen, um sich in reinere Gefilde emporzuschwingen. Und wenn dies eintritt, will ich nicht den ganzen Schatz an Flitterstaat und Lumpen, wie ein Marktschreier seine bunt gesprenkelte Habe bei mir haben. Nicht mehr all das mit mir herumtragen, was die Fantasie in den Dachkammern meines Gehirns mit der Zeit aufgespeichert hat. Madrid im Juni 1868 Gustavo Alfonso Becker Ende von Teil 1 Gelesen von Hokus Pokus Teil 2 von von Teufeln, Geistern und Dämonen von Gustavo Adolfo Becker Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Meister Perez, der Organist Abschnitt 1 Diese Geschichte hörte ich von der Pförtnerin des Klosters der Heiligen Agnes in Sevilla, als ich im Vorhof auf den Anfang der Hahnenschrei-Mette wartete. Es ist begreiflich, dass ich danach kaum den Beginn des Amtes abwarten konnte, begierig darauf, ein wirkliches Wunder zu erleben. Indessen war nichts weniger wunderbar als die Orgel der Heiligen Agnes, nichts alltäglicher als die geschmacklosen Motetten, die uns der Organist an jenem Abend bescherte. Nach Schluss der Mette konnte ich nicht umhin, die Pförtnerin etwas spöttisch zu fragen, woher kommt es denn, dass die Orgel des Meister Perez jetzt auf einmal so schlecht klingt? Woher? versetzte die Alte. Ei, weil es doch gar nicht mehr seine Orgel ist. Nicht mehr seine? Was ist denn aus ihr geworden? Die war so alt und gebrechlich, dass sie schließlich zusammenkrachte, schon vor einer guten Reihe von Jahren. Und die Seele des Organisten? Ist nicht wieder erschienen, seit wir die neue Orgel haben. Damit es keinem meiner Leser am Ende dieser Geschichte in den Sinn kommen möge, an mich dieselbe Frage zu richten, erzähle ich schon im Voraus, weshalb sich das mächtige Wunder nicht bis auf unsere Tage vererbt hat. Kapitel 1 Seht ihr den mit dem roten Mantel und der weißen Feder auf dem Hut, der so ausschaut, als trügt er das ganze Gold der indischen Galeonen auf seinem Wams? Ja, den, der gerade aus der Sänfte steigt. Er will der Dame da, die eben ihre verlassen hat, die Hand reichen. Nun kommt er auf uns zu. Vier Fackelträger hinter ihm her. Das ist der Marquess von Moscoso, Liebhaber der verwitweten Gräfin von Via Pineda. Bevor er ein Auge auf diese Dame warf, sagt man, habe er um eines sehr reichen Herrn Tochter angehalten. Der Vater des Vorleins aber, von dem man erzählt, er sei ein bisschen geizig. Aber halt, da sucht man's Pferd und sitzt darauf. Seht ihr den da, der unter dem St. Philippsbogen durchkommt? Zu Fuß, das Gesicht im dunklen Mantel versteckt. Nur mit einem einzigen Diener, der eine Laterne trägt. Jetzt ist er gerade vorm Altarblatt. Habt ihr das leuchtende Ordenskreuz auf seiner Brust bemerkt, als er zum Gruß der Jungfrau sich enthüllte? Wenn er dies vornehme Abzeichen nicht trüge, könnte man ihn für einen Krämer aus der Schlangenstraße halten. Das ist also der Vater, von dem ich soeben sprach. Seht, wie das Volk ihm Platz macht und ihn grüßt. Ganz Sevilla kennt ihn wegen seines ungeheuren Vermögens. Er allein hat mehr Golddukaten in seinem Kasten, als unser hoher Herr und König Philipps Soldaten unterhält. Und aus seinen Galleonen ließ sich ein Geschwader zusammensetzen, groß genug, um der Flotte des großen Türken zu widerstehen. Da, schaut mal die Gruppe der würdigen Herren da. Das sind die Ritter der Vierundzwanzig. Alle Achtung! Da ist ja auch der Flämsche, dem die Herren vom Grünen Kreuz wohl jetzt nicht mehr den Handschuh zuwerfen werden, dank dem Einfluß, den er beim Adel in Madrid hat. Der kommt doch nur in die Kirche, um Musik zu hören. Na, wenn dem Meister Perez mit seiner Orgel nicht faustdicke Tränen entlockt, dann kann man wohl mit Sicherheit sagen, dass er seine Seele nicht in seinem Wams hat, sondern im Siedekessel bei Bilzebub. Ach, Nachbarin, oje, da sieht's böse aus. Ich hab so eine Ahnung, als ob es noch was setzen wird. Ich vergrieche mich in die Kirche. Denn, soviel ich sehe, wird's hier noch mehr Hiebe geben als Vaterunser. Guck doch nur, da um die Ecke des St. Petri-Platzes biegen die Leute des Herzogs von Al-Kala. Und hinten am Ende der Zuffengasse scheint mir, hab ich die des Herzogs von Medina Sidonia gesehen. Hab ich's euch nicht gesagt, schon haben sie sich erblickt und versperren einander den Weg. Keiner will weichen. Und das Volk macht sich dünn. Freilich, die Ministranten, die bei solchen Gelegenheiten von Freund und Feind keile kriegen, ziehen sich zurück. Selbst der Herr Stadtrichter mit Stock und allem, was er hat, flieht in die Vorhalle. Und nachher sagen sie, es gibt Gerechtigkeit. Für die Armen, ja. Ach, du meine Güte, schon blitzen die Schilde in der Dunkelheit. Der Allmächtige steh uns bei. Da haben sie sich schon in den Haaren. Nachbarin, schnell, hierher, bevor sie die Türen schließen. Aber halt, was ist denn das? Sie haben noch gar nicht angefangen und hören schon auf. Was ist denn das für ein Glanz? Brennende Fackeln, Sänften. Ei, der Herr Erzbischof. Kaum habe ich im Stillen die heiligste Jungfrau um Schutz angefleht, und schon bringt sie mir Hilfe. Ach, es ahnt ja niemand, was ich dieser hohen Frau schuldig bin. Mit Wucherzinsen zahlt sie mir die Kerzen zurück, die ich ihr alle Samstage anzünde. Schaut doch nur, wie prächtig er aussieht in seiner Kamesinfarbenen Soutane und mit dem roten Käppchen auf dem Kopf. Gott erhalte ihn ebenso viele Jahrzehnte auf seinem Stuhl wie mich Jahre am Leben. Wenn er nicht wäre, würde Sevilla längst in Schutt und Asche liegen, bei den ewigen Händeln der Herzöge untereinander. Schaut doch, schaut sie doch mal an, diese frechen Heuchler, wie sie sich beide an die Sänften des Prelaten heranmachen, den Ring küssen, wie sie ihm nachlaufen und ihm das Geleit geben, gerade so, als gehörten sie zu seinem Gefolge. Ist es zu glauben, dass die beiden da, die tun, als wären sie dicke Freunde, wenn sie sich binnen einer halben Stunde in einer dunklen Gasse träfen? Das heißt, sie, ja, sie, Gott bewahre mich, sie für feige zu halten. Recht brav haben sie sich schon dann und wann gezeigt, wenn sie sich mit den Feinden unseres Heilands herumschlugen. Aber es ist wahr, wenn sie sich suchten, und wenn sie nur Lust hätten, sich zu finden, so fänden sie sich auch, sie könnten mit einem Schlag diesen ewigen Reibereien ein Ende machen. Und übrigens, wer bei diesen Fäden die Hauptarbeit leistet, das sind ihre Freunde und Genossen. Aber los, Frau Nachbarin, schleunigst in die Kirche, sonst werden wir noch kaputt gedrückt. An solchen Abenden wie heute wird es so voll, dass kein Apfel mehr zur Erde kann. Was für ein Glück doch die Nonnen mit ihrem Organisten haben. Wann hat das Kloster wohl je so viel Zulauf gehabt? Ich kann euch sagen, in anderen Sprengeln hat man Meister Perez schon die glänzendsten Angebote gemacht. Und das ist auch wirklich gar nicht verwunderlich, denn selbst der Herr Erzbischof hat ihm goldene Berge versprochen, um ihn in den Dom zu locken. Aber er? Nichts zu machen. Nicht um sein Leben möchte er seine Lieblingsorgel im Stiche lassen. Ach, ihr kennt Meister Perez noch gar nicht? Es ist ja wahr, ihr seid ja noch neu in diesem Stadtviertel. Ach, das ist ein frommer Mann. So arme auch ist, er gibt Almosen mehr als jeder andere. Er hat auf der Welt keinen Menschen weiter als seine Tochter und als einzigen Freund seine Orgel. Über ihre Unschuld zu wachen und die Register zu ziehen, das ist sein ganzes Leben. Und wie alt die Orgel schon ist. Aber trotzdem, er ist ja so geschickt. Er hält sie so gut in Ordnung, dass sie wie das reine Wunder klingt. Na, er kennt sie ja auch so, dass er nur hinzugreifen braucht. Ich weiß nicht, ob ich's euch schon gesagt habe. Aber der arme Mann ist blind, schon von Geburt an. Und mit welcher Geduld er sein Kreuz trägt. Wenn man ihn fragt, was er darum gebe, um sehen zu können, antwortet er, viel, aber nicht so viel, als ihr glaubt, denn ich habe große Hoffnung, Hoffnung, wieder sehend zu werden. Ja, und sogar sehr bald, sagt er mit Engelslächeln. Ich bin schon 76 Jahre alt, und solange mein Leben auch währen möge, bald werde ich den lieben Gott sehen. Der Ärmste. Und ob er ihn sehen wird. Er ist ja demütig wie die Steine auf der Straße, die sich auch von jedermann treten lassen. Immer, sagt er, er sei nur ein armer Klosterorganist. Und doch könnte er selbst dem Kapellmeister der Primatskirche noch etwas beibringen. Er ist ja auch schon von klein auf dabei. Sein Vater hatte denselben Beruf. Ich habe ihn nicht mehr gekannt. Aber meine Frau Mutter, Gott hab sie selig, sagt, er hätte ihn immer mitgenommen zum Balgentreten. Später zeigte der Junge so viel Talent, dass er natürlich nach dem Tode seines Vaters dessen Amt übernahm. Und was für gottgesegnete Hände er hat. Sie sind es wert, dass man sie zum Goldschmied bringt und sie in Gold fassen lässt. Gut, spielt er immer. Aber in einer solchen Nacht wie heute, wie ein wahres Wunder. Er ist dieser heiligen Hahnenschreimette ganz besonders ergeben. Und wenn Punkt 12, die Monstranz gezeigt wird, also zur selben Stunde, als unser Herr Jesus Christus zur Welt kam, dann klingt die Orgel wie Engelschöre. Kurz und gut, wozu soll ich euch das alles ausmalen? Ihr werdet es ja heute Abend noch hören. Ihr seht ja auch schon, dass die allerfeinste Gesellschaft von Sevilla, sogar der Herr Erzbischof, in dies bescheidene Kloster kommt, um ihn zu hören. Und man soll gar nicht glauben, dass nur die gebildeten Leute und die, die was von Musik verstehen, ihn zu schätzen wissen. Auch das Volk schwärmt für ihn. Klingt vernimmt man einen einzigen, gewaltigen Seufzer. Das ist nichts anderes als das Atemholen der Zuhörer, die während des Spiels die Luft angehalten haben. Aber los, los, schon haben die Glocken aufgehört zu läuten. Die Mette fängt an. Los hinein. Mit diesen Worten lief die gute Frau, die ihrer Nachbarin als Führerin gedient hatte, quer über den Klosterhof. Unter Ellenbogenstößen nach rechts und nach links verlor sie sich unter der Menge, die sich vor der Türe drängte, und kam glücklich noch in die Kirche hinein. Kapitel 2 Die Kirche war mit einer verschwenderischen Fülle von Kerzen erhellt. Eine Flut von Licht ergoss sich von dem Altar, erfüllte die ganze Umgebung und sprühte im reichen Geschmeide der Damen auf, die einen glänzenden Kreis vor dem Gitter des Hauptaltars bildeten. Sie knieten auf samtenen Kissen, von Pagen bedient, und empfingen aus den Händen der Zofen das Gebetbuch. Unweit des Gitters standen, mit einem großen Teil der vornehmsten Sevillaner Gesellschaft, die Ritter der Vierundzwanzig. In ihre farbigen Mäntel, mit den goldenen Tressen gehüllt, ließen sie mit eingeübter Nachlässigkeit die roten und grünen Innenaufschläge hervorsehen. Die eine Hand hielt den breiten Filzhut, dessen Feder den Teppich berührte, und die andere lag auf dem glatten Knauf ihres Degens, oder liebkoste den Griff ziselierter Dolche. Sie bildeten gleichsam eine Mauer, ihre Frauen und Töchter vor der Berührung mit den Volksmassen zu schützen. Diese wogte im Hintergrund der Mittel- und Seitenschiffe hin und her, mit einem Getöse, das wie Sturmesbrausen des Meeres klang. Plötzlich brach sie in Jubelgeschrei aus, und das Lärmen der Schellentrommeln und Tambourine fiel missklingend ein. Der Erzbischof war erschienen. Er hatte sich neben dem Hochaltar auf einen scharlachfarbenen Thronsessel gesetzt, und, umgeben von seinem Gefolge, sprach er dreimal den Segen über das Volk. Das war die Stunde, wo die Mette zu beginnen hatte. Trotzdem verflossen einige Minuten, ohne dass der Zelebrant erschien. Schon fing das Volk an, unruhig zu werden und seiner Ungeduld Ausdruck zu geben. Die Edelleute raunten sich einige Worte zu, und der Erzbischof sandte einen seiner Bedienten, der sich erkundigen sollte, weshalb die heilige Handlung noch nicht begönne, in dieser Christei. »Meister Perez ist krank geworden, ernstlich krank, und er wird wohl nicht imstande sein, heute der Mitternachtsmette beizuwohnen,« lautete der Bescheid, den der Diener brachte. Die Kunde verbreitete sich augenblicklich unter der Menge, unmöglich die niederdrückende Wirkung zu schildern, die sie bei jedermann hervorrief. Nur so viel soll gesagt werden. In der Kirche brach ein solches Toben aus, dass der Stadtrichter warnend aufstand, ja, dass sogar die Gerichtsdiener einschreiten und sich zwischen die dicht gedrängte Menschenmenge werfen mussten, um Ruhe zu schaffen. In diesem Augenblick drängte sich ein Mann an den Sessel des Prelaten. Er war mager, grobknochig und missgestaltet, und überdies schielte er noch. »Meister Perez ist krank,« sagte er, »die Zeremonie kann nicht anfangen. Wenn ihr wollt, so spiele ich an seiner Stelle die Orgel. Meister Perez ist ja nicht der einzige Organist auf der Welt, und wenn er sterben sollte, so braucht dies Instrument ja nicht unbenutzt zu stehen, etwa, weil niemand da sei, der es zu spielen verstände.« Der Erzbischof nickte mit dem Kopf zum Zeichen, dass er einverstanden sei. Einige der Gläubigen, die von jenem Manne wußten, dass er ein neidischer Organist sei und dem von St. Agnes feindlich gesonnen, fingen schon an, ihr Missfallen kundzugeben. Da vernahm man plötzlich auf dem Vorhof ein gewaltiges Geschrei. »Meister Perez ist hier! Meister Perez ist hier!« schrien die, welche sich im Portal drängten, und alle wandten den Kopf. Wirklich erschien Meister Perez in der Kirche, aber bleich und entstellt und in einen Armsessel gebettet. Ein jeder stritt sich um die Ehre, diesen auf der Schulter zu tragen. Weder die Ermahnungen der Ärzte noch die Tränen seiner Tochter hatten es vermocht, ihn im Bett zu halten. »Nein!« hatte er gesagt. »Dies ist mein letzter Tag. Ich fühle es, und ich will nicht sterben, ohne noch einmal meine Orgel gesehen zu haben. Heute vor allem, am Heiligen Abend. Los! Ich will es! Ich befehle es! Bringt mich in die Kirche!« Seinem Wunsch war Willfahrt worden. Auf den Armen trug man ihn auf die Empore. Die Mette nahm ihren Anfang. In demselben Augenblick schlug die Uhr der Kathedrale zwölf. Indroitus, Evangelium und Offertorium waren schon vorüber, und es kam der feierliche Augenblick, wo der Priester die Monstranz mit der geweihten Hostie zwischen die Fingerspitzen nimmt und sie langsam emporhebt. Ein Qualm von Weihrauch stieg auf in bläulichen Wolken, die Kirche in weitem Umkreis erfüllend. Die Glocken setzten ein mit schwingenden Klängen, und Meister Perez legte seine gekrümmten Finger auf die Tasten der Orgel. Die hundert Stimmen ihrer metallenen Pfeifen ertönten in erhabenen Harmonien und nach und nach sich verlierend, wie wenn ein Windstoß ihren letzten Widerhall davontrüge. Dieser erste Akkord glich einer Stimme, die von der Erde aufstieg zum Himmel. Leise, wie in weiter Ferne antwortete ein anderer, der, stärker und stärker werdend, schließlich anschwoll zu einer Flut betäubenden Wohlklangs. Das waren die Engelschöre, die den weiten Weltenraum durchhalten, bis sie die Erde erreichten. Darauf vernahm man einen mehrstimmigen Gesang, den die Hierarchien der Seraphim anstimmten, Tausend Gesänge zur gleichen Zeit, harmonisch zusammenklingend, und doch nichts anderes als die Begleitung einer seltsamen Melodie, die über jenem geheimnisvollen Meer von Stimmen zu schweben schien, wie ein Nebelschwaden über den Wellen. Und neue Gesänge erklangen und verhalten, einer nach dem anderen. Immer schlichter wurde die Zusammenstellung. Schon waren es nur noch zwei Stimmen, deren Widerhall sich verbannt. Und schließlich blieb nur noch eine einzige übrig, die einen hell klingenden Ton aushielt, einem Lichtstrahl gleich. Der Priester senkte die Stirn, und über seinem ergrauten Haupte das Weihrauchquall mit bläulichen Schleiern umgab, zeigte sich die Hostie den Augen der gläubigen Gemeinde. In diesem Augenblick tat sich der Ton, den Meister Perez trillernd angehalten hatte, weit, weit auf, und ein gewaltiger Ausbruch von Harmonien erschütterte die Kirche. In allen Winkeln summten die Wellen der Luft, und in den schmalen Achimesfenstern klirrten die bunten Scheiben. Aus jedem der Töne dieses prachtvollen Akkordes entrollte sich ein Motiv. Die einen nahe, die anderen fern, diese hell, jene gedämpft. Es war, als ob Wasser und Vögel, Winde und Blätter, Menschen und Engel, Erde und Himmel, als ob jedes in seiner Sprache eine Hymne sang auf des Heilands Geburt. Die Menge lauschte in atemloser Bewunderung. In jedem Auge perlte eine Träne, und tiefe Andacht hielt alle Herzen gefangen. Der fungierende Priester fühlte, wie seine Hände bebten, denn der Herr war es, den sie hielten, der Herr, den Menschen und Erzengel huldigten, sein Gott war es, und er glaubte, den Himmel offen zu sehen und die Hostie sich verwandeln. Die Orgel fuhr fort zu spielen, doch ihre Stimmen erloschen allmählich, so wie eine Stimme langsam verhallt und immer schwächer wird in weiter Ferne. Plötzlich erklang auf der Empore ein Schrei, ein herzzerreißender, schriller Schrei, der Schrei einer Frau. Die Orgel hauchte einen seltsamen, verstimmten Ton aus, der wie Schluchzen klang. Dann blieb sie stumm. An der Treppe, die hinaufführte, staute sich die Menge, und alle Gläubigen, ihrer frommen Andacht entrissen, sahen Vollspannung nach oben. »Was ist geschehen? Was ist los?«, fragte man. Niemand wußte eine Antwort. Man riet hin und her. Die Verwirrung wuchs, und der Tumult wurde allmählich derart, daß die weihevolle Ordnung der Kirche gestört zu werden drohte. »Was war denn das?«, fragten die Damen den Stadtrichter, der, von dem Ministranten gefolgt, als einer der Ersten auf die Empore gestiegen war. Bleich und mit Anzeichen tiefer Betrübnis richtete er sich nun nach dem Sessel des Erzbischofes, der, ungeduldig wie alle, ihn zurückerwartete, um den Grund jener Störung zu erfahren. »Was ist vorgefallen?« »Meister Perez ist soeben gestorben.« Und wirklich, als die ersten Gläubigen nach vielem Gestoß und Gedränge auf der Treppe auf die Empore gekommen waren, sahen sie den armen Organisten mit dem Gesicht auf den Tasten seines alten Instrumentes liegen, das noch leise vibrierte. Seine Tochter kniete ihm zu Füßen, unter Seufzen und Schluchzen ihn vergeblich bei Namen rufend. Ende von Abschnitt 1 Gelesen von Hokus Pokus Teil 3 von Teufeln, Geistern und Dämonen von Gustavo Adolfo Pecquer Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Meister Perez, der Organist, Abschnitt 2 Kapitel 3 Guten Abend, meine liebe Frau Balthasar. Ach, ihr kommt heute Abend auch zur Harnenschreimette. Ich meinerseits hatte die feste Absicht, zur Pfarrkirche zu gehen. Aber so geht's ja immer. Man geht dahin, wo etwas los ist. Und wenn ich die Wahrheit sagen soll, seit Meister Perez nicht mehr lebt, ist mir jedes Mal, wenn ich in St. Agnes eintrete, so, als wenn man mir einen Stein aufs Herz legt. Ach, der Ärmste! Er war der reine Heilige. Von mir kann ich wohl sagen, dass ich ein Stück seines Rocks als Reliquie aufbewahre. Und das verdient er auch. Denn, bei meiner Seele, wenn sich der Herr Erzbischof nur ein bisschen dafür verwenden wollte, dann würden unsere Enkel ihn sicher noch auf dem Altar sehen. Aber wie soll das wohl geschehen? Ist man erst tot, so hat's mit Freunden seine Not. Wonach man jetzt läuft, ist nur das Neue. Ihr versteht mich doch. Was? Ihr wisst noch gar nicht, was los ist? Ja, darin sehen wir uns doch ähnlich, nicht wahr? Von Hause zur Kirche und von der Kirche nach Hause. Und um das, was die Leute reden oder nicht reden, darum kümmern wir uns nicht. Nur, was ich so im Vorbeigehen hier ein Wort auffange und da ein Wort. Und dabei habe ich gar nicht mal Lust, alles das zu erfahren. Nur so, um auf dem Laufenden zu sein. Von dem, was vorgeht. Also, es ist wirklich wahr. Man soll's nicht für möglich halten. Aber der Organist von St. Romani, dieses Schielewippchen, das nichts weiter kann, als auf die anderen Organisten schimpfen, dieser verlotterte Kerl, der eher aussieht wie ein Schlachtergeselle aus der Knochenhauer Gasse als ein Musiklehrer. Der wird heute am Heiligen Abend an Meister-Perez-Stelle spielen. Aber, das wisst Ihr wohl, dass sich niemand anderes darauf einlassen wollte. Na, das ist ja stattbekannt in Sevilla, und die ganze Welt weiß davon. Nicht mal seine Tochter, die doch selbst Musiklehrerin ist und nach dem Tode ihres Vaters in das Kloster als Novize trat. Es ist ja auch ganz natürlich, wenn man etwas so Herrliches zu hören gewohnt ist, dann muss einem alles andere schlecht vorkommen, und man geht vergleichen am besten ganz aus dem Wege. Die Gemeinde hat nämlich schon beschlossen, dass, zu Ehren des Verstorbenen und als Beweis dafür, in welcher Achtung man seiner gedenkt, die Orgel heute Abend stumm bleiben sollte. Aber da kommt dieser Kerl und sagt, er wage es, sie zu spielen. Ach, die Dummheit ist doch immer am dreistesten. Allerdings hat er nicht die meiste Schuld, vielmehr die, welche ihm eine solche Entweihung gestatten. Aber so geht's ja zu in der Welt. Und ich muss sagen, was hier an Volk zusammenkommt, ist keine Kleinigkeit. Man könnte meinen, seit einem Jahr habe sich nichts geändert. Dieselben Persönlichkeiten, der gleiche Aufwand, dasselbe Gedränge am Portal, dieselbe Begeisterung im Vorhof, genauso viel Volk in der Kirche. Ach, wenn der Tote wieder erwachte und das sähe, er würde gleich wieder sterben, um nicht zu erleben, dass seine Orgel von solchen Händen gespielt wird. Wenn es wahr ist, was mir die Leute in meiner Nachbarschaft erzählt haben, so bereiten sie dem Eindringling einen schönen Empfang. In dem Augenblick, wo er seine Hand auf die Tasten legt, soll ein Durcheinander von Pauken und Schellen und Zambombas losbrechen, dass auch nichts anderes mehr zu hören sein wird. Doch still, da geht der Held des Tages ja schon in die Kirche. Yeses, was für ein buntes Wams er trägt und was für eine Halskrause und wie gewichtig er dreinschaut. Aber los, der Erzbischof ist schon lange da, gleich wird die Mette beginnen. Los, ich glaube von dem, was wir heute Abend zu erwarten haben, werden wir noch lange erzählen. Mit diesen Worten bahnte sich die gute Frau, die unseren Lesern schon durch die Ergüsse ihrer Geschwätzigkeit hinreichend bekannt ist, einen Weg durch die Menge, wobei sie ihrer Gewohnheit nach mit Knüffen und Ellenbogenpüffen nicht sparte und trat in St. Agnes ein. Die Feierlichkeit hatte schon begonnen. In der Kirche herrschte dieselbe Pracht wie im Vorjahre. Der neue Organist hatte sich zwischen den Andächtigen, die im Seitenschiff standen, um den Ring des Prelaten zu küssen, hindurchgedrängt und die Empore bestiegen. Mit einer Wichtigkeit, die ebenso gekünstelt wie lächerlich wirkte, schlug er der Reihe nach die Tasten der Orgel an, die Register prüfend. Unter den einfachen Leuten, die sich im Hintergrund der Kirche drängten, wurde dumpfes Stimmengewirr hörbar. Die sicheren Anzeichen dessen, dass der Sturm am Losbrechen war und nicht mehr lange auf sich warten lassen würde. »Er ist ein Gauner«, sagten die einen. »Er gibt sich gar keine Mühe, weil er weiß, dass er doch nichts Rechtes zustande bringt.« »Ein Dummkopf ist er«, meinten die anderen. »Die Orgel in seiner Pfarrkirche hat er so heruntergewirtschaftet, daß sie jetzt schlechter klingt als eine Nachtwächterknarre. Und nun will er Meister Peres seine auch noch verderben.« Schon schlug der eine seinen Mantel zurück, um gehörig auf seine Trommel einhauen zu können, ein anderer legte seine Schellen zurecht, und ein jeder bereitete sich darauf vor, so viel Radau als nur möglich zu machen. Nur hie und da fand sich jemand, der es schüchtern wagte, den Neuling zu verteidigen, obwohl dessen hochmütiges und gewichtiges Getue so merklich von dem bescheidenen Auftreten und der leutseligen Güte des seligen Meister Peres abstach. Endlich kam der Erwartete, kam der feierliche Augenblick, wo der Priester sich tief verneigte, leis ein paar fromme Worte sprach und die Hostie in die Hand nahm. Alsbald begannen die Glocken zu läuten, einen Regen kristallinischer Töne entsendend. Aufqualmte der Weihrauch in durchsichtigen Schwaden und dann setzte die Orgel ein. Aber in dem gleichen Augenblick erfüllte die Halle der Kirche ein ohrenbetäubender Lärm, den ersten Akkord völlig erstickend. Hirtenpfeifen und Dudelsäcke, Schellen und Tambourine, alle Lärminstrumente des Pöbels schrillten gleichzeitig auf. Doch nur einige Sekunden währte das tolle Gejohle. Sehr bald wurden alle wieder still und fast ebenso gleichzeitig, wie sie losgelegt hatten. Langgezogen, erhaben und prächtig entquoll der zweite Akkord den metallenen Pfeifen der Orgel, herabbrausend wie ein Wasserfall, unerschöpflich an Wohlklang. Das waren Gesänge von so himmlischen Klängen, wie sie nur in dem Augenblick höchster Verzückung das Ohr liebkosen. Gesänge, die nur sinnlich erfasst werden können, von den Lippen jedoch nicht wiedergegeben. Abgerissene Töne einer fernen Melodie, wie der Wind sie bisweilen herüberträgt, verliebtes Blättergesäusel der Bäume, leisrauschend wie Regen, tirillierender Lärchen, wenn sie trillernd zwischen Blumen aufflattern und wie ein Pfeil in die Wolken schießen. Laute, die nicht zu bezeichnen sind, gewaltig, ehrfurchtheischend wie des Donners rollen, Seraphim-Chöre ohne Rhythmus und ohne Kadenz, niemals vernommene Himmelsmusik, die nur Fantasie begreift, beflügelte Hymnen aufsteigend zum Throne des Herrn wie eine Säule strahlender Töne. All dies brachten die hundert Stimmen der Orgel zum Ausdruck, mit solcher Kraft, mit so geheimnisvoller Poesie und in so fantastischen Farben wie noch niemals zuvor. Als der Organist von der Empore herabkam, drängte sich alles Volk an der Treppe zu Hauf, um ihn zu sehen, um ihn zu bewundern, und die Begeisterung war so groß, dass der Stadtrichter mit Recht befürchtete, sie möchten den Musikus im Gewühl erdrücken, weshalb ein paar seiner Ministranten mit dem Stock in der Hand ihm einen Weg zum Hochaltar bahnen mussten, wo der Prilat seiner harte. »Ihr seht«, sagte dieser zu ihm, als er endlich vor ihm stand, »ich komme eigens aus meinem Palast hierher, um eurem Spiel zu lauschen. Seid ihr auch so hartnäckig wie Meister Perez, der mir niemals den weiten Weg ersparen wollte? »Werdet ihr denn auch niemals im Dom bei der Christmette spielen?« »Im kommenden Jahr«, erwiderte der Organist, »verspreche ich euch zu willfahren, denn um nichts in der Welt werde ich jemals wieder diese Orgel spielen.« »Warum denn nicht?«, forschte der Prilat. »Weil, weil sie schon alt ist und nichts mehr taugt«, versetzte der Organist, wobei er Mühe hatte, die Erregung zu meistern, die sich durch die Blässe seines Gesichts verriet. »Sie gibt nicht mehr her, was man ausdrücken möchte.« Der Erzbischof zog sich zurück, um seinen Priestern und Dienern zu folgen. In einer Sänfte nach der anderen wurden die Herren und Damen vorübergetragen, in den krummen Gassen des Viertels sich verlierend. Auch die Gruppen im Atrium lösten sich auf, und in alle Richtungen zerstreuten sich die Andächtigen. Und schon wollte die Pferdnerin die Türe der Vorhalle schließen, als sie noch zwei Frauen bemerkte, die, nachdem sie sich bekreuzigt hatten und vor dem Altarblatt unter dem St. Philippsbogen ein Gebet gesprochen, durch das Zofengässchen fortgingen. »Was ihr auch sagen mögt, meine liebe Frau Balthasar«, sprach die eine der beiden. »Ich bin nun einmal so, jeder nach seiner Fasson. Und selbst wenn die frommen Barfüßler mir einen Eid darauf geben, ich würde es doch nicht glauben. Dieser Kerl kann das nicht gespielt haben, was wir da hörten. Ich habe ihn doch schon tausendmal in St. Bartholomei spielen hören, was seine Pfarrkirche war, und der Herr Pfarrer hat ihn doch gerade deshalb fortjagen müssen, weil er so schlecht spielte, dass man sich Watte in die Ohren stopfen musste. Und dann braucht man ihn doch nur anzusehen. Heißt es nicht, das Gesicht sei ein Spiegel der Seele? Ach, so gut sehe ich es vor mir, so gut habe ich unseren lieben Meister Peres sein Gesicht noch im Gedächtnis, wie an jenem heiligen Abend, als er von der Galerie herabkam und die Zuhörer mit seiner Kunst einfach fortgerissen hatte. Was für ein liebes Lächeln er doch hatte, und wie heiß seine Backen waren vor Erregung. So alt er auch war, er sah aus wie ein Engel. Und nun nehmt dagegen den Anderen, der die Treppe herabgepoltert kam, als ob ein Hund ihn verkläffte, bleich wie der Tod und mit einem. Ach, du meine! Nein, meine beste Frau Balthazar, ihr dürft es mir schon glauben, wahr und wahrhaftig, ihr dürft es mir glauben, mir schwant, mir schwant, die Sache hat einen Haken. Bei den letzten Worten verschwanden die beiden Frauen um die Straßenecke. Es ist wohl unnötig, unseren Lesern zu sagen, wer die eine von beiden war. Kapitel 4 Ein weiteres Jahr war vergangen. Halb verborgen im dunklen Kirchenchor sprach die Äbtissin des Klosters zu St. Agnes leise mit Meister Peres' Tochter. Die Turmglocke mahnte mit trauriger Stimme die Andächtigen, und hin und wieder durchschritt jemand das stille, verlassene Atrium, nahm Weihwasser am Portal und wählte einen abgelegenen Platz im Seitenschiff, wo schon ein paar Leute aus der Nachbarschaft geduldig auf den Beginn der Hahnenschreimette warteten. Seht ihr nun, sagte die Oberin, wie überaus kindisch eure Furcht ist? Kein Mensch ist in der Kirche. Heute Abend strömt ganz Sevilla in den Dom. Spielt ihr nur getrost die Orgel und sorgt euch um nichts. Wir sind so gut wie unter uns. Aber ihr schweigt ja noch immer und hört nicht auf zu seufzen. Was fehlt euch denn? Was habt ihr? Ich, ich habe Furcht, brachte das junge Mädchen in höchster Erregung hervor. Furcht? Wovor? Ich weiß nicht, vor etwas Übernatürlichem. Denkt euch, gestern Abend. Ich habe euch sagen hören, ihr wünschtet so sehr, dass ich bei der Mette die Orgel spielte. So stolz war ich auf diese Auszeichnung und wollte nun die Register in Ordnung bringen, um euch heute eine Überraschung zu bereiten. Ich kam in den Chor, ganz allein, öffnete die Tür, die zur Empore führt. In diesem Augenblick schlug gerade die Uhr vom Dom. Ich weiß nicht, welche Stunde, aber die Glockenschläge klangen so traurig und so viele waren es. Immerfort schlug es und die ganze Zeit über blieb ich wie festgenagelt auf der Schwelle stehen. Mir war, als seien es hundert Jahre gewesen. In der Kirche war es finster und totenstill. Ganz hinten flimmerte ein trübes Licht wie ein einsamer Stern am nächtlichen Himmel, das Licht der ewigen Lampe auf dem Hochaltar. Und bei ihrem schwachen Schein, bei dem all das Schreckliche der Dunkelheit noch deutlicher hervortrat, sah ich einen Mann. Ja, heilige Mutter, ihr dürft es mir glauben, ich sah einen Mann an der Orgel sitzen. Er wandte mir den Rücken zu und ließ stillschweigend eine Hand über die Tasten gleiten, während er mit der anderen die Register zog. Und die Orgel spielte, spielte wirklich, aber es ist nicht zu beschreiben, wie sie spielte. Jeder ihrer Töne glich einem Schluchzen, das in den Metallpfeifen erstickt wird, und die gepresste Luft darinnen vibrierte und gab leise gedämpfte Töne von sich, kaum vernehmbar, aber dennoch wirkliche Töne. Die Domuhr schlug weiter, und der Mann an der Orgel ließ immer noch die Hand über die Tasten gleiten. Ich hörte sogar, wie er atmete. Vor Schrecken gerann mir das Blut in den Adern. Am ganzen Leib war ich kalt wie Eis, und meine Schläfen brannten wie Feuer. Und dann wollte ich aufschreien, aber ich konnte nicht. Der Mann hatte mir das Gesicht zugewandt und mich angesehen. Nein, das ist nicht richtig. Angesehen hat er mich nicht, er war ja blind. Es war mein Vater. Aber, Schwester, entschlagt euch doch solcher Fantasiegebilde, mit denen der alte, böse, fein, schwächliche Seelen zu verwirren sucht. Sprecht dein Paternoster und dein Ave Maria und bittet den Erzengel St. Michael, den Führer der himmlischen Heerscharen, um Beistand gegen die bösen Geister. Legt ein Skabulier um den Hals, das ihr vorher mit der Reliquie des St. Pacomius, des Helfers gegen die Versuchung, in Berührung gebracht habt. Aber nun geht, geht auf die Empore und setzt euch an die Orgel. Die Mette muss endlich anfangen. Die Andächtigen warten schon voll Ungeduld. Euer Vater ist droben im Himmel und eher als dass er euch einen Schrecken einjagt, wird er herabkommen und seine Tochter bei dieser feierlichen Handlung inspirieren, auf dass es eine besonders innige Andacht werde. Hierauf nahm die Priorin ihren Platz im Chor ein, inmitten der übrigen Schwestern. Meister Perez's Tochter öffnete mit bebenden Händen die Tür zur Empore und nahm auf der Orgelbank Platz und die Mette begann. Sie begann wirklich und verlief auch ohne irgendeinen bemerkenswerten Zwischenfall bis zur Einweihung. In diesem Augenblick jedoch ertönte gleichzeitig mit der Orgel ein Schrei aus dem Munde von Meister Perez's Tochter. Die Superiorin, die Nonnen und ein paar Andächtige stürzten hinauf. Da, seht hin, seht ihn an, rief das junge Mädchen, ihre Augen starr auf den Schemel gerichtet, von dem sie bestürzt aufgesprungen war, sich nun an das Geländer der Empore klammernd. Jeder Mann wandte den Blick auf die Orgel. Niemand war bei ihr und trotzdem spielte die Orgel allein weiter, spielte, wie nur die Erzengel es nachahmen könnten in der höchsten Freude ihrer mystischen Verzückung. Hab ich es euch nicht tausendmal versichert, meine beste Frau Balthasar, hab ich's euch nicht gesagt? Die Sarah hat einen Haken und ich will ihn euch zeigen. Was? Ihr wart gestern Abend nicht in der Hahnenschrei-Mette? Na, aber schließlich wisst ihr doch, was sich zugetragen hat. Man spricht ja in ganz Sevilla von nichts anderem. Der Herr Erzbischof ist wütend und das mit vollem Recht. Er ist wütend, weil er nicht in St. Agnes gewesen, weil er das Wunder nicht hat miterleben dürfen. Und warum nicht? Um eine Katzenmusik anzuhören. Nämlich Leute, die dort waren und es gehört haben, was der famose Organist von St. Bartholomä im Dom zustande gebracht hat, sagen, es sei wirklich nichts anderes gewesen. Na, und was sagte ich euch damals? Dass dieses Schielauge so was nicht habe spielen können. Ach, Unsinn! Die Sache hatte einen Haken und dieser Haken war nichts anderes als die Seele von Meister Peres. Ende von Teil 3 Gelesen von Hokus Pokus Teil 4 von Teufeln, Geistern und Dämonen von Gustavo Adolfo Becker Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Teufelskreuz Abschnitt 1 Ob du es glaubst oder nicht, mich kümmert es wenig. Ich weiß es von meinem Vater und der von meinem Großvater. Und ich erzähle es nun dir wieder, sei es auch nur zum Zeitvertreib. Kapitel 1 Schon fing die Dämmerung an, über dem malerischen Sekretal ihre leichten Dunstschwingen auszuspannen, als wir nach ermüdendem Tagesritt in Belver dem Ziel unserer Reise ankamen. Belver ist ein kleines Städtchen, das sich dem unteren Hang eines Berges anschmiegt. Dahinter steigen, hochragend und nebelumbraut, die Kämme der Pyrenäen auf, wie Reihen und Ränge eines gewaltigen Amphitheaters aus Granit. Auf das wellige Tuch der grünen Triften sind hier und da weiße Häusergruppen hingekleckst. Von fern gleichen sie Tauben, die ihren Flug unterbrachen, um ihren Durst an einer der Quellen zu löschen. Diese umfließen, zu einem Bach vereinig, den Fuß eines nackten Felsens, auf dessen Gipfel noch alte Mauerreste an die Grenzen erinnern, die einst die Grafschaft Urgell von ihrem bedeutendsten Lehngute trennte. Dort hinauf steigt ein vielgewundener Pfad, dem bewachsenen Ufer des Flusses und all seinen Krümmungen folgend. Rechter Hand steht ein Kreuz. Aus Eisen sind Schaft und Arme. Getragen wird es von einem runden Marmorblock und Stufen aus dunklen, schlecht verbundenen Quaderstücken führen zu ihm hinan. Der Jahre Zerstörungswerk hat das Metall mit Rost umkleidet, hat den steinernen Fuß gesprengt und ausgehöhlt. Kletterpflanzen haben sich in den Spalten angesiedelt. Sie umschlingen das Kreuz, winden an ihm sich empor und setzen ihm eine Krone auf, die weil eine alte, dicke Eiche als Thronhimmel dient. Ich war meinen Reisegefährten um einige Minuten voraus und hielt meinen mageren Klepper an. Sinnend betrachtete ich jenes schlichte Kreuz, das Abbild frommen Glaubens aus früheren Jahrhunderten. Eine Welt von Gedanken stürmte in diesem Augenblick auf mich ein. Gedanken, flüchtig, nicht fassbar und ohne bestimmte Form, wie an unsichtbarem Lichtfaden verbanden sie mit der leisen Wehmut meines Geistes die große Einsamkeit jener Gegend und die tiefe Stille der Dämmerung. Und unwillkürlich überkam mich frommes Verlangen. Mechanisch ließ ich mich aus dem Sattel gleiten, nahm den Hut ab und versuchte, mich an eines jener Gebete zu erinnern, die mich einst meine Mutter gelehrt. Wenn einem später solche Gebete unfreiwillig auf die Lippen kommen, erleichtern sie die beschwerte Brust und lindern den Schmerz. Sie gleichen darin den Tränen, in die sich der Schmerz ja auch zuweilen verwandelt, um zu vergehen. Schon hatte ich angefangen zu beten, als ich mich auf einmal heftig an der Schulter gepackt fühlte. Ich wandte den Kopf. Ein Mann stand neben mir. Es war einer unserer einheimischen Führer. Unbeschreibliches Entsetzen malte sich auf seinem Gesicht. Er versuchte, mich fortzuziehen und meinen Kopf mit dem Hut, den ich immer noch in der Hand hatte, zu bedecken. Erstaunt und zornig zugleich sah ich ihn an. In meinem Blick lag eine energische, wenn auch stumme Frage. Der Ärmste ließ nicht ab von seinem Bemühen, mich von meinem Fleck zu entfernen, doch als er antwortete, war in seiner Stimme ein so ehrlicher Klang, dass ich überrascht aufhorchte, obwohl ich damals den Sinn seiner Worte noch nicht begreifen konnte. Beim Andenken ihrer Mutter, sagte er, beim Heiligsten, was Sie auf Erden haben, gnädiger Herr, setzen Sie den Hut auf und verlassen Sie schleunigst dies Kreuz. Sie können doch nicht so verzweifelt sein, dass Ihnen Gottes Hilfe nicht mehr genügt und Sie sich an den Teufel wenden. Eine Weile sah ich ihn starr an. Offen gestanden, ich hielt ihn für verrückt. Aber er fuhr mit gleicher Heftigkeit fort. Sie wollen über die Grenze. Also gut, wenn Sie vor diesem Kreuz die Hilfe des Himmels erflehen, so werden die Spitzen der nahen Berge in einer Nacht bis an die Sterne wachsen, nur damit wir unser ganzes Leben lang den Kamm nicht erreichen. Ich konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Sie machen sich wohl im Stillen über mich lustig, glauben vielleicht, dies sei ein Kreuz, so heilig wie das vor unserer Kirche. Wer zweifelt daran? Na, da sind Sie aber schwer im Irrtum, denn bis auf das Wenige, was es von Gott hat, ist dieses Kreuz verflucht. Es ist von einem bösen Geist besessen und heißt deshalb das Teufelskreuz. Das Teufelskreuz, wiederholte ich und gab endlich seinen Bitten nach, ohne mir der unwillkürlich aufsteigenden Angst bewußt zu werden, die sich allmählich meiner Bemächtigte und mich mit geheimnisvoller Kraft von jenem Ort forttrieb. Das Teufelskreuz, nie habe ich von einer so sinnlosen Verschmelzung zweier sich gänzlich feindlicher Begriffe gehört. Ein Kreuz und des Teufels, na, weißt du, wenn wir erst im Städtchen sind, mußt du mir diesen Unsinn einmal erklären. Während dieser kurzen Unterhaltung hatten unsere Gefährten ihre Tiere angespornt und uns am Fuße des Kreuzes eingeholt. Ich setzte ihnen mit wenigen Worten auseinander, was ich soeben zugetragen hatte, und bestieg darauf wieder meinen Gaul. Die Glocken der Kirche läuteten gerade das Ave Maria, als wir im verborgensten und düstersten Gasthof Belvaers absattelten. Kapitel 2 Rote und bläuliche Flammen züngelten um den dicken Eichenkloben, der in dem großen Kamin brannte. An der verräucherten Wand zeichneten sich zitternd unsere Schattenbilder ab. Bald sanken sie in sich zusammen, bald nahmen sie Riesengestalt an, je nachdem das Feuer einen helleren oder dunkleren Schein ausstrahlte. Der hölzernen Napf leerte und füllte sich wieder und wieder, und natürlich nicht mit Wasser. Wie ein Schöpfeimer am Brunnenrand hatte er schon dreimal in dem Kreise, den wir ums Feuer bildeten, die Runde gemacht. Alle warteten ungeduldig auf die Geschichte vom Teufelskreuz, die uns unser Führer gewissermaßen als Nachtisch nach dem soeben verzehrten, recht bescheidenen Abendessen versprochen hatte. Endlich räusperte er sich zweimal, goß sich noch einen Schluck Wein in die Kehle, wischte sich mit dem Handrücken über den Mund und begann zu erzählen. Es ist schon lange, lange her, ich weiß nicht wie lange, aber die Mauern halten noch den größten Teil Spaniens in ihrem Besitz. Unsere Könige hießen noch Grafen, und die Städte und Dörfer gehörten zum Lehen gewisser Herren, die auch ihrerseits wieder Vasallen waren, abhängig von anderen, noch mächtigeren als sie. Also um diese Zeit trug sich das zu, was ich euch erzählen will. Nach dieser kurzen geschichtlichen Einleitung schwieg der Held des Tages einige Sekunden, wie um seine Gedanken zu sammeln. Dann fuhr er fort, Ja, die Sache war die, in früheren Zeiten gehörte dies Städtchen mit einigen anderen zum Erbgut eines Edelmanns, dessen Herrenburg sich viele Jahrhunderte lang auf dem Gipfel eines Felsens erhob, der vom Sekre umspült nach diesem benannt worden ist. Noch heute zeugen über die Wahrheit meiner Erzählung einige formlose Trümmer, die, mit Moos und Unkraut bedeckt, von der Landstraße auszusehen sind. Ich weiß nicht, soll ich sagen, es war ein Glück oder ein Unglück? Das Schicksal wollte es jedenfalls, dass dieser Ritter, den seine Untergebenen seiner Grausamkeit wegen verabscheuten, seine Laster halber weder der König bei Hofe noch seinen Nachbarn an ihrem Herde duldeten, es überdrüssig wurde, noch länger allein mit seiner schlechten Laune und seinen Knappen dort oben in dem Felsennest seiner Ahnen zu hausen. Tag und Nacht zerbrach er sich den Kopf auf der Suche nach irgendeiner Zerstreuung, die seinem Wesen entsprach. Leicht war es nicht, etwas für ihn Passendes zu finden, denn längst war er müde, mit seinen Nachbarn Händel anzufangen, seine Diener zu prügeln und seine Landeskinder aufknüpfen zu lassen. Und wie die Chroniken berichten, ist ihm bei solch einer Gelegenheit seltsamerweise ein recht glücklicher Gedanke gekommen. Er hatte erfahren, dass die Christen anderer machtvoller Länder eine gewaltige Flotte ausrüsten, um in dem märchenhaften Lande das Grab unseres Herrn Jesu Christi aus den Händen der Mauren zu befreien, und er beschloss, sich diesem Zuge anzuschließen. Ob er diesen Gedanken ausführte, weil er hoffte, seine zahlreichen Sünden dadurch zu büßen, dass er sein Blut für eine so gerechte Sache vergoss, oder nur, um sich in ein Land zu begeben, wo man von seinen Schandtaten nichts wusste, das weiß man nicht. Tatsache ist, dass er zur größten Zufriedenheit von Jung und Alt, von Freien und Hörigen so viel Geld wie nur möglich zusammenraffte, seine Dörfer gegen eine hohe Summe freigab, von seinem Eigentum nur den Säkrefelsen und die vier Türme der väterlichen Burg behielt und zwischen Abend und Morgen verschwand. Wie von einem Alb erlöst atmete das ganze Land auf und genoss eine Weile die Freiheit. Vorbei war die Zeit, wo in ihren Gemüsegärten an den Bäumen statt der Früchte Büschel von Menschen hingen. Wenn jetzt die Mädchen des Dorfes mit dem Krug auf dem Kopf ausgingen, um von der Quelle am Wege Wasser zu holen, brauchten sie keine Furcht mehr zu haben, und die Hirten hatten es nicht mehr nötig, ihre Herden auf unbequemen Pfaden an den Säkre zu führen, noch an jeder Wegbiegung zu zittern, aus Angst auf die Knappen ihres heißgeliebten Herrn zu stoßen. So gingen drei Jahre ins Land. Die Geschichte vom bösen Ritter, unter diesem Namen nur kannte man ihn, verfiel allmählich dem Sagenschatz der alten Weiber, und an den langen Winterabenden erzählten diese sie dann mit hoher, furchterregender Stimme den staunenden Kindern. Auch gab es Mütter, die mit den Worten »Pass auf, der Herr vom Säkre kommt«, ihre Kinder bange machten, wenn sie unartig waren oder weinten. Aber eines Tages oder eines Nachts, ob vom Himmel gefallen oder ausgespiehen aus den Schlünden der Hölle, was weiß ich, erschien der gefürchtete Ritter wirklich und, wie man zu sagen pflegt, lebendig und leibhaftig inmitten seiner alten Vasallen. Ich will euch nicht erst beschreiben, welche Wirkung diese angenehme Überraschung hatte. Das könnt ihr euch viel besser selbst ausmalen. Ihr braucht nur zu wissen, dass er seine alten verkauften Rechte wieder zurückforderte und dass, wenn er schon ein Bösewicht war, als er auszog in den Krieg und weder Hab und Gut sein Eigen nannte, er jetzt als ein noch viel größerer Bösewicht zurückkehrte und keine anderen Mittel mehr besaß, als neben seiner Gewissenlosigkeit seinen Speer und ein halbes Dutzend Abenteurer, die ebenso schlimm und verlottert waren wie ihr Anführer. Natürlich weigerten sich die Bauern, Abgaben zu entrichten, da sie sich doch um einen so hohen Preis losgekauft hatten. Aber der Ritter steckte ihre Scheunen in Brand und senkte ihre Felder und Garben. Da wandten sie sich an den König und flehten von ihm Gerechtigkeit. Der Ritter jedoch lachte über die Drohbriefe des landesherrlichen Grafen, er nagelte sie an die Pforten seiner Burg und hängte die Sendboten an einen Baum. Als die Bauern schließlich keinen anderen Ausweg mehr wussten, rotteten sie sich in ihrer Erbitterung zusammen, empfahlen sich dem Schutze Gottes und griffen zu den Waffen. Aber auch der Ritter versammelte sein Gesinde, rief den Teufel um Beistand an und bereitete Felsen zum Kampf. Furchtbar und blutig hub dieser an. Man schlug sich mit allen Waffen, überall und zu jeder Stunde, befädete sich mit Stahl und mit Feuer, in den Bergen und Tälern, tagsüber und nachts. Es war nicht mehr ein Kampf um zu leben, leben war es um zu kämpfen. Endlich siegte die gerechte Sache. Ihr werdet hören, wie dies geschah. In einer stockdunklen Nacht, als alle Geräusche schliefen und kein einziger Stern am Himmel strahlte, waren Burgherr und Knechte, noch trunken von einem geglückten Ausfall, beim Verteilen der Beute und sangen, von den Geistern des Weines Beraus berauscht, im tollen Lärm des Gelages ruchlose Lieder zum Lob ihres höllischen Schutzherren. Wie gesagt, rings um das Schloss lag tiefes Schweigen und nur der Wiederhall der Lästerlieder verzitterte im dunklen Schoß der Nacht, den Seelen der Verdammten gleich, die von den Stürmen der Hölle umschwungen, sich rastlos hin und her bewegen. Nachlässig hatten die Wachen von Zeit zu Zeit einen Blick auf das schlafende Dorf geworfen und, ohne Furcht vor einem etwaigen Überfall und auf den Dicken Schaft ihrer Sperre gestützt, waren sie allmählich eingeschlafen. Die Turmuhr schlug gerade Mitternacht, als einige todesmutige Bauern sich anschickten, unter dem Schutze der Dunkelheit den befestigten Säkre Felsen zu erklimmen. Als sie erst oben waren, war das, was es noch zu tun gab, nur das Werk eines Augenblicks. Die Wachen warf man von dem Wehrgang hinunter, vom Schlaf in den Tod nur ein Sprung. Mit Kienfackeln steckte man Zugbrücke und Fallgatter in Brand und mit Windeseile lief das Feuer an den Mauern entlang. Die allgemeine Verwirrung war den Eindringenden günstig. Sie bahnten sich einen Weg durch die Flammen und machten im Handumdrehen den Bewohnern jener Räuberhöhle den Gar aus. Alle kamen um. Als der erste fahle Morgenschimmer die hohen Spitzen der Tannen tünchte, schwelten noch die verkohlten Trümmer Mauerbresche sah man deutlich an einer der geschwärzten Säulen der Halle den Harnisch des verhassten Führers in der Sonne funkeln. Seine Leiche lag mit Blut beschmutzt inmitten seiner düstern Gesellen zwischen zerfetzten Teppichen und noch dampfender Asche. Die Zeit verstrich. Über den öden Burghof kroch Dornengestrüpp. Efeu rangte sich um die dunklen Pfeiler und blaue Kampanulen sich an den höchsten Zinnen. Das plötzliche Aufheulen des Windes, der Nachtvögel gekrächt und das Rascheln der Echsen zwischen den hohen Gräsern störten hin und wieder das Grabesschweigen jener verfluchten Städte. Die unbegrabenen Gebeine ihrer einstigen Bewohner geisterten im bleichen Schein des Mondes und an der geschwärzten Säule der Halle sah man noch die Rüstung des Herrn von Sägre hängen. Niemand wagte sie anzurühren. Aber unzählige Sagen umspannen sie und wer sie in der Sonne hatte Blitzen sehen, wurde nicht müde von ihr in abergläubischer Furcht zu schwatzen. Auch glaubte man, bisweilen in tiefer Nacht das Klirren ihrer Ringe und Ketten zu vernehmen und zu hören, wie sie vom Winde bewegt aneinander schlugen und traurig wimmerten. Trotzdem blieben alle diese Sagen, die sich die Leute in der ganzen Umgebung über die Rüstung ausdachten und einander zuraunten, weiter nichts als Sagen und das einzig Zuverlässige, was sich daraus ergab, war vorläufig noch nichts weiter als eine ganz gehörige Portion Angst. Natürlich bemühte sich ein jeder, sie nach Möglichkeit zu verheimlichen und, wie man zu sagen, pflegt sein jetzt nicht in die Hose sacken zu lassen. Und wenn sich hiernach nichts weiter zugetragen hätte, so wäre alles in Ordnung gewesen. Aber der Teufel, der anscheinend mit seinem Werk nicht zufrieden war, mischte sich wieder ins Spiel, wozu ihm der liebe Gott zweifellos die Erlaubnis erteilt hatte, um das Land für seine Sünden zu bestrafen. Und von diesem Augenblicke an nahmen all die Sagen, die bis dahin über unwahrscheinliche Gerüchte nicht hinausgegangen waren, mehr und mehr greifbare Gestalt an und wurden von Tag zu Tag glaubwürdiger. In der Tat hatte sich einige Nächte vorher etwas Seltsames zugetragen, was vom ganzen Dorfe beobachtet worden war. In der Dunkelheit hatte man in der Ferne gesehen, wie einige geheimnisvoll fantastische Lichter, deren Herkunft sich niemand zu erklären wußte, an den zerklüfteten Hängen des Säkrefelsens hinanstiegen. Bald liefen sie zwischen den Burgruinen hin und her, bald schwebten sie gleichsam in der Luft, bald rannten sie durcheinander, verschwanden und tauchten wieder auf und entfernten sich schließlich in verschiedene Richtungen. Dies wiederholte sich während drei oder vier Nächten im Zeitraum eines Monats. In Unruhe und Bestürzung warteten die Bauern auf das Ergebnis jener geheimnisvollen Zusammenkünfte. Es ließ auch gar nicht lange auf sich warten. Als drei oder vier Schreunen in Flammen aufgingen, hier und da ein Stück Vieh verschwand und man an den abgründen Leichen von Reisenden fand, sah sich das Land in einem Umkreis von zehn Meilen in hellen Schrecken versetzt. Hiernach war kein Zweifel mehr möglich. Eine Bande von Straßenräubern hatte sich in den Kellern der Burg eingenistet. Anfangs zeigten sie sich nur ab und zu und an ganz bestimmten Stellen des Gehölzes, das noch heute die Ufer des Flusses umrahmt. Aber schließlich besetzten sie alle Gebirgspässe und legten sich an den Straßen in Hinterhalt, plünderten in den Tälern und stürzten sich wie ein Bach in die Ebene, wo sie nach Willkür hausten und keinen Stein auf dem Andern ließen. Die Mordtaten mehrten sich, Mädchen verschwanden, Kinder wurden trotz Wehklagen der Mütter aus den Wiegen gerissen und bei den Teufelsmessen geopfert, wo, wie man allgemein glaubte, die aus den Kirchen ungeraubten Weihgefäße als Becher dienten. Allmählich bemächtigte sich aller Herzen eine solche Angst, dass sich nach dem Abendläuten niemand mehr aus dem Hause wagte, und selbst dort fühlte man sich nicht mehr sicher vor den Banditen des Felsens. Wer aber waren sie? Woher waren sie gekommen? Wie war der Name ihres geheimnisvollen Führers? Es waren Rätsel, die alle zu lösen trachteten, aber noch niemand hatte lösen können. Obgleich man seit kurzem bemerkt hatte, dass die Rüstung des einstigen Lehnsherrn von dem bisherigen Platz verschwunden war, und bald danach einige Feldarbeiter bestätigten, dass der Hauptmann jener ruchlosen Bande in einer Rüstung einher ginge, die, wenn sie nicht dieselbe war, doch jener bis aufs kleinste glich. Wenn man, wie schon mal gesagt, all das fantastische Drum und Dran in Abzug bringt, womit die Furcht ihre Lieblingsgeschichten schmückt und aufbauscht, so bleibt nichts Seltsames und Übernatürliches zurück. Gibt es wohl etwas Alltäglicheres, als dass sich einige Banditen durch ihre Gräueltaten berüchtigt machen? Und ist es nicht ganz natürlich, dass sich ihr Führer des Rüstzeugs bemächtigt, das der Herr vom Säkret zurückgelassen hat? Als jedoch einer von der Bande, den man bei einem der letzten Zusammenstöße gefangen hatte, kurz vor seinem Tode einige Enthüllungen machte, die selbst den Ungläubigsten zu denken gaben, war das Maß übervoll. Ende von Teil 4 Gelesen von Hocus Pocus Teil 5 von Von Teufeln, Geistern und Dämonen von Gustavo Adolfo Becker Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Teufelskreuz Abschnitt 2 Der Inhalt seines Geständnisses war ungefähr dieser. Ich stamme aus vornehmem Hause, sagte er. Meine Jugendstreiche, meine tolle Verschwendungssucht und schließlich meine Schandtaten zogen mir den Zorn meiner Verwandten und den Fluch meines Vaters zu. Er enterbte mich auf dem Sterbebett. Als ich mich also allein und mittellos sah, musste mir wohl der Teufel den Gedanken eingeflüstert haben, einige junge Burschen, die sich in einer ähnlichen Lage befanden, um mich zu sammeln. Verlockt durch die Aussicht auf ein lustiges, freies und schwelgerisches Leben, zögerten sie nicht einen Augenblick, meine Pläne zu den Ehren zu machen. Diese bestanden darin, einige junge Leute um mich zu scharen, die lustig und leichtsinnig genug waren und sich vor Gefahren nicht scheuten, um fortan auf Kosten des Landes ein fröhliches Leben zu führen und sich von dem zu ernähren, was die eigene Kühnheit einbrachte. So lange, bis es Gott gefiel, uns nach seinem Belieben abzurufen. Heute hat es mich getroffen. Als Schauplatz unserer künftigen Raubzüge wählten wir diese Gegend, und der geeignetste Platz für unsere Zusammenkünfte schien uns das verlassene Säkreschloss. Schützte uns dort ja nicht nur seine starke gefährliche Lage, auch Furcht und Aberglauben verteidigten uns gegen das Volk. Eines Nachts saßen wir alle in einem der zerfallenen Säulengänge um ein Feuer, dessen rötlicher Schein die verlassene Halle erhellte, als ein hitziger Streit über die Frage entbrannte, wer von uns der erwählte Führer sein sollte. Ein jeder von uns pries seine Verdienste, und auch ich bestand auf meinem Recht. Schon bald gab es einige, die unter sich flüsterten und mir drohende Blicke zuwarfen. Schon brüllten andere mit trunkener Stimme und griffen zum Dolch, um die Frage auf diese Weise zu lösen. Da vernahmen wir plötzlich ein seltsames Waffenklirren und ein schweres Poltern von Tritten, die näher und näher kamen. Wir alle sahen uns erschreckt und misstrauisch um, sprangen auf und zogen unsere Schwerter. Wir waren entschlossen, unser Leben teuer zu verkaufen. Aber unbeweglich blieben wir stehen, als wir mit gleichmäßig festem Schritt einen hochgewachsenen Mann kommen sahen. Er war vom Kopf bis zu den Füßen geharnischt, selbst das Visier hatte er heruntergelassen. Er entblößte sein Schwert, das zwei Männer kaum hätten handhaben können, legte es auf einen der Säulen Stümpfe und rief mit einer Stimme, die so hohl und dumpf wie das Murmeln der unterirdischen Quellen klang. Wenn einer unter euch ist, der sich erkühnt, der Erste im Schloss von Zegre zu sein, solange ich hier noch hause, so nehme er sich dieses schwer zum Zeichen seiner Gewalt. Wir alle verharrten in Schweigen, bis die erste Bestürzung von uns gewichen war. Dann aber riefen wir ihn mit lauter Stimme zu unserem Hauptmann aus und boten ihm einen Becher Wein, den er aber mit einer Handbewegung zurückwies. Vielleicht wollte er sein Gesicht nicht enthüllen und vergebens war all unsere Mühe durch das Gitterwerk seines Helms zu spähen, das seine Züge versteckte. Dies aber hinderte uns nicht noch in jener Nacht den furchbarsten aller Schwüre zu leisten und in der folgenden Nacht nahmen unsere nächtlichen Streifzüge ihren Anfang. Unser geheimnisvoller Führer war immer allen voran. Weder Feuer kann ihm etwas anhaben, noch Gefahren ihn einschüchtern, noch Tränen ihn rühren. Niemals öffnete er seine Lippen. Aber wenn unsere Hände vom Blut rauchen, wenn die Kirchen einstürzen und der Brand sie verzehrt, wenn die Weiber entsetzt zwischen Schutt und Trümmern flüchten und die Kinder ihr Wegeschrei ausstoßen, wenn die Kreise unter unseren Streichen zusammenbrechen, dann lacht er vor wilder Freude. Das ist seine Antwort auf all das Wimmern und Fluchen und Jammern. Niemals legt er die Waffen ab, niemals auch nicht nach siegreichem Zug öffnet er das Visier, an keinem Gelage nimmt er teil und niemals überlässt er sich dem Schlafe. Die Schwerter, die in Treffen versinken in seiner Rüstung. Sie bringen ihm weder den Tod noch sind sie blutbefleckt beim Herausziehen. Das Feuer glüht ihm harnisch und panzerhemmt, aber selbst dann schreitet er unerschrocken durch die Flammen auf der Suche nach neuen Opfern. Auf Gold sieht er mit Verachtung, Weiberschönheit ist ihm ein Gräuel, Ehrsucht lässt ihn völlig kalt. Einige von uns halten ihn für einen großen Narren, andere für einen verkommenen Edelmann, dem ein Rest von Scham das Gesicht verhüllt, aber es gibt auch welche, die davon überzeugt sind, dass es der Teufel in eigener Person ist. Nach diesen Enthüllungen starb der Gefangene mit einem spöttischen Lächeln auf den Lippen, ohne seine Sünden zu bereuen. Mehrere seiner Genossen folgten ihm in verschiedenen und der schreckliche Führer, dem ständig neues Gesindel zulief, fuhr fort in seinem schändlichen Treiben. Die armen Bewohner jener Gegend wurden immer ratloser und verzweifelter und wußten schon längst nicht mehr, wie dem Gang der Dinge abzuhelfen sei. Wurde es doch mit jedem Tag schlimmer und unerträglicher. Unweit des Städtchens, im tiefen Dickicht eines Waldes, befand sich war. Hier wohnte damals ein frommer Mann von so vorbildlichem Lebenswandel, dass er beim Volke im Geruch der Heiligkeit stand. So heilsam waren seine Ratschläge, so treffend seine Prophezeiungen. Der Klugheit und der sprichwörtlichen Weisheit dieses ehrwürdigen Klausners empfahlen die Bewohner Belvaers die Lösung des schwierigen Problems. Und nachdem dieser die göttliche Barmherzigkeit durch Vermittlung seines heiligen Schutzherrn erfleht hatte, der, wie ihr wohl alle wisst, den Teufel aus nächster Nähe kennt und ihn schon mehr als einmal recht kurz an die Kette gelegt hat, riet er ihnen, sich während der Nacht am Fuß des Burgfelsens, dort, wo der steinige Pfad sich hinaufschlängelt, in den Hinterhalt zu legen. Zugleich trug er ihnen auf, wenn sie erst oben angelangt wehren, sollten sie von keiner anderen Waffe Gebrauch machen, um den Bösen zu ergreifen, als von einem wunderwirkenden Gebet, das er sie auswendig lernen ließ. Wie die Chronik versichert, soll dies dasselbe Gebet gewesen sein, mit dem auch St. Bartholomeus den Teufel eingefangen hat. Der Rat wurde befolgt, und das Ergebnis übertraf selbst die höchsten Erwartungen. Noch lagen Stadt und Burg im Dämmerlicht des werdenden Tages, als schon die Einwohner Belveres in dichten Gruppen auf dem Marktplatz standen und einander mit geheimnisvoller Miene erzählten, wie in der Nacht der berüchtigte Hauptmann der Segre Banditen an Händen und Füßen gefesselt auf dem Rücken eines kräftigen Maultiers seinen Einzug ins Städtchen gehalten hätte. Auf welche Weise das Unternehmen geglückt war, vermochte niemand zu erklären. Nicht einmal die, welche dabei gewesen waren, konnten darüber Auskunft geben. Tatsache war, dass die Anwendung des Gebetes oder auch die Tapferkeit der Beteiligten den Anschlag zu dem bekannten glücklichen Ende geführt hatte. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Neuigkeit von Haus zu Haus und von Mund zu Mund. Mit großem Hallo stürzten die Menschen auf die Straßen vor dem Kirchenglocke rief die angesehensten Bürger in den Kapitelsaal zu Rat und sehnlichst erwarteten alle die Stunde, wo der Angeklagte vor seinen Richtern erscheinen sollte. Diesen war von dem Grafen von Urgell die Vollmacht erteilt worden, in aller Eile über die Übeltäter strenges Gericht zu halten, und nachdem sie eine Weile überlegt hatten, befahlen sie, den Verbrecher herbeizuführen, um ihm den Urteilsspruch zu verkünden. Wie ich schon erzählt habe, auf dem Marktplatz und auf allen Straßen, die der Gefangenen durchschreiten musste, um zur Gerichtsstätte zu gelangen, schwirrte die ungeduldige Menge wie ein Bienenschwarm hin und her. Besonders vor dem Kerker-Tor wuchs die Erregung des Volkes mit jeder Minute. Immer stärker wurde das Murren und Schreien der Menge, immer bedrohlicher ihrer Reden, und schon fingen die Wachen an, Schlimmes zu befürchten, als endlich der Befehl eintraf, den Angeklagten herauszuholen. Als dieser unter dem massigen Torbogen des Gefängnisses erschien, in vollem Harnisch und mit geschlossenem Visier, lief ein dumpfes Murmeln des Bewunderns und der Überraschung durch die dicht gedrängten Volksmassen, und nur zögernd teilten sie sich, um ihn durchzulassen. Alle hatten die Rüstung des Herrn von Segre wiedererkannt, es war dieselbe, über die so viele dunkle Gerüchte umgingen, als sie noch oben in der fluchbeladenen Burg an der zerfallenen Mauer hingen. Es waren dieselben Waffen, daran war nicht zu zweifeln. Alle hatten seinerzeit oft genug den schwarzen Helmbusch gesehen, damals, als sie mit ihrem Herrn in Händel lagen, und hatten ihn später, von Efeu umrangt, am verkrulten Pfeiler, wo die Waffenstücke beim Tode ihres Herrn geblieben waren, hin und her schwanken sehen, wenn in der Dämmerung der Abendwind erwachte. Wer aber mochte der Unbekannte sein, der jetzt in ihnen einher ging? Bald sollte man es erfahren, wenigstens glaubte man so. Ihr aber werdet jetzt hören, wie auch diese und noch manche andere Hoffnung zu Schanden ward, und warum aus dieser feierlichen Gerichtsversammlung die völlige Klärung der Dinge bringen sollte, neue unbegreifliche Verwicklungen hervorgingen. Der geheimnisvolle Bandit war endlich in den Ratssaal eingetreten. Stimmen wurden unter den Umstehenden laut, aber tiefes Schweigen folgte, als in den hochgewölbten Hallen das Klirren der goldenen Sporen wiederklang. Stockend und unsicher fragte ihn einer der Richter nach seinem Namen. Ein jeder lauschte aufmerksam, damit ihm keine Silber der Antwort entginge. Der Ritter aber zuckte nur leicht mit den Schultern, verächtlich und kränkend. Die Richter sahen einander an, ärgerlich überrascht. Dreimal wiederholte man die Frage, und dreimal erfolgte die gleiche oder eine ähnliche Antwort. Da ruben die anwesenden Bürgersleute an zu schreien. Laßt das Visier ihn lüften, das Gesicht soll er zeigen, sein Gesicht, wir wollen doch mal sehen, ob er sich dann auch noch so erkühnt und so verächtlich zu behandeln. Jetzt freilich fühlt er sich durch das Inkognito geschützt. Zeigt euer Gesicht, wiederholte derselbe Richter, der ihn schon vorher angeredet hatte. Der Ritter aber rührte sich nicht. Kraft meines Amtes befehle ich euch, die nämliche Antwort. Im Namen des landesherrlichen Grafen? Auch das wirkte nicht. Das Volk raste vor Wut. Die Halsstarrigkeit des Angeklagten hatte hingereicht, die Geduld eines Heiligen zu erschöpfen. Seiner Sinne nicht länger mächtig stürzte sich einer der Wächter auf den Ritter und öffnete ihm gewaltsam das Visier. Ein einziger Schrei der Überraschung entrang sich den Zuschauern. Eine Weile blieb jeder gelähmt von dem Schrecklichen, dem Unfassbaren. Es war auch wirklich kein Kinderspiel. Das Visier war zurückgeschlagen bis zur Stirnhöhe und lag heruntergeklappt auf der stehlernen Halsberge, aber der Helm war völlig leer. Als der erste Schrecken gewichen war, traten einige herzu, aber kaum hatten sie die Rüstung berührt, als Zucken ging und sie mit einem eigenartig dumpfen Geräusch in sich zusammenfiel. Beim Anblick dieses neuen Wunders stürzte der größte Teil der Zuschauer entsetzt aus dem Saal. In Windeseile flog die Neuigkeit durch die Menge, die ungeduldig das Ergebnis des Verhörs erwartet hatte, und das Lärmen und Schreien und Tosen war so, dass niemand mehr zweifeln konnte, was man allgemein öffentlich aussprach, dass es der Teufel war, der beim Tode des Herrn von Segre sein Erbe in Belver angetreten hatte. Allmählich legte sich der Tumult, und man beschloss, die verzauberte Rüstung wieder in den Kerker zu werfen. Darauf schickte man vier Boten an den Grafen von Urgel und an den Erzbischof, die ihnen im Namen des heimgesuchten Städtchens den Fall vortragen sollten. Und schon nach wenigen Tagen kehrten sie mit dem Bescheid der Hohen Herren zurück, der, wie man zu sagen pflegt, recht kurz und bündig war. Hängt die Rüstung, hieß es darin, auf dem Marktplatz eurer Stadt auf. Ist sie vom Teufel besessen, so muss er sie entweder fahren lassen, oder er wird mit ihr gehängt. Hochbeglückt über eine so scharfsinnige Lösung, flogen die Bürger Belvaers aufs Neue des Rates und ließen auf dem Marktplatz einen gewaltigen Galgen errichten. In allen Gassen staute sich die Menge, als sich der hohe Magistrat in aller Feierlichkeit, die solch ein wichtiger Fall erforderte, nach dem Kerker begab, um die Rüstung zu holen. Schon standen die würdigen Herren vor dem Gefängnis, um durch den massiven Torbogen einzutreten, Füßen warf und zur Verwunderung aller umstehenden, tränenden Auges ausrief, Gnade, ihr Herren, Gnade! Gnade? Wofür? fragte man ihn, doch nicht etwa für den Teufel, der in der Rüstung des Herrn von Segre steckt. Für mich, bat mit zitternder Stimme der Unglückliche, in dem jetzt alle den Kerkermeister erkannten. Die Rüstung ist verschwunden! Bei diesen Gesichtern aller, die sich im Torweg befanden. Stumm und starr hätten sie, Gott weiß wie lange in ihrer Stellung verharrt, wenn sie nicht von der Erzählung des entsetzten Wächters angelockt worden wären. Sie drängten sich um ihn, seinen Worten begierig lauschend. Verzeiht mir, ihr Herren, sagte der arme Kerkermeister, ich will euch wahrlich nichts verheimlichen, was auch gegen mich aussagen möge. Unter allgemeinem Schweigen fuhr er fort, ich werde niemals ganz erklären können, wie ich darauf gekommen bin, aber mir schien die Geschichte von der leeren Rüstung immer ein Märchen, und ich dachte mir, man hätte es wohl zugunsten einer vornehmen Persönlichkeit ausgeheckt, die man vielleicht aus allerlei Standesrücksichten weder bloß zu stellen noch zu bestrafen wünschte. Dieses Glaubens war ich schon von je, und auch die Starrheit, in der ich die Rüstung wieder sah, als man sie aus dem Rat ins Gefängnis zurückbrachte, konnte mich nur in meinem Glauben bestärken. Im Verlangen, das Geheimnis zu ergründen, wenn überhaupt dahinter ein Geheimnis sein sollte, schlich ich mich eine Nacht um die andere vergeblich nach der Zelle, das Ohr an die Ritze der Vergebens spähte ich durch ein kleines Mauerloch, um den Harnisch genauer ins Auge zu fassen. Ich sah ihn zwar in der dunkelsten Ecke auf einem Häufchen Stroh, aber die einzelnen Stücke lagen dort regungslos, hingeworfen wie am ersten Tage. Von Neugier gepeinigt zündete ich schließlich eines Nachts eine Laterne an und stieg hinab ins Verlies. Ich wünschte mich selbst davon zu überzeugen, dass jener Gegenstand des allgemeinen Schreckens nichts Geheimnisvolles an sich hätte. Ich hob die doppelten Riegel und trat in den Kerker ein. Nicht einmal die Vorsicht gebrauchte ich, die Tür hinter mir zu schließen, so sicher war ich im Glauben, dass alles nur eine Fabel sei. Oh, hätte ich doch niemals die Tür geöffnet. Kaum war ich einige Schritte gegangen, als das Licht meiner Laterne von selbst erlosch, als meine Zähne zu klappern begannen und meine Haare sich sträubten. Denn in dem tiefen Schweigen, das mich umgab, hatte ich plötzlich ein Geräusch gehört, so als ob Eisenstücke aufgehoben würden und in der Finsternis gegeneinander schlügen. Das Erste, was ich tat, war, dass ich zum Ausgang stürzte, um Schließen. Doch kaum hatte ich sie berührt, als sich auf meine Schulter eine wuchtige, eisenbehandschuhte Hand legte, die mich heftig schüttelte und auf der Schwelle zu Boden warf. Dort blieb ich bewusstlos liegen, bis mich am folgenden Morgen meine Knechte fanden. Von allem, was sich nach meinem Fall zugetragen, erinnere ich mich nur noch, dass mir so war, als hätte ich schon der Ohnmacht nahe, ein dumpfes Stampfen von Schritten und Sporen klirrend vernommen, das sich langsam in der Ferne verlor. Tiefe Stille folgte der Erzählung des Kerkermeisters, aber dann brach ein höllisches Lärmen los, an Jammern, Schreien und Drohen. Die friedlich Gesinnten hatten alle Mühe, die rasende Volksmenge zurückzuhalten, die unter lautem Gebrüll den Tod des Mannes forderten, dessen Neugier das Unglück wieder herauf beschworen hatte. Schließlich gelang es, den Aufruhr zu beschwichtigen, und man rüstete sich zu einer neuen Verfolgung. Auch diese brachte ein durchaus zufriedenstellendes Ergebnis. Nach Verlauf von einigen Tagen befand sich die Rüstung wieder im Gewahrsam der Stadt. Das Rezept war ja einmal bekannt, und mit St. Bartholomä Hilfe war die Sache ja nicht sehr schwierig. Aber damit war die ganze Arbeit noch nicht getan. Vergeblich hing man die Rüstung an den Galgen, um sie dingfest zu machen. Vergeblich stellte man sie unter die schärfste Bewachung, um ihr wenigstens auf dieser Welt jegliche Möglichkeit zum Entwischen zu nehmen. Sobald die einzelnen Waffenstücke auch nur ein Fünkchen Licht sahen, fügten sie sich zusammen und setzten sich ganz gemächlich in Trab, um aufs Neue ihre Wanderung über Berg und Tal zu unternehmen, dass es eine wahre Lust war. Das war also eine Geschichte ohne Ende. In ihrer Angst verteilten die Bürger die einzelnen Stücke der Rüstung, deren sie wohl schon zum hundertsten Male habhaft geworden waren, untereinander und baten den frommen Klausner, der sie doch schon einmal mit seinem Rat erleuchtet hatte, er möge bestimmen, was man damit machen solle. Der heilige Mann verordnete dem Volke zuerst eine allgemeine Bußübung. Er selbst schloss sich drei Tage in der Höhle, die ihm als Unterschlupf diente ein und gebot darauf, den teuflischen Harnisch einzuschmelzen, um aus ihm und einigen Quadersteinen der Säcreburg ein Kreuz zu errichten. Die Arbeit wurde auch ausgeführt, allerdings nicht ohne neue und unerhörte Wunder, die die Herzen der bestürzten Bürger Belvaers mit Schrecken füllten. Kaum waren nämlich die Rüstungsstücke in die Glut geworfen und fingen an, sich zu röten, dem großen Schmiedefeuer ein lang gezogenes, tiefes Stöhnen entquoll. Ein Wirbel roter, grüner und blauer Funken tanzte über den züngelnden Flammen und zwischen den Holzscheiden sprangen die Waffenstücke, wie wenn sie lebendig wären und die Wirkung des Feuers spürten. Sie krümmten sich krachend, als ob eine Schar von Teufeln auf ihnen ritte und ihren Herrn aus jener Martha aber wurde die Arbeit, als die glühende Rüstung allmählich die Form des Kreuzes annahm. Mit furchtbarem Dröhnen fielen die Hämmer auf den Amboß nieder und zwanzig kräftige Arbeiter bändigten die zischenden Eisenbarren, die unter den Schlägen stöhnend sich wandten. Schon streckte das Bildnis unseres Erlösers die Arme aus, schon war man dabei, das Kopfende fertig zu schmieden, als die sprühende teuflische Masse sich von Neuem in furchtbaren Zuckungen krümmte. Sie zog sich im Zickzack zusammen, ringelte sich wie eine Natter und umschlang die Körper der Ärmsten, die Mühe hatten, den Armen des Todes zu entfliehen. Rastloses Schaffen in Gottvertrauen, viel Weihwasser und Gebete vollbrachten es endlich, den höllischen Geist zu besiegen. Aus der Rüstung wurde ein Kreuz. Ja, und das ist nun das Kreuz, das ihr heute gesehen habt. Nach dem Teufel wurde es benannt, weil er darin gebändigt ist. Aber dies Kreuz schmückt kein Mädchen mit Maiensträußen. Weder ziehen die Hirten den Hut, wenn sie dort vorüber gehen, noch beugen die alten Leute da vor das Knie. Kaum vermag der Priester strenges Gebot, die Jungen daran zu hindern, mit Steinen nach ihm zu werfen. Jedem Gebet, vor diesem Kreuz gesprochen, hat Gott sein Ohr verschlossen. In dem Wacholder Gebüsch, von dem es umgeben ist, sammeln sich im Winter Rudel von Wölfen, von dort aus stürzen sie sich auf das Vieh. In seinem Schatten lauern die Räuber dem Wanderer auf, und ihm zu Füßen begraben sie die Ermordeten. Und wenn ein Unwetter ausbricht, so ändern die Blitze jäh ihre Bahn, um sich pfeifend im Schaft des Kreuzes zu treffen und die Quader des Sockels zu sprengen. Ende von Teil Fünf Gelesen von Hokus Pokus Teil Sechs von Von Teufeln Geistern und Dämonen von Gustavo Adolfo Becker Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Glaubet an Gott Ein Provenzalisches Spielmannslied Ich bin wahrhaftig Theobald von Montagu gewesen, der Baron von Fort Castell. Wer du auch seist, der du einen Augenblick an meinem Grabe verweilst, Fürst oder Bürger, Herr oder Knecht, Glaube an Gott, wie ich an ihn geglaubt habe. Glaube und bitte für mich. Auftakt Ihr fahrenden Ritter, die ihr die Lanze im Langriemen und mit herabgelassenem Visier auf kräftigem Rosse die Lande durchjagt, die ihr kein anderes Erbe besitzt als euren gefeierten Namen und euer gutes Zweihänderschwert, ihr Pilger nach Ehre und Ruhm im edlen Waffenhandwerk. Wenn ihr durchs zerklüftete Tal von Montagu streifend überrascht werden solltet von Wetter und Nacht, wenn ihr Zuflucht gefunden habt in dem verfallenen Kloster, das dort Ihr Hirten, die ihr bedächtigen Schritts euren Schafherden nachfolgt, die zerstreuten auf Hängen und Bergwiesen weidend, wenn ihr sie zur Tränke getrieben habt an den klaren Bach, der zwischen dem Felsengestein des Montagu-Tales rauschend und springend dahin fließt, wenn ihr in des Sommers Glut, im Mittagsbrand, Schatten und Schirm gefunden am Fuß der zerbröckelten Schwibbogen des Klosters, dessen moosbedeckte Grundpfeiler das Wasser umspült, so lauscht meinem Sang. Ihr Mädchen aus nahen Weilern, ihr Lilien des Waldes, glücklich im Schutz eurer Demut sprießend, wenn der Schutzpatron eures Dorfes sein Fest hat und ihr in der Frühe ins Montagu-Tal hinabsteigt, maß Liebchen und Kleeblüten pflückend des heiligen Bild zu schmücken, wenn ihr, die Furcht vor dem düsteren, auf Felsen thronenden Kloster überwunden und den stillen verlassenen Kreuzgang betretend zwischen verwilderten Gräbern herumirrt, wo das Maß Liebchen tausend schön wächst und die blauesten der Hyazinthen, so lauscht meinem Sang. Ihr alle werdet an jenem heiligen Ort ein Grabmal gesehen haben, du edler Ritter, vielleicht beim Leuchten des Blitzes, du schweifender Hirt in der sengenden Sonnenglut und du schöne Maid am frühen Morgen als noch Tautropfen darauf lagen, wie Tränen anzuschauen. Euch allen wird das bescheidene Grabmal aufgefallen sein. Einst stand vor dem grob gemeißelten Stein noch ein hölzernes Kreuz. Das Kreuz ist längst dahin und nur der Stein verblieb. Die Inschrift auf diesem Stein ist der Sinnspruch meines Gesanges. In dem Grabe ruhet in Frieden der letzte Baron von Fort Castell, Theobald von Montagu, und dessen befremdliche Geschichte will ich euch erzählen. Erster Gesang Als die edle Frau Gräfin von Montagu mit ihrem erstgeborenen Sohn Theobald schwanger ging, hatte sie einen seltsamen kräßlichen Traum. Vielleicht war es ein göttlicher Fingerzeig, vielleicht ein bloßes Hirngespinst, das die spätere Zeit erst verwirklicht hat. Es träumte ihr, sie hätte eine Schlange zur Welt gebracht, eine gräuliche Schlange, die sich zischend durchs Gras wand, wie zum Sprunge empor züngelte und schließlich ihren Blicken entschwindend im Gebüsch sich verbarg. Da ist sie, da ist sie, schrie die Gräfin, als sie aus ihrem entsetzlichen Traume erwachte, ihren Dienern im Busch zeigend, wo sich das widerliche Reptil verborgen hatte. Als die Diener eiligst dort ankamen, wohin die edle Frau, starr und von tiefer Furcht ergriffen, noch immer und schwang sich in die Lüfte. Von einer Schlange aber war nichts zu sehen. Theobald kam zur Welt. Die Mutter starb bei seiner Geburt und ein paar Jahre darauf fiel sein Vater in einer Schlacht als frommer Streiter wieder Gottes Feinde. Von diesem Tage ab kann man die Jugend des Erben von Fort Castell nur mit dem Sturmwind selbst vergleichen. Wohin er schritt, bezeichnete seinen Weg eine Spur von Blut und Tränen. Er hängte seine Hörigen, schlug sich mit seines Gleichen, den Mädchen tat er Gewalt an, prügelte die Mönche und keinen Heiligen ließ lästernd er in Frieden. Es gab kein Heiligtum, dem er nicht fluchte. Eines Tages zog er aus zu jagen. Um vor dem Regenschutz zu suchen, hieß er, wie er schon oft getan, das ganze teuflische Gefolge verwegener Knappen, gottloser Schützen und verruchter Buben mit Meute, Rossen, Geierfalken sich in die Kirche eines seiner Dörfer flüchten. Von Zorn ergriffen, ohne Furcht vor einem Wut Ausbruch des ungestümen Herrn, beschwor der ehrwürdige Priester ihn, im Namen Gottes und eine geweihte Hostie in den Händen haltend, jenen Ort seiner Sünden zu erflehen. Lass mich zufrieden, alter Narr, rief Theobald, als er dies hörte, Lass mich zufrieden, oder ich hetze meine Hunde auf dich, und da ich heute noch kein einziges Stück Wild erbeutet habe, mache ich zu meiner Kurzweil Jagd auf dich wie auf ein wildes Schwein. Theobald war ein Mensch, der ausführte, was er sagte. Trotzdem erwiderte der Priester, tu, was du willst, sei aber eingedenk, es lebt ein Gott, der einmal straft, ein andermal vergibt. Wenn ich von deinen Händen sterbe, so wird er meine Schuld im Buche seines Zornes tilgen und an die Stelle deinen Namen setzen, auf das du büßest deine Missetat. Ein Gott, der einmal straft, ein andermal vergibt, rief lästernd der Baron und lachte höhnisch. Ich glaube nicht an Gott, und dir dies zu beweisen, will ich jetzt ausführen, was ich dir verheißen habe. Bin ich auch kein Beetbruder, so bin ich doch kein Freund, mein Wort zu brechen. He, Reim und Gerhard, Peter, hetzt die Meute, gebt mir den Sauspieß, blast das Halali auf eurem Horn, wir wollen einmal Jagd auf diesen Dummkopf machen, und wenn er sich auf die Retabeln der Altäre flüchtet. Nur einen Augenblick zauderten die Knappen, dem Befehl nachzukommen. Dann, auf ein zweites Geheiß ihres Herrn, begannen sie, die Hatzhunde, deren Gebell die ganze Kirche bebend machte, zu entkoppeln. Schon hatte der Baron, satanisch lachend, die Armbrust gespannt. Schon erwartete der ehrwürdige Priester die Augen den Himmel erhoben und leise ein Gebet sprechend ruhig den Tod, als sich vor dem Gotteshause ein fürchterliches Geschrei erhob. Hörner schmetterten das Zeichen zur Hetzjagd, und es erschollen Rufe wie ein Eber da durchs Gestrüpp bergauf. Kaum vernahm Theobald die Kunde von dem ersehnten Wild, als er schon freudetrunken vor die Tür der Kirche stürzte, und ihm folgte die ganze Dienerschar mit Rossen und mit Hunden. Wo ist der Eber? fragte der Baron und schwang sich auf sein Ross, ohne die Steigbügel zu benutzen, noch die Armbrust zu entspannen. Da, durch die Schlucht am Fuße jener Höhe, wurde ihm erwidert. Ohne auf die letzten Worte zu hören, stieß der ungestüme Jäger dem Pferde seinen goldenen Sporen in die Weichen, so dass es wie der Wind davon stob. Hinter ihm her hetzte das ganze Gefolge. Die Dorfbewohner waren als erste des schrecklichen Tieres ansichtig geworden, hatten ein großes Geschrei erhoben und sich in ihre Hütten geflüchtet. Nun steckten sie ängstlich die Köpfe aus den Fensterlöchern und als sie sahen, wie verlieren. Allen voran jagte Theobald. Sein Ross, schneller als die Pferde seiner Diener und auch rücksichtsloser angespornt, folgte dem Wild so nahe, dass Theobald seinem rasenden Tier die Zügel über den Hals warf, sich zwei oder dreimal im Bügel hoch aufrichtete und die Armbrust anlegte, um zu schießen. Aber der Eber, der zwischen dem dichten Gebüsch nur dann und wann sichtbar wurde, entschwand seinen Blicken, um bald danach wieder aufzutauchen, aber außerhalb der Reichweite der Waffe. So hetzte Theobald mehrere Stunden durch Täler und Schluchten aufwärts das felsige Flussbett hinauf und verlor sich schließlich ins schattige Gewirr eines Waldes von riesenhafter Ausdehnung. Die Augen hatte er dabei immer auf das ersehnte Wild geheftet, stets im Glauben, es fabelhafter Gewandtheit. Endlich bot sich eine günstige Gelegenheit. Er legte die Armbrust an, der Pfeil flog ab und bohrte sich zitternd in den Rücken des furchtbaren Tieres, das sich mit einem schauerlichen Gebrüll hoch aufbäumte. Der ist mir sicher, schrie der Jäger in wilder Freude und rammte seinem Pferde wohl zum hundertsten Male die Sporen in die blutigen die Schweißspur die er hinterlässt zeichnet seinen Weg und damit stieß er ins Horn zum Zeichen seines Erfolges auf das seine Diener es hörten. In demselben Augenblick strauchelte das Pferd. Die Beine knickten ihm zusammen, ein leises Zittern durchlief seine angespannten Muskeln und dann schlug es platt auf den Boden. Aus den geblähten, schaumbedeckten Nüstern schoss ein dicker Blutstrahl. Es war der Erschöpfung erlegen und es musste gerade verrecken, als der verwundete Eber schon langsam zu laufen anfing, als nur noch ein letzter Kraftaufwand fehlte, um das Wild einzuholen. Die Wut und Raserei Theopals spottete jeder Beschreibung. Sein Fluchen und Lästern zu wiederholen, es auch nur zu wiederholen wäre schimpflich, wäre Verworfenheit. Er brüllte nach seinen Dienern, aber in jenen unermesslichen Einsamkeiten antwortete nur das Echo. Er raufte sich das Haar, zerzauste sich den Bart, grässlich war seine Verzweiflung. Ich laufe zu Fuß hinter ihm her, und wenn mich der Schlag treffen sollte, rief er endlich, indem er seine Armbrust wieder spannte und sich anschickte, dem Wild nachzusetzen. Aber da vernahm er hinter sich ein Knacken im Unterholz. Das dichte Laubwerk tat sich auf, und vor ihm stand ein Knappe, einen Rappen am Zügel führend, ein Ross, schwarz wie die Nacht. Das schickt mir der Himmel, rief der Jäger, sich gewandt wie eine Gämse in den Sattel schwingend. Der Knappe war mager, sehr mager, und war gelb wie der leibhaftige Tod. Er lächelte eigentümlich, als er die Zügel dem Reiter überließ. Das Ross wierte so gewaltig, dass der ganze Wald erdröhnte. Dann tat es einen ganz unglaublichen Satz, einen Satz, der es höher als zehn Ellen über den Boden erhob. Und nun begann die Luft dem Reiter um die Ohren zu sausen, als wenn er selbst ein Stein wäre aus einer Schleuder geworfen. Er raste dahin im Galopp, in einem so wilden Galopp, dass er fürchtete, die Zügel zu verlieren und vom Schwindel erfasst hinab zu stürzen. Er musste die Augen schließen und sich mit beiden Händen an der flatternden Mähne des Tieres festhalten. Und weder von den Sporen gekitzelt noch mittels des Zaums gelenkt, auch nicht vom Reiter durch Zurufe angefeuert, flog das Ross dahin, flog wie der Sturmwind. Wie lange Theobald so dahinschoss, ohne zu wissen, wo, vermag niemand zu sagen. Die Zweige peitschten ihm im Fluge das Gesicht, die Dornen zerfetzten ihm das Gewand und der Wind pfiff ihm um die Ohren. Als er sich endlich wieder ein Herz fasste und für einen Augenblick die Augen öffnend hastig rings umschaute, sah er sich in eine wild fremde ihm völlig unbekannte Gegend versetzt, mußte also schon weit, sehr weit von Montagu sein. Und das Ross rannte weiter, unaufhaltsam weiter, Bäume und Felsen, Burgen und Dörfer flogen an ihm vorbei wie der Blitz. Immer neue Landschaftsbilder tauchten vor seinen Blicken auf, aber kaum gesichtet verschwanden sie schon, um anderen, fremderen und immer fremder anmutendem Platz zu machen. Enge Schluchten voll gewaltiger Granitblöcke, die das Unwetter von den Gipfeln der Berge losgerissen hatte, lachende Triften mit Rasenteppich bedeckt und besät mit weißen Gehöften, öde endlose Steppen, wo der kalkweiße Sand glühte in der feurigen Mittsommersonne, weite steinige Halden, Hochebenen von riesiger Ausdehnung, Gebiete des ewigen Schnees, wo sich hoch aufgetürmter Eisschollen vom grauen, düsteren Himmel abhoben, gleich weißen Gespenstern die Arme ausstreckend, um den Reiter an seinem Schopfe zu packen. Dies und tausend andere Bilder, die niemand zu schildern vermag, erblickte Theobald auf seinem fantastischen Ritt. Dann aber hüllte ihn dichter Nebel ein, und nun vernahm er auch nicht mehr den Hufschlag seines Pferdes. Zweiter Gesang Edle Ritter, biedere Hirten, schöne Mädchen, ihr alle, die ihr meinem Sange lauschet. Wenn euch das Wunder nimmt, was ich berichte, glaubet nicht, dass es eine Fabel sei, die meine Laune gesponnen, um eure Leichtgläubigkeit zu betören. Von Mund zu Mund ward die Geschichte überliefert, bis sie auch ich vernahm. Und jene Grabinschrift, die heute noch im Kloster Montagu zu sehen ist, legt unabweisbar Zeugnis ab für meine Worte Wahrheit. Glaubt also, was ich euch berichtet habe, und glaubt auch das, was zu erzählen mir noch bleibt. Es ist so wahr, wie das Vorhergesagte, wenn es auch schon weit wunderbarer klingt. Mag sein, dass ich mit etwas dichterischem Schmuck das nackte Gerippe dieser schlichten und erschütternden Geschichte verschönernd umhänge, doch niemals werde ich nach bestem Wissen auch einen Strich nur von der Wahrheit abweichen. Als Theobald seines Rosses Hufschlag nicht mehr vernahm und sich emporgehoben fühlte in die Lüfte, da packte ihn ein solches Entsetzen, dass er erbebte. Bisher hatte er geglaubt, dass alles, was sich seinen Blicken darbot, nur Hirngespinste wären, erzeugt in seinem schwindelig wirren Kopfe. Er hatte lediglich geglaubt, sein Pferd sei mit ihm durchgegangen, doch nicht daran gezweifelt, dass er sich immer noch auf seinem eigenen Grund und Boden befände. Jetzt konnte er nicht länger darüber im Zweifel sein, dass er das Spielzeug einer überirdischen Macht geworden, die ihn verschleppte, ohne dass er wissen konnte, wohin. Durch dichten Nebel ging es, durch Wolken seltsamen, fantastischen Gebildes, in deren Schoß vom Blitz bisweilen erhellt, sprühende Funken sichtbar wurden, welche drohten, auf ihn niederzufallen. Das Roß durchjagte, oder besser gesagt, durchschwamm einen Ozean von schwülen, flammenden Gasen, und allmählich entrollte sich vor den entsetzten Augen des Reiters, eins nach dem anderen, des Himmels Wunder. Über den Wolken fliegend, sah er ein gewaltiges Heer auf Sturmesflügeln dahinziehen. Die Engel waren es, des göttlichen Zorns voll Strecker, mit flammenden, im Winde flatternden Haaren, angetan mit langen, feuerverbrämten Gewändern und die Schwerter schwingend, die in tausend tiefblauen Funken sprühten und glitzerten. Und noch höher stieg er und glaubte in der Ferne, einem Meer von siedender Lava ähnlich, die aufgebrachten Gewitterwolken zu sehen und hörte zu seinen Füßen den Donner brüllen, wie wenn Meeresbrandung gegen den Felsen anprallt, von dessen Gipfel der staunende Wanderer hinabblickt. Und er sah den Erzengel, der weiß wie Schnee auf einer riesigen Kristallkugel saß und sie durch den weiten Raum sternklarer Nächte lenkte, wie einen silbernen Nachen auf blauem See. Und die flammende Sonne sah er auf goldenen Achsen kreisen, in einem vielfarbigen feurigen Dunstkreis und in ihrem Brennpunkt die Feuergeister, die unversehrt in der Lohe hausen, aus dem glühenden Schoß der Sonne Hymnen der Freude dem Schöpfer singend. Er erblickte die kaum wahrnehmbaren Lichtfäden, mit denen die Menschen an die Sterne gefesselt sind, und sah den Regenbogen, wie eine gewaltige Brücke über den Abgrund Ersten Himmel vom Zweiten Trend Auf unsichtbarer Stufenleiter sah er die Seelen auf die Erde hinabsteigen. Viele sah er hinuntergehen, wenige aber heraufkommen. Eine jede dieser unschuldigen Seelen wurde von einem schneeweißen Erzengel begleitet und von dessen Fittichen beschützt. Schweigend und drehnenden Auges kehrten die einen einsam zurück, die Andern aber, von Engeln geleitet, schwebten singend empor, so wie Lärchen am frühen Morgen in die Lüfte steigen. Dann zerrissen die blauen und rosigen Dunstschleier, die gleich durchsichtigen Seidenvorhängen am Himmelsraum schwammen, zerrissen, wie am Ostersamstag in unseren Kathedralen der Altarschleier zerreißt, und das Paradies der Gerechten mit all seiner strahlenden Pracht lag offen vor seinen Blicken. Dort waren die heiligen Propheten versammelt, wie sie grob ausgehauen an den steinernen Portalen unserer Kathedralen zu sehen sind. Dort waren auch die leuchtenden Jungfrauen, wie sie der Maler vergebens in den bunten Kirchenfenstern darzustellen versucht. Und die Cherubim waren da, in langen schleppenden Gewändern und mit goldenem Nimbus, ähnlich so, wie sie auf dem Blatt der Altäre nachgebildet sind. Und umgeben von allen Chören seliger Geister, von Sternen gekrönt, von Licht umflutet und über alle Maßen schön, die Königin der Erzengel, die Mutter Gottes, unsere liebe Frau von Montserrat, die Zuflucht der Sünder und der Trost der Betrübten. Und weiter trug ihn das Ross, über das Paradies der Gerechten hinweg, über den Thron der heiligen Jungfrau Maria hinaus. Von immer größerer Furcht wurde er ergriffen, und ein tiefer Schrecken erfüllte seine Seele. In jenen Weiten, die zum geheimnisvollen Heiligtum des Herrn führen, herrscht ewige Einsamkeit, herrscht ewiges Schweigen. Von Zeit zu Zeit strich ihm ein eisiger Wind über die Stirn, kalt wie die Klinge eines Dolches, ein Wind, der ihm bis ins Mark der Knochen drang und unter dessen Hauch seine Haare sich sträubten. Ähnliche Schauer müssen die Propheten verspürt haben, als sich ihnen der Geist Gottes näherte. Endlich gelangte er in Himmelsräume, die von einem dumpfen Brausen erfüllt waren, ähnlich dem Summen der Bienen, wenn sie an Herbstnachmittagen die letzten Blumen umschwärmen. In diesen fantastischen Regionen sammeln sich alle Geräusche der Erde, all die Laute, von denen wir sagen, sie verklingen im Raum, all die Worte, von denen wir meinen, sie verhallen in der Luft, all die Wehklagen, von denen wir glauben, es vernehme sie niemand. Hier, in harmonischen Kreisen, schweben auf und schweben ab all die Gebete der Kinder, die Bitten der Jungen Mädchen, die Psalme der frommen Einsiedler, das Flehen der Armseligen, die Keuschen Worte derer, die reinen Herzens sind, die geduldige Klage der mühselig Beladenen, das Jammern der Leidtragenden, die Lobgesänge der Gläubig Hoffenden. Und unter diesen Stimmen, die dort am leuchtenden Äther hin und wieder schweben, vernahm Theobald aus seiner seligen Mutterstimme, die Gottes Gnade für ihn erflehte, aber seine eigene Stimme hörte er nicht. Weiter hinaus rang an sein Ohr ein missklingendes Getöse von tausend und aber tausend rauen heiseren Lauten, von wildem Lästern und Rachegeschrei, von geilen Gesängen und zotigen Worten, von Flüchen der Verzweifelten, Drohungen der Ohnmächtigen, meineidigen Schwüren der Gottlosen. Theobald flog durch diesen zweiten Kreis mit der Schnelligkeit eines Meteors, der am Sommerabend den Himmel durchquert, um nur seine eigene Stimme nicht länger zu hören, die dort donnernd erklang, alle anderen Stimmen inmitten des Höllenlärms übertönend. Ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht an Gott, rief noch immer seine Stimme, in jenem Meer von Läster Worten auf und abschwebend. Theobald selbst aber fing schon an zu glauben. Und auch diese Räume ließ er hinter sich, durchquerte andere Weiten voll schrecklicher Gesichte, die nicht er begreifen konnte, noch ich zu schildern vermag, und gelangte schließlich zum letzten und fernsten Kreise der Himmel, wo die Seraphim den Herrn der Heerscharen anbeten, zu seinen Füßen kniend und sein Angesicht mit dreifachen Flügeln beschattend. Theobald wollte ihn anschauen, aber ein feuriger Hauch senkte ihm das Gesicht, ein Meer von Licht blendete seine Augen und ein so gewaltiger Donner erscholl, dass es ihm in den Ohren dröhnte, und er wurde aus dem Sattel geschleudert und wie ein glühender Stein, den der Vulkan ausspeit, ins Leere hinaus gestoßen, und er fühlte, wie er tiefer und tiefer sank, ohne aber irgendwo niederzufallen, geblendet, versenkt, betäubt, wie der Engel Luzifer fiel, als ihn Gott mit einem einzigen Hauch seiner Lippen von seiner stolzen Höhe herabstieß. Dritter Gesang Die Nacht war hereingebrochen. Der Wind seufzte in den Blättern der Bäume, durch deren dichtes Laubwerk ein schwacher Mondstrahl blinzelte. Theo bald stützte sich auf die Ellbogen und rieb sich die Augen, als ob er aus tiefem Schlummer erwache. Als er sich umschaute, ward er gewahr, dass er sich in demselben Gehölz befand, wo er den Eber verwundet hatte, ihm jenes fantastische Reittier brachte, das ihn zu unbekannten, geheimnisvollen Himmelshöhen geschleppt hatte. Grabes Stille herrschte ringsum, unterbrochen nur von dem ängstlichen Blätter Gesäusel, von dem fernen Schreien der Hirsche, und dann und wann, wenn der Wind ihn herübertrug, von dem Hall einer Glocke, die in weiter Ferne läutete. Ich muss geträumt haben, sagte Theo Er erhob sich, stieg durch dichten Waldberg ab und kam schließlich ins offene Tal. In der Ferne sah er die Felsen von Montagu und auf ihnen die Umrisse seiner Burg. Deutlich hoben sie sich vom blauen flimmernden Nachthimmel ab. Meine Burg ist noch weit, überlegte er, und ich bin müde. Ich werde den Morgen im nächsten Dorf erwarten. Und er machte sich auf den Weg und kam ins Dorf. An die erste beste Tür klopfte er. Wer seid ihr? fragten ihn die Leute. Der Baron von Fort Castell erwiderte er. Sie aber lachten ihm ins Gesicht. Er klopfte an eine andere Tür. Wer seid ihr und was ist euer Begehr? fragte die Magd, die ihm öffnete. Euer Herr entgegnete der Ritter überrascht, dass man ihn nicht erkannte. Theobald von Montagu bin ich. Theobald von Montagu gab unwirsch das junge Mädchen zurück, das nicht auf den Mund gefallen war. Theobald von Montagu aus dem Märchen ihr seid wohl macht es ihr weiter kommt und holt nicht ehrbare Leute aus dem Schlaf um ihnen alberne Meeren zu erzählen. Aufs höchste Erstaun verließ Theobald das Dorf und machte sich auf den Weg zur Burg. Beim ersten Morgengrauen fand er sich vor dem Tor. Der Burggraben war mit den Quadersteinen der zertrümmerten Zinnen verschüttet. Die Marsche Zugbrücke hatte ausgedient hing noch an der starken Eisenkette die im Laufe der Jahre vom Ross zerfressen war. Im Berg Fried läutete schwer und ernst eine Glocke. Vor dem Außentor der Burg war auf granitenem Sockel ein Kreuz errichtet. Auf den Mauern war auch nicht ein einziger vom Gesinde zu sehen. Aber aus dem Innern klang wirre und dumpf wie fernes Gemurmel ein frommer Gesang feierlich und erhaben. Dies ist doch meine Burg ohne Zweifel sagte Theobald und ließ unaufhaltsam seine Blicke bald hierhin bald dorthin gleiten ohne zu begreifen was ihm widerfahren war. Dort im Torbogen ist ja auch mein Wappen eingemeißelt ja und dies ist das Montagu Tal diese Länder hier sind mein Eigentum der Herren Sitz von Fort Castell da drehten sich die schweren Torflügel in ihren Angeln und auf der Schwelle erschien ein Klosterbruder wer seid ihr was habt ihr hier zu suchen fragte Theobald den Mönch ich bin ein demütiger Knecht Gottes erwiderte dieser ein Bruder des Klosters Montagu aber unterbrach der Baron ist denn Montagu nicht ein Herren Sitz das war es versetzte der Mönch vor langer Zeit wie man erzählt hat den letzten Herren der Teufel geholt und da er keinen Erben hatte an den das Lehen weitergehen konnte so schenkten die lehnsherrlichen Grafen diese Ländereien den Brüdern unseres Ordens und 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 sind jetzt schon hier seit etwa hundert oder hundert zwanzig Jahren und ihr wer seid denn ihr ich stotterte der Baron von Fort Castell nachdem er sich eine Weile besonnen hatte ich bin ich bin ein elender Sünder der seine Schuld bereut ich möchte vor eurem Abde Beichte ablegen und ihn bitten mich in den Schoß eures Ordens aufzunehmen Ende von Teil 6 gelesen von Hokus Pokus Teil 7 von von Teufeln Geistern und Dämonen von Gustavo Adolfo Becker Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Die Höhle der Maurin Kapitel 1 Gegenüber dem Kurhause Infitero auf einem oben abgeplatteten Felsen zu dessen Füßen der Al-Hama Fluss braust sind heute noch die Ruinen einer arabischen Burg zu sehen die in den glorreichen Chroniken von der Mauren Vertreibung viel genannt worden ist sie war der Schauplatz großer unvergesslicher Heldentaten an denen ebenso sehr ihre Verteidiger teil hatten als auch die kühnen Angreifer denen es gelang auf ihren Zinnen das Banner des Kreuzes aufzupflanzen von den Mauern sind nur noch wenige Trümmer vorhanden die Steine des Wartturmes sind zum größten Teil in den Burggraben zum Teil darüber hinaus gefallen und haben ihn völlig verschüttet im inneren Burghof wachsen Brombeeren und Hederich Stauden und wohin man den Blick wendet sieht man nichts anderes als zerbrochene Schwippbogen und schwarze verwitterte Quadern hier noch ein Stück Wehrgang aus dessen Schlitzen der Efei empor sprießt dort ein Eckturm der sich wie durch ein Wunder erhalten hat und weiterhin die Mörtelpfeiler mit den eisernen Ringen an denen einst die Zugbrücke hingen da man mir sagte dass es meinem Gesundheitszustand sehr dienlich sei wenn ich mir Bewegung schaffe und auch weil mich die Neugier trieb machte ich solange ich mich in den Bädern zerklüfteten Felsenhang ich stieg zu den Ruinen der arabischen Festung hinauf und streifte dort oben stundenlang umher ich wühlte im Sande um vielleicht einige Waffen zu finden klopfte an die Mauern um zu sehen ob sie hohl wären und so vielleicht einen versteckten Schatz zu heben und durchkroch alle Winkel in der Hoffnung den Eingang zu jenen unterirdischen Gewölben zu entdecken die es in allen maurischen Burgen gegeben haben soll meine emsigen Nachforschungen blieben übrigens ergebnislos eines Nachmittags jedoch als ich schon die Hoffnung aufgegeben hatte jemals etwas Neues und Seltsames in dem Felsennest zu finden und auf den Aufstieg verzichtend zu Füßen der Burg am Flussufer entlang spazierte sah ich eine Art großes Loch das in das Gestein hinein führte halb verborgen von Laub Werk und dichtem Gestrüpp nicht ohne ein bisschen Bangigkeit bahnte ich mir einen Weg durch das Gebüsch das den Eingang der wie ich anfangs glaubte natürlich entstandenen Höhle umgab aber nachdem ich einige Schritte hineingegangen war erkannte ich dass es ein unterirdischer Gang war künstlich aus dem Stein ausgehauen tiefer einzudringen wagte ich nicht wegen der Finsternis die darin herrschte ich Einzelheiten des Gewölbes und des Bodens zu betrachten wie mir schien führte der Gang in großen Stufen zu der Höhe hinauf wo sich die erwähnte Burg befand auch erinnerte ich mich oben zwischen den Trümmern seinerseits eine verschüttete Falltür gesehen zu haben zweifellos hatte ich einen jener Schleichwege entdeckt die bei den Befestigungswerken jener Zeit üblich waren einen geheimen Gang dessen Zweck es gewesen sein musste während der Belagerung dem Feind in den Rücken zu fallen oder Wasser aus dem Fluss zu holen der dort unmittelbar vorüber fließt um mich von der Wahrheit meiner Vermutungen zu überzeugen knüpfte ich nachdem ich die Höhle auf dem gleichen Wege wieder verlassen hatte wie ich hineingegangen war eine Unterhaltung mit einem Winzer an der an jenen Hängen mit dem Beschneiden von Reben beschäftigt war ich näherte mich ihm unter dem Vorwand ihn um Feuer für meine Zigarette zu bitten wir sprachen von allerlei von den medizinalen Eigenschaften der heißen Quellen in Fitero von der vorjährigen und heurigen Ernte von den Mädchen Navarras und der Pflege des Weinstocks kurz wir sprachen von allem was dem guten Mann einfiel nur nicht von der Höhle dem einzigen Gegenstand worauf ich neugierig war schließlich wandte sich das Gespräch doch noch diesem Punkt zu und ich fragte ihn ob er jemand wüsste habe in die Höhle der Maurin eingedrungen versetzte er aufs höchste erstaunt über meine Frage wer sollte wohl das wagen wissen sie denn nicht dass jede Nacht aus dem Schlund ein Geist heraus kommt ein Geist rief ich und lächelte wessen Geist der Tochter des maurischen Burgfugts sie geht hier noch immer in der Umgegend als Geist um in jeder Nacht sieht man sie in weißen Gewändern aus der Höhle kommen und am Fluss seinen Krug mit Wasser füllen diese Worte des guten Mannes brachten mich darauf daß es von dieser arabischen Burg und dem unterirdischen Gang der meiner Vermutung nach mit ihr in Verbindung stand eine Geschichte geben mußte und da ich ein großer Freund von solchen Sagen bin zumal wenn ich sie aus dem Munde des Volkes zählte sie mir ungefähr mit denselben Worten mit denen ich sie hier wieder gebe Kapitel 2 Als die Burg von der heute nur noch unförmige Trümmer übrig sind noch im Besitz der maurischen Könige war und ihre Türme von denen kein Stein mehr auf dem anderen geblieben ist von der Höhe des Felsens aus das ganze fruchtbare Alhamertal beherrschten wurde in der Nähe der Stadt Fitero eine blutige Schlacht geschlagen in dieser Schlacht wurde ein edler christlicher Ritter allen Ruhmes würdig nicht weniger seiner Frömmigkeit wegen als seines Heldentumes schwer verwundet und von den Mauren zum Gefangenen gemacht seine Feinde schleppten ihn in die Festung legten ihn in Eisen und warfen ihn in ein dunkles Verlies hier rang er tagelang mit Leben und Tod und ward wunderbarer Weise von seinen Wunden geheilt und von seiner Sippe endlich gegen viel Gold losgekauft Aus dem Kerker kehrte er in seine heimatliche Burg zurück in die Arme seiner erfreuten Eltern seine Waffengefährten und Mannen jubelten ihm entgegen und glaubten die Stunde gekommen um zu neuen Kämpfen auszuziehen Der Seele des Ritters jedoch hatte sich eine tiefe Schwermut bemächtigt und weder die Eltern noch die Bemühungen seiner Freunde vermochten diese eigenartige Schwermut zu zerstreuen Während seiner Gefangenschaft war es ihm gelungen die Tochter des maurischen Burg Grafen zu Gesicht zu bekommen von deren Schönheit er schon vorher viel gehört hatte Als er sie aber mit eigenen Augen erblickte fand er sie noch um ein tausendfach schöner als er sie sich vorgestellt hatte Er konnte ihrem verführerischen Zauber nicht widerstehen und verliebte sich hals über kopf in ein Wesen dessen Besitz für ihn außerhalb jeder Möglichkeit lag Monate verbrachte der Ritter damit die törigsten und waghalsigsten Pläne zu schmieden und wenn er einmal ein Mittel ersonnen hatte die Schranken zu durchbrechen die ihnen von jenem Mädchen trennten so gab er sich ein anderes Mal die denkbar größte Mühe die Geliebte zu vergessen Faßte er heute diesen Entschluss so hatte er sich morgen für einen völlig entgegengesetzten entschieden Schließlich kam ein zusammenzurufen und nachdem man in größter Heimlichkeit alle nötigen Vorbereitungen getroffen hatte wurde die Feste welche die Schöne den Gegenstand seiner unsinnigen Liebe beherbergte durch einen kühnen Handstreich genommen als man zu diesem Kampf auszog waren alle im Glauben gewesen ihren Führer triebe das Verlangen sich für all das zu rächen was er hatte erleiden müssen vor allem für die Schmach Lies geworfen zu sein nachdem aber die Burg eingenommen war blieb keinem die wahre Ursache des kühnen Unternehmens verborgen all die vielen braven Christen die bei dem Überfall ihr Leben hatten lassen müssen waren gefallen um einer unwürdigen Leidenschaft zum Siege zu verhelfen berauscht von der Gegenliebe der wunderschönen Maurin die zu entflammen dem Ritter endlich gelungen war kümmerte er sich seiner Freunde noch achtete er auf das Murren und Klagen seiner Mannen und doch gab es keinen der nicht dazu riet so schnell als möglich die Burg wieder zu verlassen denn es war natürlich dass die Mauren sie wieder stürmen würden sobald sie sich vom ersten Schrecken erholt hatten und in der Tat erfüllte sich die Befürchtung dem maurischen Burggrafen gelang es in den umliegenden Weilern neue Scharen anzuwerben eines morgens kam die Wache die an dem Ausguck des Bergfrieds aufgestellt war heruntergestürmt und verkündete dem verliebten Paar an allen Hängen des Gebirges so weit es sich vom Felsen aus überblicken ließ sehe man eine solche Wolke von Kriegsscharen sich herabwälzen dass man fast glauben müsse die gesamte Heidenschaft sei gegen die Burg unterwegs die Tochter des Burg Grafen wurde bleich wieder tot als sie die Sekunde vernahm der Ritter rief laut zu den Waffen und bald darauf war alles in der Festung in Bewegung in wilden Haufen kamen die Dienstleute aus ihren Quartieren gerannt die Führer teilten Befehle aus die Fallgatter wurden herabgelassen die Zugbrücke aufgezogen und alle Zinnen krönten sich mit Armbrustschützen ein paar Stunden später setzte der Sturm ein Mit Recht konnte man die Burg als uneinnehmbar bezeichnen Nur durch eine Überrumpelung wie sich die Christen ihrer bemächtigt hatten war es möglich sie zu erobern und so boten die Verteidiger immer wieder wohl an die Zehn Mal der Berennung Widerstand Als die Mauren die Zwecklosigkeit ihrer Anstrengung erkannten beschränkten sie sich darauf die Burg zu umzingeln um die Insassen durch Aushungerung zur Übergabe zu zwingen Wirklich begann der Hunger furchtbar unter den Christen zu wüten aber da die Verteidiger wussten dass sie wenn die Burg übergeben wurde ihr Leben nur gegen den Kopf ihres Fürsten würden erkaufen können so wollte keiner Verrat üben und dieselben die das Betragen des Ritters heftig getadelt hatten schworen jetzt für ihn ihr Leben zu lassen Die Mauren verloren die Geduld und beschlossen einen neuen Sturm mitten in der Nacht zu versuchen Die Berennung war fürchterlich Die Verteidigung verzweifelt und der Zusammenstoß entsetzlich Im Kampfgewühl wurde dem Burggrafen die Stirn mit einem Axthieb gespalten Er stürzte in den Graben von der Höhe der Mauer herab die sie mittels Sturmleitern erstiegen hatten Zur selben Zeit erlitt der Ritter in einer Bresche des Wehrgangs wo trotz der Dunkelheit Mann gegen Mann gekämpft wurde eine tödliche Verwundung Schon begannen die Christen zu weichen sich geschlossen zurückzuziehen Da warf die Maurin sich auf ihren Liebsten der sterbend am Boden lag nahm ihn mit einer Kraft die ihr die Verzweiflung und die Nähe der Gefahr verlieh in die Arme und schleppte ihn in den inneren Burghof hier drückte sie auf eine Feder und in dem Schlund der sich auftat verschwand sie mit ihrer kostbaren Last und stieg die Treppe zum unterirdischen Gang hinunter Kapitel 3 Als der Ritter wieder zu sich kam sah er sich um mit ihren Blicken Mich dürstet sagte er ich sterbe ich verbrenne und in seinem Wundfieber dem Vorläufer des Todes kamen über seine trockenen Lippen durch die der atemröchelnde Pfiff nur immer wieder die angstvollen Worte mich dürstet ich verbrenne Wasser Wasser Die Maurin wußte daß jenes unterirdische Gewölbe einen Ausgang hatte der ans Flußufer führte das Tal aber und alle Hänge rings umher waren voll maurischer Krieger nach der Einnahme der Festung fahndeten sie überall vergebens nach dem Ritter und seiner Geliebten um an ihnen ihren Rache durch zu stillen dennoch zauderte sie nicht einen Augenblick sie nahm den Helm des Sterbenden schlich sich wie ein Schatten durch das Gebüsch das die Mündung der Höhle verdeckte und stieg hinab an das Ufer des Flusses schon hatte sie Wasser geschöpft und wollte sich gerade wieder aufrichten um zu ihrem liebsten zurück zu kehren als ein Pfeil durch die Luft schwirrte mit einem gellenden Schrei brach sie zusammen obgleich zu Tode verwundet vermochte die Maurin den Eingang zur Höhle zu erreichen und sich durch den unterirdischen Gang zu der Stelle zu schleppen wo der Ritter lag als dieser sie blut überströmt und todes matt zurückkommen sah kam er wieder zur Besinnung er für die sie beide so hart büßen mussten die Augen gen Himmel gerichtet nahm er das Wasser das ihm seine geliebte bot ohne es jedoch an die Lippen zu führen und fragte die Maurin willst du eine Christin werden willst du in meinem Glauben sterben und wenn ich die ewige Seligkeit erlange mit mir selig werden die Maurin fast ohnmächtig infolge des Blutverlustes war zu Boden gesunken sie machte eine leise zustimmende Kopfbewegung worauf der Ritter über sie das Taufwasser ausgoß den Namen des Allmächtigen anrufend am anderen Tage sah der Krieger der den Pfeil abgeschossen hatte am Flußufer eine Blutspur er folgte ihr drang in die Höhle und fand die Leichname des Ritters und seiner Geliebten Noch heute kann man sie des Nachts zuweilen hier in der Gegend umgehen sehen Ende von Teil 7 Gelesen von Hokus Pokus Teil 8 von von Teufeln Geistern und Dämonen von Gustavo Adolfo Bekehr Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Das Weiße Reh Abschnitt 1 Kapitel 1 Zu Anfang des 14. Jahrhunderts lebte zurückgezogen von allem höfischen Treiben in einem kleinen Orte Aragoniens auf seiner Stammburg ein berühmter Ritter namens Don Dionis der nachdem er seinem König im Kampf gegen die Ungläubigen treu gedient hatte nun von den Strapazen des Krieges ausruhte und den Freuden des edlen Weidwerks huldigte Es begab sich, dass dieser Ritter einmal in den Bergen seines Lehnsgutes in Begleitung seiner Tochter, deren seltene Schönheit und ungewöhnlich weiße Hautfarbe ihr den Namen weiße Lilie eingetragen hatte, seiner Lieblingsbeschäftigung oblag. In der Verfolgung eines Stück Wildes begriffen hatten sie nicht bemerkt, dass die Sonne höher und höher gestiegen war, so dass sie nun, um den heißen Mittagsstunden zu entgehen, in ein enges Tal flüchten mussten, das ein kleiner Bach durchfloss, munter von Stein zu Stein dahin plätschernd. Don Dionis mochte wohl an die zwei Stunden an jenem lieblichen Orte weilen. Lang ausgestreckt im weichen Grase lag er im Schatten einiger Schwarzpappeln und plauderte behaglich mit seinen Jägern über die Ereignisse des Tages. Der eine erzählte gerade von mehr oder minder bedeutsamen Abenteuern, die er in seinem Weidmannsleben hatte bestehen müssen, als oben von dem steilen Hang, trotz Windesrauschen und Blättersäuseln des Leuten einer Schelle, wie sie die Leithammel tragen, vernehmbar wurde und näher und immer näher klang. Wirklich begannen, bald nachdem man das Geläute zuerst gehört hatte, durch das Gewirr von Lavendelbüschen und Thymianstauden etwa hundert schneeweiße Schafe herabzuklettern und über den Bach ans andere Ufer zu springen. Hinter ihnen kam, die Kappe weit übers Gesicht gezogen, um sich vor den senkrecht fallenden Sonnenstrahlern zu schützen und die Jacke an einem Stock über die Schulter tragend der dazugehörige Hirte. Als man seiner ansichtig wurde, sagte einer der Jäger zu Don Dionis, da wir gerade von allerlei seltsamen Abenteuern reden, hier habt ihr den Schäfer Stefan, der seit einiger Zeit ein noch viel größerer Trottel ist, als ihn der liebe Gott von Natur aus gemacht hat. Na, und das will was heißen. Der könnte euch angenehm die Zeit vertreiben, wenn er von der Ursache seiner ewigen Ängste erzählte. Was fehlt denn dem armen Kerl? fragte Don Dionis neugierig. Gar nichts fehlt ihm, versetzte der Jäger geringschätzig. Die Sache ist die, ohne dass er an einem Karfreitag geboren ist oder das Zeichen des Kreuzes trägt, aber auch ohne irgendwelche Beziehungen zu dem Teufel zu unterhalten, denn er benimmt sich ganz wie ein rechter Christenmensch, und ohne selbst zu wissen, wieso und woher besitzt er die wunderbarste Gabe, die je ein Mensch besessen hat, ausgenommen Gabe? Wie er behauptet, fuhr der Jäger fort, und er beteuert es und beschwört es beim Heiligsten auf Erden, will er gesehen haben, wie die Hirsche, die hier in den Bergen herumlaufen, sich heimlich zugeblinkt hätten, ihn nicht in Ruhe zu lassen. Das drolligste aber ist, dass er sie mehr als einmal dabei überrascht haben will, wie sie unter sich die Streiche verabredeten, die sie ihm spielen wollten, und dass er ihr schallendes Gelächter gehört zu haben glaubt, wenn ihnen einer von solchen Streichen gelungen war. Während der Jäger dies erzählte, hatte sich Konstanze, wie die schöne Tochter des Don Dionys hieß, der Gruppe der Jäger genährt. Und da sie ihre Neugier nicht verhehlte, Stephans merkwürdige Geschichte kennenzulernen, sprang einer auf und holte den Schäfer, der gerade seine Herde tränkte, herbei. Stephan war ein kräftiger Bursche von 18 bis 20 Jahren, mit einem zwischen den Schultern sitzenden Kopf, kleinen blauen Augen und einem unsicheren scheuen Blick, wie ihn die Albinos zu haben pflegen. Dazu war er stumpfnasig, hatte wulstige, immer halb geöffnete Lippen, eine niedrige Stirn und eine ursprünglich weiße, von der Sonne verbrannte Hautfarbe. Sein strähniges Haar, das ihm in langen Locken über die Augen fiel und das Gesicht umrahmte, war brandrot, wie die Mähne eines Fuchshengstes. Das waren so ungefähr Stephans äußere Kennzeichen. Was seine geistigen Eigenschaften betraf, so darf man ohne Furcht weder von ihm selbst noch von irgendjemand, der ihn kannte, widerlegt zu werden, behaupten, dass er bodenlos dumm war, wenn auch als echter Bauernjunge etwas argwöhnisch und schalkhaft. Als er vor seinem Herrn stand, begrüßte ihn dieser, gütig lächelnd und ihn bei Namen nennend, um dem armen Burschen über seine Verwirrung und sichtbare Verlegenheit hinweg zu helfen. Und als sich der Schäfer so weit gefasst hatte, richtete Don Dionys von Neuem an ihn das Wort und stellte im ernstesten Ton von der Welt und ein außerordentlich tiefes Interesse an den Einzelheiten seiner Erlebnisse vorschützend, eine Reihe Fragen, auf die Stefan anfangs nur ausweichender Antwort gab, als ob er wünschte, keine genauere Erklärung zu geben. Durch die Fragen seines Herrn und die Bitten Konstanzes jedoch, die am neugierigsten von allen zu sein und darauf zu brennen schien, dass der Schäfer seine erstaunlichen Abenteuer erzähle in die Enge getrieben, entschloss er sich zu regen. Bevor er aber anfing, sah er sich misstrauisch um, als ob er befürchte, noch von anderen als den Anwesenden gehört zu werden, kratzte sich drei- oder viermal den Kopf, wie um seine Erinnerungen zu sammeln und sich die Worte zu überlegen und begann darauf zu erzählen. Die Sache ist nämlich die hohe Herr oder der Umstand der, dass mit dem Teufel, wie mir ein Priester in Tarazona gesagt hat, den ich vor kurzem wegen meiner Zweifel um Rat gefragt, durchaus nicht zu spaßen ist. Vielmehr immer hübsch still sein, recht viel zum heiligen Bartholomeus beten, der am besten weiß, wo der Satan kitzlig ist, und ihn ruhig seines Weges ziehen lassen. Denn der liebe Gott ist gerecht und wird von oben herab schon für alles Preis in der Welt und zu keinem Menschen hierüber ein Wort verlauten zu lassen. Ich will es heute mal tun, um eure Neugier zufriedenzustellen und alles, was recht ist, für den Fall, dass der Teufel es mir hinterher krumm nehmen sollte und mich zur Strafe für meine Schwarzhaftigkeit wieder behelligt, trage ich in meinem Schafspelz ein gutes Evangelienbüchlein eingenäht. Na, und mit dessen Hilfe, denke ich doch, wird mir auch, wie schon bei ähnlichen Gelegenheiten, mein Knüppel nicht ganz ohne Nutzen sein. Aber weiter, weiter, rief Don Dionys ungeduldig über die Weitschweifigkeit des Schäfers, der, wenn er sofort fuhr, überhaupt nicht zu Ende zu kommen drohte. Lass die Umwege und komm schnurstracks auf die eigentliche Geschichte zu sprechen. Auf die komme ich jetzt, erwiderte Stefan bedächtig. Aber erst rief er laut und pfiff seine Schafe zuhauf, die er keine Minute aus den Augen ließ und die schon anfingen, sich über die Hänge zu zerstreuen. Darauf kratzte er sich abermals den Kopf und fuhr fort zu erzählen. Zum Teil infolge eures ewigen Jagens, zum Teil infolge des wahllosen Abschießens durch die Wildschützen, die ja mit ihren Schlingen und mit ihrer Armbrust auf 20 Meilen in der Runde kein Wild am Leben lassen, war vor nicht langer Zeit der Wildbestand in diesen Bergen so weit gesunken, dass man auch nicht ein Stück mehr zu sehen bekam und wenn man ein Auge aus dem Kopf darum gegeben hätte. Ich sprach damals darüber im Dorf mit ein paar Knechten, die in Veratonnen auf dem Felder arbeiteten und mit denen ich jeden Sonntag, wenn die Messe aus ist, eine Weile vor der Kirche zu sitzen pflege. Und einer von ihnen sagte mir da, wie kann das bloß angehen, Mensch, dass du auf kein einziges Stück Wild stößt. Wir nämlich können dir versichern, dass wir auch nicht ein einziges Mal aufs Feld kommen, ohne Spuren zu finden. Erst vor drei oder vier zwanzig Tieren bestanden haben muss, dem Küster von der heiligen Jungfrau zu Rosmarin einen Schlag Weizen abgemäht, wo es noch gar nicht an der Zeit war. Und wohin führten die Spuren, fragte ich die Knechte, um zu sehen, ob ich nicht das Rudel aufspüren könnte. Ins Lavendeltal, erwiderten sie. Na, ich steckte den Bescheid denn auch in keinen zerrissenen Sack hörte ich, bald hier, bald da, bald nah, bald fern, die Hirsche schreien und sich einander zurufen. Manchmal vernahm ich auch dicht hinter mir ein Rascheln im Laubwerk, aber so sehr ich mein Auge auch aufriss, ich muss gestehen, ich kriegte kein Stück Wild zu Gesicht. Als ich dann bei Tagesanbruch die Schafe hier ans Bachufer trieb, etwa zwei Schleuder weiter aufwärts fand ich in einer Pappeldichtung, in die selbst am Mittag kein Sonnenstrahl dringt, frische Rotwildspuren. Auch waren ein paar Zweige abgebrochen, das Wasser war noch trübe und das Merkwürdigste von allem, zwischen den Spuren der Tiere entdeckte ich die Abdrücke von ganz kleinen menschlichen Füßen, die ohne Übertreibung nicht größer sein konnten als die Hälfte meiner Hand. Bei diesen Worten schaute der Bursche sich unwillkürlich um, wie wenn er etwas suchte, das er zum Vergleich heranziehen könnte. Dabei fiel sein Blick auf Konstanzes Füße, die mit kostbaren Schuhen aus gelbem Safian bekleidet unter ihrem Gewand hervorsahen. Aber gleichzeitig mit Stefan blickten auch Don Dionis und ein paar seiner Jäger dorthin. Schnell versteckte das schöne Mädchen die Füße und rief im natürlichsten Tone der Welt Oh nein, ich habe leider nicht so niedliche Füße, die finden sich bloß bei den Feen, von denen uns die fahrenden Sänger erzählen. Damit ist die Geschichte aber keineswegs zu Ende, fuhr der Schäfer nach Konstanzes Einwendung fort. Ich legte mich nämlich abermals auf die Lauer und zwar in einem anderen Versteck, wo die ich gegen Mitternacht ein bisschen ein, jedoch nicht so tief, dass ich nicht im selben Augenblick die Augen aufgemacht hätte, wo ich neben mir ein Knacken im Unterholz zu hören vermeinte. Wie gesagt, ich öffnete die Augen. Ganz leise richtete ich mich auf und lauschte angestrengt auf das verworrene Gemurmel, das immer näher zu kommen schien. Auch trug der Wind so etwas wie ein Schreien oder eigentümliches Singen zu mir herüber, Gelächter und drei oder vier verschiedene Stimmen, die miteinander sprachen, und das mit einer Lebhaftigkeit und einem Geplapper, wie wenn Mädchen aus dem Dorf scherzend und lachend und die Krüge auf dem Kopf in Scharen vom Brunnen heim kehren. Wie ich aus der Nähe der Stimmen und dem Knacken der Zweige schloß, die unter den Tritten jenes rätseligen Rudels zerbrachen, kamen die Tiere aus der Dickung und wandten sich nach einer kleinen Matte, die der Berg in der Nähe meines Verstecks bildete. Und da vernahm ich unmittelbar hinter mir, nicht weiter ab, als wir hier auseinander sind, eine neue Stimme, frisch und hell wie Glocken klang, und wollt ihr glauben, ihr Herren, was diese Stimme sagte, also ich hörte, und das ist so sicher, wie dass ich einmal sterben muss, sie klar und deutlich sagen, kommt schnell, kommt schnell, ihr Schwestern, da sitzt ja der dumme Stefan. Nun konnten die Zuhörer, deren Augen schon lange schelmisch geleuchtet hatten, sich nicht länger des Lachens erwehren. Sie ließen ihrer guten Laune die Zügel schießen und brachen in die damit aufhörten, waren Don Dionis, der sich trotz seiner angenommenen Ernsthaftigkeit ungewollt an der allgemeinen Heiterkeit beteiligen mußte, und seine Tochter Constanze, die immer wieder, so oft sie Stefan so verdutzt und verlegen dastehen sah, wie toll zu lachen begann, bis ihr die Tränen aus den Augen rannen. Obwohl nun der Schäfer der Wirkung seiner Erzählung durchaus keinen Wertbeimaß, schien er aufs Höchste bestürzt und erregt, und während die Herren nach Herzenslust über seine Einfalt lachten, sah er sich mit offenbaren Anzeichen von Furcht nach allen Seiten um, als ob er durch das Gewirr der Stämme irgendetwas zu erspähen trachtete. Was ist denn Stefan, was hast du denn? fragte ihn einer der Jäger, als bald sich in fassungslosem Staunen umschaute. Ich weiß nicht, aber es ist sonderbar, brachte Stefan heraus. Als ich nämlich die so eben wieder gegebenen Worte vernommen hatte, erhob ich mich eiligst um die Person, die so gesprochen hatte, zu entdecken, und da sprang aus dem selben Gebüsch, in dem ich mich versteckt gehalten hatte, ein schneeweißes Reh hervor, setzte mit ein paar kühnen Sprüngen über Eichengestrüpp und Mastiksträucher und weg war es, und hinter ihm drein ein ganzes Rudel Rehe, Rehe von der gewöhnlichen Farbe, und ebenso wie das Weiße, das sie führte, fiepten diese nicht etwa beim Fliehen, nein, sie brachen in menschliches Gelächter aus, und ich möchte darauf schwören, dass mir dies Lachen noch in diesem Augenblick in den Ohren klingt. Ach was, Stefan, rief Don Dionys belustigt, befolge du nur den Rat, den dir der Priester in Tarazuna gab, sprich nicht von deiner Begegnung mit den lachlustigen Rehen, sonst mischt sich am Ende noch der Teufel ins Spiel und du verlierst das bisschen Verstand, das du noch hast. Mit einem Evangelienbüchlein hast du ja vorgesorgt und die Gebete des heiligen Bartholomeus kennst du auch, also geh du nur wieder zu deinen Schafen, sie fangen schon an talabwärts zu laufen, sollten die bösen Geister dich wieder belästigen, so weißt du ja das Gegenmittel, ein Vaterunser und ein Schlag mit deinem Knüppel. Nachdem der Schäfer seiner Ledertasche ein halbes Weißbrot und ein Stück Wildschwein braten, sowie seinem Magen einen gehörigen Schluck Wein einverleibt hatte, das ihm auf Geheiß seines Herrn von einem der Reitknechte verabfolgt worden war, nahm er von Don Dionis und seiner Tochter Abschied und kaum war er vier Schritte gegangen, als er auch schon anfing die Schleuder zu schwingen und mit Steinwürfen die Schafe zusammen zu treiben. Nun gewahrte auch Don Dionis dass inzwischen die ärgste Hitze vorüber gegangen war und ein kühles Nachmittagslüftchen durch die Blätter der Pappeln und über die Landschaft strich. Er gab daher seinem Gefolge zu Befehl die Pferde die frei umher liefen und im Walde grasten wieder zu satteln. Darauf ließ er die Meute los koppeln und in die Hörner stoßen und als bald verließ die ganze Schar das Pappel Gehölz und nahm die unterbrochene Jagd wieder auf. Kapitel 2 Unter den Jägern des Don Dionys war einer namens Garcias Sohn eines alten Dieners der Familie und deshalb seiner Herrschaft der Liebste von allen. Garcias stand mit Constanze ungefähr im gleichen Alter und schon von klein auf hatte er sich daran gewöhnt ihr auch den geringsten ihrer Wünsche von den Augen abzulesen und eine jede ihrer Launen zu befriedigen. In seinen Musestunden war es ihm eine Freude mit eigener Hand die spitzen Pfeile ihres Elfenbananen Köchers zu schärfen. Er ritt die Füllen ein, die seine Herrin tragen sollten. Er richtete ihre Lieblingshunde für allerlei Jagdkünste ab, lernte ihre Falken an und kaufte ihnen auf den Märkten Kastiliens rote goldverbrämte Hauben. In Folge dieser ungewöhnlichen Dienstwilligkeit und der Vergünstigungen, die Garcias deswegen bei seiner Herrschaft genoss, hatte er sich bei den anderen Jägern, den Knappen und dem niederen Burg Gesinde recht unbeliebt gemacht. Nach Meinung der Neider enthüllte sich in all diesen Aufmerksamkeiten und Bemühungen, jeder Laune seiner Herrin zuvor zu kommen, seine Speichelleckerei und sein kriecherisches Wesen. Die Gewitzteren indessen und die Boshaften glaubten in dem Eifer des dienstbeflissenen Jünglings gewisse Anzeichen für eine schlecht verhielte Liebe zu erblicken. Wenn es wirklich so war, so fand Garcias für seine heimliche Neigung hinreichend Entschuldigungsgründe in Konstanzes unvergleichlicher Schönheit. Er hätte ja auch eine Brust von Stein und ein Herz von Eis haben müssen, um einen Tag um den anderen an der Seite dieses Weibes gefühllos zu bleiben, einer Frau, deren Schönheit und Anmut nicht ihres gleichen hatte. Die weiße Lilie von Moncaio wurde sie auf 20 Meilen in der Runde genannt, und diesen Beinamen verdiente sie auch, denn sie war so zart, so weiß und so blond, als hätte sie Gott wie die Lilien aus Schnee und Gold geschaffen. Trotzdem munkelte man unter den benachbarten Lein von Veraton nicht so reinen Blutes sei, wie sie schön war, und dass sie trotz ihrer blonden Flechten und ihrer Alabaster Haut zur Mutter eine Zigeunerin gehabt habe. Wie viel Wahres an diesem Gerede war, vermochte niemand zu sagen. Don Dionys hatte allerdings eine ziemlich abenteuerliche Jugend hinter sich. Nachdem er lange unter dem Könige von Aragonien gekämpft hatte, wofür er als Lehen erhielt, war er nach Palästina gegangen. Hier führte er mehrere Jahre das Leben eines fahrenden Ritters. Und als er schließlich heimkehrte, um sich auf seine Burg in Veraton zurück zu ziehen, brachte er eine kleine Tochter mit, die höchst wahrscheinlich in jenem fernen Lande geboren war. Der Einzige, der etwas über Konstanzes geheimnisvolle Herkunft hätte aussagen können, weil er Don Dionis auf seinen weiten Ritterfahrten begleitet hatte, war Garcias Vater. Aber der war schon vor geraumer Zeit gestorben, ohne selbst seinem Sohn ein einziges Wort hierüber mitgeteilt zu haben, obwohl ihn diese oft genug inständig darum gebeten hatte. Was dazu beitrug, das Geschwätz der Nachbarn zu nähren, war Konstanzes eigenartiges Wesen, das ebenso bald in schwermütige Versunkenheit schlagen konnte. Waren der kühne Schwung ihrer Gedanken, ihrer absonderlichen Launen, ihre fremdländischen Gewohnheiten, ja selbst die Eigentümlichkeit, dass sie rabenschwarze Augen und brauen hatte, während ihr Gesicht weiß und ihr Haar goldblond war. Selbst Garcias, so treu ergeben er ihr auch war, hatte sich schließlich der Überzeugung nicht verschließen können, dass seine Herrin etwas Besonderes vorstellte und sich von den übrigen Frauen wesentlich unterschied. Unter all den Jägern, die Stephans Erzählung mit angehört hatten, war Garcias wohl der Einzige, der den Einzelheiten jenes unglaublichen Abenteuers mit wirklicher Neugier gelauscht hatte. Wenn er auch unwillkürlich hatte lächeln müssen, als der Schäfer die Worte des weißen Rees wiederholte, begann er dennoch, sobald sie vom Rastplatz im Gehölz aufgebrochen waren, in seinem Hirn die närrischsten Gedanken zu wälzen. Es kann kein Zweifel sein, dass all das von den sprechenden Rehen eine bloße Einbildungsdefanz dieses völligen Idioten ist, sagte sich der junge Jäger, während er auf seinem kräftigen Fuchs Schritt für Schritt hinter dem Zelter Konstanzes ritt, die übrigens ebenfalls ein wenig zerstreut und nachdenklich zu sein schien und, ohne viel Anteil an der allgemeinen Fröhlichkeit zu nehmen, sich etwas abseits von der Jagdgesellschaft hielt. Wer aber darf sagen, dass in dem, was dieser Trottel erzählt, gar nichts Wahres sei, überlegte der Jüngling weiter. Viel seltsamere Dinge haben sich schon auf der Welt zugetragen, warum sollte es nicht ein weißes Reh geben, das ja auch, wenn man den Volkssagen Glauben schenken darf, St. Hubertus, der Schutzpatron der Jäger ein solches besaß. Oh, wenn ich doch einmal ein weißes Reh lebendig fangen könnte, um es meiner Herrin zu bringen. Mit solchen Gedanken und Erwägungen vertrieb sich Garcias die Nachmittagsstunden, und als die Sonne schon hinter die Kuppen der nahen Berge zu kriechen begann und Don Dionis seine Leute kehrt machen und in die Burg zurückkehren hieß, trennte er sich unbemerkt von den übrigen und machte sich durch Dorn und Dickung auf die Suche nach dem Schäfer. Ende von Teil 8 Gelesen von Hocus Pocus Teil 9 von von Teufeln Geistern und Dämonen von Gustavo Adolfo Becker Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Das Weiße Reh Abschnitt 2 Es war beinahe schon dunkle Nacht als Don Dionis vor den Toren seiner Burg ankam Augenblicklich ließ er sich ein einfaches Abendessen auftragen und setzte sich mit seiner Tochter zu Tisch Wo bleibt denn Garcias? fragte Constanze als sie gewahr wurde dass ihr Leibjäger nicht zur Stelle war um sie wie gewöhnlich beim Essen zu bedienen Ja wir wissen es auch nicht erwiderten die anderen Jäger Er war schon bald nach dem Aufbruch im Tal nicht mehr unter uns und seitdem haben wir ihn noch nicht wieder gesehen In diesem Augenblick kam Garcias ganz außer Atem und schweißbedeckt hereingestürzt aber mit dem fröhlichsten und zufriedensten Gesicht von der Welt Verzeiht Herrin bat er Constanze Verzeiht mir dass ich für einen Augenblick meine Pflicht vernachlässigt habe aber dort woher ich in rasendem Galopp komme war ich nicht weniger als hier euch zu dienen bemüht Mir zu dienen fragte Constanze Ich verstehe nicht was du meinst Doch Herrin euch zu dienen beharrte der Jüngling denn ich habe herausgebracht dass das weiße Reh wirklich existiert außer Stefan versichern es noch andere Hirten und schwören es mehr als einmal gesehen zu haben mit ihrer Hilfe und Gottes Beistand und unter dem Schutz meines Patrons St. Hubertus hoffe ich dass ich es euch binnen drei Tagen lebendig oder tot auf die Burg bringen werde Ach was rief Constanze spöttisch während alle Anwesenden in mehr oder weniger lautes Gelächter ausbrachen Laß das nächtliche jagen und kümmere dich nicht um weiße Rehe bedenke dass der Teufel es darauf angelegt hat die Dummen zu versuchen und wenn du dich erkühnst ihm auf die Hacken zu treten wird er sich mit dir gerade so einen Spaß erlauben wie mit dem armen Stefan Herrin brachte Garcias stockend hervor indem er nach Möglichkeit seinen Zorn über das spöttische Lachen seiner Gefährten zu verbergen trachtete ich bin noch niemals mit dem Teufel zusammen gewesen weiß daher auch nicht wie er sich benimmt aber ich schwöre es bei meiner Ehre dass er sich alles andere eher mit mir erlauben wird als einen Spaß denn dieses vorrecht räume ich nur euch ganz allein ein constanze war sich der wirkung wohl bewusst die ihre sticheleien auf den in sie verliebten jüngling ausübten es verlangte sie aber danach seine geduld auf die äußerste probe zu stellen und wenn nun in dem augenblick wo du auf das weiße Reh anlegst fragte constanze ihn im selben spöttischen ton es dich mit einem lachen begrüßt wie es stefan vorgenommen hat oder wenn es dir geradewegs ins gesicht lacht und wenn dir bei solch einem übernatürlichen gelächter die armbrust aus den händen fällt und wenn es dann schneller als der blitz davon huscht bevor du dich vor dem schrecken erholen kannst oh rief garcias was dies betrifft so dürft ihr versichert sein wenn ich das tier erst einmal in schußweite habe so wird es mir nicht ohne einen pfeil im leibe entwischen und sollte es mehr grimassen schneiden als ein postenreißer und mich nicht allein auf spanisch anreden sondern wieder abt von monilla auf lateinisch jetzt mischte sich auch don dionis ins gespräch und mit einem verzweifelten ernst da die ganze ironie seiner worte durchblicken ließ fing er an dem ohnehin schon verärgerten burschen für den fall dass er unversehens mit dem in ein weißes reh verwandelten teufel zusammentreffen sollte die originellsten ratschläge von der welt zu erteilen bei jedem neuen einfall ihres vaters richtete konstanze ihren blick auf den tief betrübten garcias und brach immer wieder in tolles gelächter aus in dem die anderen jäger die spöttereien noch durch verständnisvolle blicke und offensichtliche schadenfreude verstärkten diese hänseleien dauerten während der ganzen mahlzeit an wobei die leichtgläubigkeit des jungen jägers sozusagen das obligatorische thema der allgemeinen heiterkeit bildete nachdem abgedeckt worden war don dionis und konstanze sich in ihre gemächer zurückgezogen und die übrigen burg insassen sich zur ruhe begeben hatten blieb garcias noch eine geraume weile unentschlossen sitzen und überlegte ob er trotz der späße seine herrschaft fest auf seinem vorsatz beharren oder den plan gänzlich aufgeben sollte zum teufel rief er endlich sich aus dem zustand seiner unschlüssigkeit herausreißend schlimmeres als was mir soeben widerfahren ist kann mir nicht geschehen und wenn es nun doch wahr sein sollte was uns stefan erzählt hat ei wie will ich dann meinen triumph auskosten damit nahm er seine armbrust machte über den spitzen der pfeile das zeichen des kreuzes warf sich die waffe über die schulter und schlich sich durch eine seitenpforte aus der burg um den berge zu berge zu nehmen als gassias in der tals schlucht ankam wo er nach stefans angaben auf das erscheinen der rehe warten sollte ging gerade der mond hinter den nahen kuppen auf als guter erfahrener jäger schritt er bevor er einen geeigneten platz zum auflauern des wildes einnahm erst eine geraume weile die umgebung ab prüfte die fußwege und saumpfade den standort der bäume die beschaffenheit des bodens und die krümmungen und die tiefe des baches nachdem er so alles ringsum auf das genaueste untersucht hatte kauerte er sich in einer kleinen senkung unter einigen hohen dicht belaubten pappeln nieder hinter einigen mastix sträuchern die hoch genug waren um einen auf der erde hockenden menschen zu verbergen der bach der weiter oben aus bemoosten felsen hervorsprudelte und sich durch die schluchten des man kajo windend aus beträchtlicher höhe ins tal herab fiel umspülte die weiden an seinem ufer plätscherte lustig dahin zwischen fels und geröll und ergoß sich unweit des ortes wo der jäger versteckt war in eine art kessel um dieses staubecken herum bildete laubwerk eine dichte wand dort standen pappeln deren silberne blätter lieblich flüsterten weiden die sich tief hinab beugten und die spitzen ihrer biegsamen zweige im klaren wasser badeten steineichen in dichten gruppen an deren stemmen sich geißblatt und blaue marienglocken emporrangten das dichte laubdach das den bach in schatten hüllte schwankte im winde und ließ von zeit zu zeit einen flüchtigen mondstrahl durchblitzen der dann wie ein silberner blitz auf den tiefen unbewegten wassern verzitterte versteckt im gebüsch lauschte garcias angestrengt auf das geringste geräusch und wandte keinen blick von der stelle wo seine berechnung nach die rehe auftauchen mussten schon eine geraume weile wartete er vergebens alles ringsumher war in tiefes schweigen versunken da die nacht schon zur hälfte verstrichen war begann sich allmählich bei ihm die müdigkeit einzustellen dazu das gleichmäßige murmeln des baches der berauschende duft der waldblumen das säuseln des windes dies alles lullte ihn in jene süße schläfrigkeit in der die ganze natur befangen schien und so mußte denn der verliebte bursche der sich bis jetzt damit unterhalten hatte sich die vielversprechendsten zukunftsbilder auszumalen wahrnehmen wie sein hirn immer langsamer zu arbeiten begann und seine gedanken immer undeutlichere und verschwommenere formen annahmen eine weile noch wiegte er sich in diesem dämmer zustand der die brücke vom wachen zum schlafen bildet schließlich aber schloss er die augen ließ die armbrust aus der hand gleiten und fiel in einen tiefen schlaf zwei oder drei stunden mochten schon vergangen sein dass der junge jäger in aller sorglosigkeit schnarchte und einen der schönsten träume seines Lebens träumte als er plötzlich erschreckt die Augen öffnete und sich halb aufrichtete noch ganz benommen von jenem dumpfen Gefühl das sich einstellt wenn man plötzlich aus tiefem schlummer erwacht es war ihm als vernehme er im wehen des windes und in den leisen geräuschen der nacht ein seltsames durcheinander von feinen stimmen die süß und geheimnisvoll untereinander sprachen lachten oder sangen jede für sich und nach verschiedener weise so dass es dem wirren gezwitscher von vögeln ähnelte wenn sie beim ersten sonnenstrahl im gezweige der bäume erwachen aber nur einen augenblick waren diese seltsamen laute zu hören danach versank alles wieder in schweigen wahrscheinlich hab ich nur von dem dummen zeug geträumt das uns der schäfer erzählt hat beruhigte sich garcias und rieb sich behaglich die augen in der festen überzeugung dass alles was er gehört zu haben glaubte nichts anderes sei als die flüchtige spur des traumes die beim erwachen in der einbildung zurück bleibt so wie im ohr die letzte kadenz einer melodie nachdem die letzte note zitternd verklungen ist und von der unwiderstehlichen schläfrigkeit beherrscht die ihm in den gliedern lag wollte er gerade wieder den kopf ins gras legen als er von neuem den fernen hall jener geheimnisvollen stimmen vernahm und nun hörte er wie sie im chor zum rauschen des wassers des windes und der blätter sangen der bogenschütz der hoch oben auf dem turme wache hielt hat sein müdes haupt auf die mauer gelegt den jäger in seinem versteck der das wild zu überraschen gedachte hat der schlaf überrascht der hirt der die stunden der nacht aus dem stand der gestirne abliest schlummert nunmehr und wird schlummern bis tages anbruch königin der undinen herbei und folge unseren schritten wiege dich auf den zweigen der weiden über dem wasser berausche auch du dich am duft der im schatten blühenden feilchen komm und genieße die nacht denn sie sind der tag für die geister solange die lieblichen klänge dieser köstlichen musik die luft erfüllten blieb gassias unbeweglich sitzen dann als sie verhallt war bog er mit größter vorsicht ein wenig die zweige auseinander und sah nicht ohne überraschung die rehe im rudel daher kommen mit unglaublicher behändigkeit setzten sie hier über Buschwerk blieben dort stehen um zu lauschen spielten miteinander verbargen sich im dickicht tauchten wieder auf dem fußpfad auf und kamen so den hang herunter gesprungen mit der richtung auf die stelle wo sich der bach staute den anderen tieren voran sprang das weiße reh es war behänder und leichtfüßiger lieblicher und lustiger anzusehen als alle zusammen es hüpfte und rannte stand und lief weiter so leicht als ob seine füße den boden gar nicht berührten und seine seltene farbe stach wie ein fantastisches licht von dem dunklen grunde der blätter ab obwohl der jüngling sich geneigt fühlte in dem was er vor sich hatte etwas wunderbares und übernatürliches zu erblicken musste er sich sagen dass abgesehen von der kurzen betäubung die einen augenblick seine sinne getrübt hatte ihm Musik noch an ihren bewegungen noch an den kurzen schreien womit sie einander zu rufen schienen etwas war was einem an nächtliches pürschen gewöhnten jäger nicht schon hätte vertraut sein müssen nachdem sich das erste staunen gelegt hatte war gassias sogar davon überzeugt dass es sich so verhielt innerlich noch über seine furcht und leichtgläubigkeit lächelnd hatte er fortan nur noch im auge den genauen standort der rehe festzustellen wobei er die richtung berücksichtigte die sie eingeschlagen hatten mit seiner rechnung im klaren nahm er seine armbrust zwischen die zähne kroch wie eine schlange durch das maxis gesträuch und blieb etwa vierzig schritt von der stelle liegen wo er sich bisher verborgen hatte und nachdem er es sich in seinem neuen versteck bequem gemacht hatte wartete er den geeigneten zeitpunkt ab um sobald die rehe am wasser wären einen sicheren schuss zu tun kaum drang dies eigenartige geräusch von durchschrittenem und heftig aufgewühltem wasser an sein ohr als sich garcias auch leise leise und unter größter vorsicht erhob indem er sich zuerst auf die fingerspitzen und dann auf ein knie stützte schon stand er aufrecht noch einmal tastete er seine waffe ab ob alles in ordnung sei tat einen schritt vorwärts reckte den hals über das gesträuch bis er den stau teich übersehen konnte und spannte die armbrust aber im selben augenblick als er die armbrust spannte und nach der beute ausschau hielt entrang sich seinen lippen unwillkürlich ein leiser schrei der verwunderung der mond war langsam höher sein milder schein ergoß sich über die bäume bestrahlte den bewegten spiegel des baches und ließ alle dinge wie durch einen blauen schleier sehen die rehe waren verschwunden an ihrer stelle erblickte garcias mit verwunderung ja fast mit bangen eine schar wunderschöner mädchen tendeln stiegen die einen ins wasser während andere gerade die letzten hüllen abstreiften die den schatz ihrer schönen glieder noch den lüsternen blicken verbargen was sich hier den überraschten augen garcias darbot war ein bild wie es ein zwanzigjähriger jüngling selbst in den glühendsten farben der fantasie sich nicht hätte ausmalen können war schöner noch als all die lieblichen wollüstigen träume die der leise unruhige morgenschlummer beschert diese himmlisch reinen träume die beglückend sind wie das tageslicht das dann durch die hellen bettvorhänge schimmert als sich nun alle ihre kleider und tausendfarbigen schleier entledigt sie an die bäume gehangen wo sie im dunkel hell hervorstachen oder achtlos auf den rasenteppich geworfen hatten begannen die mädchen nach herzenslust im gehölz herumzutollen stürzten sich in den bach und kletterten wieder heraus so dass das wasser hoch aufspritzte und die blumen am ufer mit einem feinen regen funkelnder tautropfen übergoß hier tauchte eins von ihnen weiß wie ein lämmchen mit ihrem blonden kopf zwischen den grünen schimmernden blättern einer wasserpflanze auf wie eine halbgeschlossene blüte an biegsamem stängel den man eher errät als unter den zahllosen leuchtenden wasserkreisen erzittern sieht dort schaukelte sich ein anderes mädchen dem das offene haar über die schultern fiel an dem zweige einer weide der über den bach hing und die kleinen rosigen füße rissen eine silberne narbe in den glatten wasserspiegel so oft sie ihn berührte und während die einen am ufer lagen die blauen augen halb geschlossen sich am duft der blumen berauschend und leicht erschaudernd unter dem frischen nachtwind wirbelten sich die anderen in lustigem reigen herum launig die hände ineinander geschlungen den kopf mit entzückender nachlässigkeit in den nacken geworfen und im tanzschritt mit den füßen den boden berührend es war unmöglich all ihren schnellen bewegungen zu folgen unmöglich mit einem blick die immer wechselnden bilder zu erfassen die einen liefen durch das gewirr der bäume spielend und mit frohem lachen einander jagend die anderen furchten das wasser wie schwäne die flut mit ihren starren brüsten zerteilend wieder andere tauchten hinab in die tiefe blieben eine zeitlang unter wasser um dann mit einer jener seltenen blumen wieder hoch zu kommen die verborgen auf dem grund der tiefen gewässer wachsen mit staunendem blick starrte der jäger bald hierhin bald dorthin ohne an einem punkt verweilen zu können schließlich fiel sein auge auf eine gruppe von mädchen von denen immer eins schöner war als das andere von ihnen umringt unter einem grünen laubdach das gleichsam als thronhimmel diente saß eins dem die anderen halfen die feinen leichten gewänder abzustreifen und in diesem mädchen glaubte garcias den gegenstand seiner heimlichen liebe zu erkennen die tochter seines edlen herrn don dionis die unvergleichlich schöne konstanze von einer überraschung in die andere fallend wagte der verliebte jüngling nicht einmal seinen eigenen augen glauben zu schenken er meinte er stünde unter dem einfluss eines sinnverwirrenden trügerischen traums vergebens aber suchte er sich davon zu überzeugen dass alles was er erblickte nur das erzeugnis seiner überreizten einbildung wäre je länger und genauer er hinsah desto mehr wurde er davon überzeugt dass jenes mädchen wirklich konstanze sei nein er konnte nicht länger zweifeln das waren ihre schwarzen augen das ihre langen wimpern die sie beschatteten und doch kaum ausreichten das feuer ihrer blicke abzuschwächen das war ihr reiches blondes haar das ihre stirn umkränzte und ihr wie eine flut über die rundlichen schultern und weißen brüste fiel das ihr lieblicher hals auf dem ihr zartes köpfchen saß leicht von übergebeugt wie eine blume die sich unter der last der tautropfen beugt und das waren auch ihre üppigen formen von denen er so manches mal geträumt hatte dass ihre hände die wie ein strauß jasminblüten aussahen dass ihre winzigen füße die nur mit zwei stückchen schnee vergleichbar sind welche die sonne nicht hat schmelzen können und die morgens weiß zwischen dem grün hervorleuchten in dem augenblick als konstanze aus dem gebüsch trat und des letzten schleiers beraubt ihrer schönheit verborgene schätze den augen ihres verehrers preis gab begannen ihre gespielinnen aufs neue zu einer wunderfeinen melodie im chor zu singen genien der luft des leuchtenden äthers bewohner kommt herbei in silbernen nebel gehüllt unsichtbare sylphen entsteigt dem kelch der halb geöffneten lilie und kommt in eurem perl mutter gespann von schmetterlingen gezogen quellgeister ihr verlasst euer mosiges bett und fallet auf uns herab in rieselndem perlenregen smaragdene käfer leuchtende glühwürmchen schwarze falter kommt alle herbei kommt alle alle herbei ihr geister der nacht kommt wie ein summender schwarm goldfunkelnder kerven kommt schon leuchtet das große gestirn der geheimnisse treuer behüter in der ganzen fülle seiner schönheit kommt denn die stunde ist da für die wunderbare verwandlung kommt denn die die euch lieben erwarten euch schon voller sehnsucht garcias verharrte noch immer regungslos aber schon als er den geheimnisvollen gesang hörte fühlte er wie sich ihm die natter der eifersucht ins herz fraß und einem triebe gehorchend der stärker war als sein wille dem verlangen mit einem schlager den ganzen zauber zu zerstören der seine sinne benahm bog er mit krampfhaft zitternder hand das gezweige auseinander das ihn so lange verborgen hatte und mit einem einzigen satz sprang er ans ufer des baches der zauber war fort alles war fort zerflossen wie nebel und dunst und wohin er auch blickte nichts war zu sehen das einzige was er vernahm war das lauter getrappel der aufgescheuchten rehe die beim schönsten ihrer nächtlichen spiele überrascht entsetzt vor ihm flüchteten die einen hierhin die anderen dorthin über die büsche hinweg und den wilder jagt den hang hinauf o ich wußte ja nur zu gut daß alles blendwerk des teufels war rief der jäger aber zum glück war er diesmal nicht flink genug und hat das beste stück in meine hand gelassen und wirklich war es so in der absicht durch das gehölz zu entkommen hatte sich das weiße reh in das gewirr der zweige und sträucher geworfen war in einem netz von geißblatt ranken hängen geblieben und suchte nun vergebens sich frei zu machen schon legte garcias an da im selben augenblick als er den pfeil abschießen wollte wandte sich das reh nach dem jäger um und rief ihm mit klarer heller stimme zu garcias was tust du der jüngling schwankte zauderte einen augenblick und ließ erschreckt bei dem bloßen gedanken seine geliebte herrin beinahe getötet zu haben die armbrust auf den boden fallen ein schallendes helles gelächter riß ihn aus seiner betäubung das weiße reh hatte jenen kurzen augenblick benutzt um sich loszumachen und rannte nun schnell wie der blitz davon über den streich lachend den es dem jäger gespielt hatte ah du verdammte teufels brut rief dieser mit fürchterlicher stimme und hob die armbrust mit unglaublicher schnelligkeit auf zu früh hast du gejubelt zu früh hast du dich außer schussweite geglaubt und mit diesen worten schoss er den pfeil ab schwirrend flog dieser davon und verlor sich im dunkel der bäume aber im selben augenblick gelte dort her ein schrei dem verhaltenes stöhnen folgte mein gott rief garcias als er das ängstliche wimmern vernahm mein gott wenn es wahr wäre und außer sich fast wahnsinnig vor entsetzen und ohne sich recht über das geschehene klar zu werden stürzte er davon der richtung seines pfeiles folgend endlich kam er dort an da aber sträubte sich ihm vor grauen das haar die worte blieben ihm in der kehle stecken und er musste sich an einen baumstamm klammern um nicht umzusinken am abhang zwischen dem spitzen dornen gestrüpp lag konstanze in ihrem blut und gab von seiner hand tödlich getroffen vor seinen augen ihren geist auf ende von teil 9 gelesen von hukuspokus teil 10 von von teufeln geistern und dämonen von gustavo adolfo becker diese librivox aufnahme ist in der public domain das miserere vor einigen monaten besuchte ich die berühmte abtei in fitero als ich dort in der verwahrlosten bibliothek herumstöberte entdeckte ich in einem winkel zwei oder drei hefte mit noten schon ziemlich alt und verstaubt und von ratten zernagt es war ein miserere ich verstehe zwar nichts von musik aber ich liebe sie so sehr dass ich bisweilen eine opernpartitur in die hand nehme und geschlagene stunden darin herumplättere ich betrachte die mehr oder weniger dicht gedrängten noten gruppen die striche bogen dreiecke und die anderen zeichen schlüssel genannt und das alles ohne einen deut zu begreifen und auch nur den geringsten nutzen daraus ziehen zu können meiner gewohnheit getreu sah ich auch diese hefte durch und das erste was mir auffiel war dass das miserere obgleich auf der letzten seite das allgemein übliche wort finis stand in wirklichkeit nicht zu ende geführt war denn die komposition war nur bis zum zehnten bibel vers gedehen dies hat ohne zweifel zuerst meine aufmerksamkeit erregt doch als ich mir dann die notenblätter ein wenig genauer ansah erstaunte ich noch mehr ich bemerkte nämlich dass anstatt der italienischen wörter wie majestoso allegro ritardarno più vivo appiacere die man doch überall gebraucht sich hier einige zeilen befanden die in ganz kleiner schrift hingekritzelt und in deutsch abgefasst waren zum teil schrieben sie schwer aufführbare dinge vor wie zum beispiel die knochen krachen krachen und es muß sich anhören als ob das wegeschrei aus ihrem mark käme oder auch dies die geigen heulen im gleichklang die trompeten erschallen ohne zu betäuben also klingen alle instrumente zugleich und doch ist jedes einzeln herauszuhören das ganze soll die schluchzende wimmernde menschheit darstellen oder das zweifellos sonderbarste von allem die fußnote des letzten verses die töne sind fleischbedeckte knochen flammen die niemals erlöschen der himmel und seine harmonie stärke stärke und zartheit nachdem ich mir diese zeilen die mir aus der feder eines wahnsinnigen zu stammen schienen halbwegs übersetzt hatte wandte ich mich an das hutzelige männchen das mich führte wisst ihr etwa was das ist fragte ich ihn und da erzählte mir der alte die folgende geschichte vor vielen jahren kam einmal in einer dunklen regennacht an die klosterpforte dieser abtei ein pilgersmann er bat um ein wenig feuer für seine nassen kleider um ein stückchen brot für seinen hunger und um einen unterschlupf wo er den morgen erwarten konnte bei sonnenaufgang wollte er seinen weg fortsetzen der laienbruder der sein gesuch entgegen nahm überließ ihm seinen bescheidenen imbiss und sein dürftiges lager und führte ihn an den brennenden kamin und nachdem sich der wanderer von seiner erschöpfung erholt hatte erkundigte sich der bruder nach dem zweck seiner wallfahrt und dem ziel seines weges ich bin musiker antwortete der gefragte weit weit von hier wurde ich geboren in meinem vaterlande genoss ich einst ein großes ansehen in meiner jugend machte ich aus meiner kunst eine mächtige waffe der verführung und entfachte mit ihr leidenschaften die mich zu einem verbrechen hinrissen jetzt in meinem alter will ich die talente die ich zum bösen gebraucht habe zum guten wenden durch das gleiche mittel nämlich das mich zur verdammnis geführt will ich meine vergebung erwirken die rätselhaften worte des unbekannten erschienen dem laienbruder nicht ganz verständlich die neugier war einmal in ihm erwacht und quälte ihn derart dass er nicht abließ zu fragen schließlich fuhr der fremde folgendermaßen fort ich beweinte im grunde meiner seele die schuld die ich auf mich geladen hatte aber immer wenn ich gott um erbarmen anflehen wollte fand ich keine worte die meiner reue einen würdigen ausdruck geben konnten da fiel mein blick eines tages zufällig auf ein heiliges buch ich schlug es auf und entdeckte auf einer seite einen gewaltigen schrei ehrlicher zerknirschung es war jener psalm davids welcher beginnt miserere mei deus und von dem augenblicke an wo ich diese stoffen gelesen war mein einziger gedanke eine musikalische form zu finden prächtig und erhaben genug um die großartige schmerzenshymne des königlichen propheten zu umschließen noch immer habe ich sie nicht gefunden wenn es mir aber gelingen sollte das auszudrücken was ich tief im herzen fühle was ich unklar im geiste vernehme so werde ich sicher ein so wunderbares miserere schaffen wie noch kein mensch ähnliches gehört hat etwas so herzzerreißendes das schon beim ersten akkord die erzengel in tränen ausbrechen und zusammen mit mir zum herrn sprechen misericordia und der herr wird erbarmen haben mit seinen armen kreaturen als der pilger so weit in seiner erzählung gekommen war schwieg er einen augenblick mit einem seufzer nahm er dann den faden seiner rede wieder auf der laienbruder einige knechte der abtei und zwei oder drei hirten aus der meierei der mönche saßen rings im kreise um den kamin und lauschten in tiefem schweigen ganz deutschland habe ich schon durchwandert fuhr der musiker fort auch ganz italien und den größten teil dieses landes das ja vorbildlich ist für die geistliche musik und noch immer habe ich kein miserere gehört das mir anregung geben könnte nicht eins nicht ein einziges und ich habe doch schon so viele gehört das ich wohl sagen kann ich habe alle gehört alle unterbrach ihn da einer der schäfer habt ihr etwa auch schon das miserere der berge gehört das miserere der berge fragte der musiker erstaunt was ist denn das für ein miserere sagte ich es nicht murmelte der bursche und in geheimnisvollem ton fuhr er fort nur die die so wie ich tag und nacht hinter dem vieh hergehen durch schluchten und klüfte hören es zufällig das miserere hat seine eigene geschichte eine sehr alte geschichte aber mag sie auch noch so unglaublich klingen wahr ist sie dennoch vor vielen jahren nämlich ach was rede ich da von jahren vor vielen jahrhunderten gab es hier ein berühmtes kloster es stand im unwegsamsten teil dieser berge die dem tal auf dessen grund die abtei liegt vorgelagert sind wahrscheinlich wurde das kloster auf kosten eines edelmannes gebaut und zwar mit dem vermögen das er eigentlich seinem sohne hatte hinterlassen wollen aber auf dem sterbebette enterbte er ihn zur strafe für seine missetaten bis hierher ging alles noch gut aber dieser sohn musste wohl wie wir noch sehen werden in einer teufels haut gesteckt haben wenn nicht etwa selbst der teufel in eigener person gewesen seien als er nun erfuhr dass sich sein vermögen im besitz der geistlichen befand und sich sein schloss in eine kirche verwandelt hatte tat er sich mit einer hand voll strauchdiebe zusammen wohl spießgesellen seines lasterhaften lebens in das er sich nach verlassen des vaterhauses gestürzt hatte und an einem grünen donnerstag abend gerade um dieselbe stunde in der sich die mönche im chor befanden und anfangen wollten oder schon angefangen hatten das miserere zu singen steckten diese halunken das kloster in brand plünderten die kirche und töteten alle mönche ohne ansehen der person auch nicht einen sollen sie am leben gelassen haben nach dieser gräueltat machten sich die banditen auf und davon und ihr anstifter mit ihnen wohin weiß man nicht vielleicht geradewegs in die hölle die flammen ließen von dem kloster nur schutt und asche übrig von der kirche stehen noch heute einige trümmer auf der fels terrasse woher der wasserfall kommt der von klippe zu klippe sich stürzend schließlich den kleinen bach bildet von dem die mauern dieser abtei umspült werden aber unterbrach ihn da der musiker ungeduldig wo bleibt denn das miserere wartet nur sagte der schäfer gelassen alles zu seiner zeit und darauf fuhr er also in seiner geschichte fort die leute in der umgebung waren höchst aufgebracht über das verbrechen in allen durchwachten nächten schilderten es voll entsetzen die väter den söhnen und die söhne den enkeln aber was die erinnerung noch lebendiger hält ist etwas anderes alle jahren nämlich und zwar in derselben nacht in der die tat begangen wurde sieht man hinter den zertrümmerten fenstern der kirche lichter schimmern und hört eine seltsame musik ja wenn der wind es herüberträgt bisweilen auch schauerliche trauergesänge das sind die mönche sie haben sich wohl vor ihrem tod nicht mehr vorbereiten können um rein von aller schuld vor dem richterstuhle gottes zu erscheinen und nun kommen sie immer noch aus dem fegefeuer und singen das miserere gottes barmherzigkeit anflehend die zuhörer sahen einander ungläubig lächelnd an nur der pilger schien tief bewegt von der erzählung und fragte den hirten der sie mitgeteilt hatte in sichtlicher erregung und dies wunder sagt ihr wiederholt sich noch jedes jahr binnen drei stunden fängt es ganz bestimmt wieder an denn gerade heute haben wir gründonnerstagabend und eben hat die uhr der abtei acht geschlagen wie weit ist es bis zum kloster so eine gute meile aber was fällt euch ein wohin wollt ihr in solch einer nacht ihr seid wohl ganz und gar von gott verlassen riefen alle als sie sahen daß der pilger von der herdbank aufstand seinen stock nahm und sich zur tür wandte wohin ich will die wunderbare musik will ich hören das große das wirkliche miserere das miserere der toten die wieder auf die welt kommen und wissen was es heißt in sünden zu sterben und damit entschwand er dem entsetzten laienbruder und den nicht minder erschrockenen hirten aus den augen der wind heulte und warf sich gegen die krachenden türen gerade so als ob ein kräftiger arm sie aus den angeln reißen wollte der regen fiel in strömen und peitschte die fensterscheiben und dann und wann flammte ein blitz auf und erhellte das stück horizont das sich überblicken ließ nachdem sich das erste erstaunen gelegt hatte rief der laienbruder er ist verrückt natürlich ist er verrückt wiederholten die hirten und dann schürten sie wieder die glut und drückten näher ans feuer 2 der seltsame mensch den man in der abtei für wahnsinnig hielt stieg nach rad des hirten am flusslauf aufwärts und kam nach einem weg von etwa zwei oder drei stunden dorthin wo die kloster ruinen schwarz und ehrfurchtgebietend erporragten der regen hatte aufgehört in dunklen scharen zogen die wolken dahin und zwischen ihren fetzen spukte bisweilen ein fürchterlicher schein fahlen ungewissen lichtes der wind tobte gegen die mächtigen pfeiler und fegte durch die öden kreuzgänge mit einem geräusch das wie seufzen klang trotzdem gab es nichts übernatürliches nichts ungewöhnliches das die fantasie erregt hätte einem menschen der mehr denn eine nacht ohne weiteres obdach als die trümmer eines verlassenen turms oder einer einsamen burg verbracht der auf seinen langen pilgerfahrten hundert und aber hundert unwettern getrotzt hatte dem waren all diese geräusche vertraut der pilger hatte sich auf eine verstümmelte grabfigur gesetzt und harte voll sehnsucht der stunde wo sich das wunder verwirklichen sollte und all das seltsame geheimnisvolle flüstern der natur und der stillen nacht füllte sein aufmerksames ohr durch die risse der geborstenen bogensickerten wassertropfen und klatschten mit dem gleichmäßigen tic-tac einer uhr auf die fliesen aus einer mauernische hervor von der steinernen aureole einer noch aufrecht stehenden statue verdeckt krächzte ein uhu schlangen und eidechsen vom sturm aus ihrer trägheit aufgestört steckten ihren ungestalten kopf aus den schlupflöchern rasselten zwischen den hederichstauden und brombeerranken die bis zum fuß des altars wuchsen und krochen zwischen den fugen der grabsteine die in der kirche als estrich dienten tausend verworrene geräusche erklangen und verbanden sich auf tausenderlei weise aber es waren immer dieselben und so verging die zeit ohne daß der musiker etwas besonderes wahrgenommen hatte der wird mir was weiß gemacht haben dachte er aber in demselben augenblick vernahm er ein neues an diesem orte ganz unerklärliches geräusch ein geräusch wie es aus einer uhr kommt wenige sekunden bevor sie schlägt ein geräusch sich drehender rädchen ablaufender ketten eines triebwerks das sich leise in bewegung setzt und von seinem geheimnisvollen mechanismus gebrauch machen will und dann schlug eine glocke eins zwei drei bis elf in der zerstörten kirche gab es keine glocke keine uhr nicht einmal einen turm noch war der letzte glockenschlag nicht verklungen noch verhallte er schwächer und schwächer werdend in vielfachem echo noch hörte man seine zitternden schwingungen in der luft als plötzlich die ganze kirche zu leuchten begann die granittenen schutzdächer über den skulpturen die marmorstufen der altäre die quader der spitzbogen die durchbrochene brüstung des koers die krabbengirlanden der kanise die schwarzen mauerpfeiler der estrich die wölbungen alles und ohne dass eine fackel kerze oder lampe zu sehen gewesen wäre von der diese eigenartige helligkeit ausgehen konnte es sah aus als ob ein gerippe dessen gelbe knochen phosphorgase ausströmten im dunkeln mit bläulichem licht aufleuchtete und furchtbar zittern verrauchte alles ringsumher schien lebendig zu werden aber die bewegungen waren gleichsam galvanisch waren wie todeszuckungen die das leben parodierten plötzliche bewegungen einer leiche die sich aus ungekannter kraft regt was noch entsetzlicher anzusehen ist als ihre starreheit steine verbanden sich mit anderen steinen und die teile des altars die noch kurz zuvor in wüstem durcheinander den boden bedeckt hatten richteten sich jetzt unversehrt auf und standen da als ob der bildhauer soeben daran den letzten meißelschlag getan hätte und zugleich mit dem altar erhoben sich die zerstörten kapellen und die zerbrochenen kapitäle die zertrümmerten zahllosen bogenreihen kreuzten sich willkürlich verschlangen sich untereinander und bildeten mit ihren säulen ein labyrinth aus porphyr als sich die kirche wieder aufgebaut hatte kam aus der ferne ein harmonisches klingen dem rauschen des windes zum verwechseln ähnlich es war aber ein ernster chorgesang ferner stimmen der aus der erde schoß zu kommen schien und höher und höher steigend wurde er mit jedem mal deutlicher und vernehmbarer dem kühnen pilger wurde allmählich bange aber noch rang mit der furcht seine schwärmerei für alles außergewöhnliche und wunderbare er fasste neuen mut entfernte sich vom grabe auf dem er so lange gesessen hatte und bräugte sich über den rand der schlucht worin der gießbach über die felsen sprang und unter fürchterlichem andauerndem donner hinabstürzte und da sträubten sich ihm die haare vor entsetzen aus dem grunde des gewässers sah er die gerippe der mönche die über das steingeländer der kirche in jenen abgrund hinab geschleudert worden waren herauskommen mit ihren langen knochen fingern klammerten sie sich an den felsspalten an ihre zerfetzten ordens kleider verhüllten nur zum teil ihrer blößen die kapuzen hatten sie über den kopf gezogen ihre fleischlosen kinnladen und die weißen zähne bildeten einen seltsamen gegensatz zu den dunklen augenhöhlen der totenschädel sie erkletterten den rand der schlucht und sprachen mit schwacher grabes stimme aber mit dem ausdruck eines erschütternden schmerzes den ersten vers des psalms davids miserere mei deus secundum magnam misericordiam tuam die mönche näherten sich dem säulengang und ordneten sich in zwei reihen sie betraten die kirche im chor warfen sie sich auf die knie und sangen noch lauter und feierlicher die weiteren verse des psalms musik begleitete rhythmisch ihren gesang sie war das dumpfe krollen des sich weiter und weiter entfernenden donners nachdem das gewitter vorübergezogen war das sausen des windes der in den schluchten des berges heulte das eintönige brausen der fluten die über die felsen stürzten bei jeder einzelne wassertropfen sickernd durch einen mauerriss war des uhus schrei aus seinem versteck der echsen rascheln den nimmer ruhenden dies alles machte die musik aus und noch etwas was sich nicht erklären ja nicht einmal begreifen ließ etwas das dem klang einer orgel glich mit tönen und akkorden gewaltig und wuchtig wie die worte selbst begleitete es die verse der gewaltigen hymne in welcher der königliche psalmdichter seiner zerknirschung ausdruck gegeben und die heilige handlung nahm ihren fortgang der musiker erlebte alles in einem zustand der betäubung der bestürzung er glaubte sich außerhalb der wirklichen welt er vermeinte in solch einem erträumten reich der fantasie zu weilen wo sich alle dinge in seltsame und wunderbare formen kleiden doch riss ihn eine fürchterliche erschütterung aus der erstarrung in der seine sinne gefangen waren seine nerven drohten in folge heftiger aufregung zu zerspringen seine zähne schlugen aufeinander es war ihm ganz unmöglich sich zusammenzunehmen und dazu kam die kälte die ihm bis ins mark drang die mönche sangen gerade jene eindrucksvollen worte des miserere welche lauteten in inquitatibus conceptus sum et in pecatis concepit me mater mea und als dieser vers verklungen war und sich sein widerhall von wölbung zu wölbung fortpflanzte erhob sich ein gewaltiges fürchterliches geschrei es klang wie wehklagen das die gesamte menschheit in erkenntnis ihrer freveltaten ausstieß ein entsetzlicher schrei war es aus allen klagen der unglücklichen allem gejammer der verzweifelten und allem lästern der gottlosen zusammengesetzt ein ungeheuerliches konzert der würdige ausdruck aller die im laster empfangen sind und in sünde dahin leben und weiter schritt der gesang bald klang er traurig bald ernst bald heiter wie ein sonnenstrahl der durch dunkle wetterwolken bricht auf blitzer des schreckens folgten leuchtende strahlen des jubels bis dann plötzlich eine verwandlung eintrat die kirche erhellte sich in eine flut himmlischen lichts gebadet die gebeine der mönche bedeckten sich mit fleisch und ein heiligen schein kränzte ihre stirnen die kuppel über ihnen zerteilte sich und die augen der gerechten sahen den himmel offen ein meer aus licht und glanz cherubim und seraphim erzengel und alle anderen himmelschöre begleiteten diesen vers mit lobgesängen wie eine wohlgeformte wassertrombe wie eine riesige säule duftenden weihrauchs stieg er empor zum throne des herrn bei dieser stelle wurde der pilger von der strahlenden helligkeit geblendet er fühlte ein sausen in den ohren und heftiges klopfen in den schläfen bewußtlos fiel er zu boden und hörte nichts mehr am folgenden tage sahen die friedlichen mönche der fitero abtei den unbekannten pilger ins tor eintreten er war bleich und schien außer sich der laienbruder der inzwischen von dem sonderlichen besuch am letzten abend bericht abgelegt hatte warf heimlich seinem oberen einen verständnisvollen blick zu na habt ihr nun endlich euer miserere gehört fragte er den musiker in einer mischung von spott und neugierde ja war die antwort und wie hat es euch gefallen ich will es niederschreiben gibt mir eine freistätte in eurem haus wandte er sich an den abt eine freistätte und brot für einige monate ich werde euch ein unsterbliches kunstwerk hinterlassen ein miserere das meine schuld im angesicht gottes tilgen und meinen namen und damit auch den dieser abtei für alle ewigkeit unvergesslich machen wird die mönche wurden neugierig und redeten dem abt zu seiner bitte zu willfahren der abt hielt ihn zwar für einen narren aber aus mitleid erklärte er sich einverstanden der musiker richtete sich im kloster ein und begann das werk tag und nacht schaffte er unermüdlich ohne nachzulassen in seinem eifer manchmal hielt er mitten in der arbeit an gleichsam lauschend auf etwas das er im geiste vernahm dabei wurden seine augen groß und weit er sprang vom sessel auf und rief das ist es ja so genau so ohne zweifel ganz genau so und dann fuhr er wieder fort noten zu schreiben in einer so fieberhaften geschwindigkeit dass die mönche die ihn heimlich beobachteten ihn mehr als einmal deswegen bewunderten er schrieb die ersten verse nieder und die folgenden und war schon bis zur mitte des psalms gediehen als er aber bis zu dem vers gekommen war den er als letztes in den bergen gehört hatte konnte er nicht weiter er schrieb ein zwei hundert zweihundert entwürfe alles vergeblich seine musik ähnelte nicht der anderen schon aufgezeichneten von seinen wimpern stahl sich der schlaf die esslust verließ ihn und ein fieber stieg ihm ins hirn er wurde wahnsinnig und starb schließlich ohne das miseräre beendet zu haben die mönche bewahrten es nach seinem tode als eine sehenswürdigkeit und daher ist es auch heute noch im archiv dieser abtei erhalten als der alte mit seiner erzählung zu ende war ließ sich noch einmal meinen blick über die alte verstaubte miseräre handschrift gleiten sie lag noch aufgeschlagen auf dem tisch in peccatis concepit me mater mea stand auf der seite die ich vor mir hatte und alle noten und schlüssel und das andere gekritzel unleserlich für laien in der musik schienen sich über mich lustig zu machen ach ich würde eine welt darum geben wenn ich es hätte lesen können denn wer weiß vielleicht mochte doch ein sinn darin liegen ende von das miseräre gelesen von hukuspokus teil elf von von teufeln geistern und dämonen von gustavo adolfo becker diese librivox aufnahme ist in der public domain die grünen augen schon vor langer zeit hatte ich lust etwas unter diesem titel zu schreiben heute endlich hat sich mir dazu eine gelegenheit geboten mit großen lettern habe ich ihn auf die erste seite gesetzt und darauf die feder nach herzenslust über das papier fliegen lassen ich glaube ich habe ein paar augen gesehen wie sie in dieser geschichte geschildert sind ich weiß nicht ob nur im traum aber gesehen habe ich sie es wird mir wohl nicht gelingen sie so zu beschreiben wie sie waren leuchtend und durchsichtig wie regentropfen die an den blättern der bäume hängen im sommer nach einem gewitter die fantasie meiner leser muss ich auf jeden fall in anspruch nehmen schon um begreiflich zu machen was ich in dieser skizze wie man sie wohl bezeichnen kann auszudrücken beabsichtige mit dieser skizze zu einem gemälde das ich später einmal malen möchte kapitel 1 der hirsch ist verwundet kein zweifel er ist verwundet hier zwischen den brombeerbüschen sieht man die schweißspur und dort bei dem maxisstrauch über den er gesetzt hat sind ihm die läufe schwach geworden unser junker beginnt wo andere aufhören vierzig jahre bin ich schon jäger und habe keinen besseren wurf gesehen aber bei sankt saturn dem schutzherrn sorias versperrt dem tier dort beim eichengestrüpp den weg hetzt die hunde an stoßt in die hörner daß euch die lungen platzen drückt den gäulen die sporen in die weichen seht ihr denn nicht daß er auf die pappelquelle zuflieht wenn wir ihn nicht zur strecke bringen bevor er sie erreicht müssen wir ihn verloren geben die schluchten des moncayo warfen in mehrfachem echo den klang der hörner zurück das gebäll der entfesselten meute und das lärmen der knappen brach los mit erneuter kraft und der ganze wirre haufen von menschen pferden und hunden stürzte sich nach dem ort den ignats der jägermeister der markgrafen von almenar als den günstigsten bezeichnet hatte um dem wild den weg abzuschneiden aber es war alles umsonst als der schnellste der hunde keuchend und mit schäumenden lefzen das eichengestrüpp erreichte war der hirsch geschwind wie ein pfeil schon mit einem einzigen satz darüber hinweg gesprungen und verlor sich nun zwischen dem buschwerk eines pfades der zur quelle führte halt allemann halt rief ignats da es ist gottes wille daß er uns entwischt die reiter brachten die pferde zum stehen die hörner verstummten und knurrend gaben die hunde auf den zuruf der jäger die verfolgung auf in diesem augenblick holte der held des tages ferdinand von argensola der älteste sohn auf almenar seine weidgenossen ein was tust du fuhr er seinen jäger läßt es laufen auf das es irgendwie in der dickung verrecken muss glaubst du denn ich bin hier um den wölfen zum fraß hirsche zu stechen gnädiger herr murmelte ignats zwischen den zähnen es ist ganz unmöglich hier weiter zu gehen unmöglich weshalb weil dieser pfad zum pappelquell führt entgegnete der jägersmann und im pappelquell haust ein böser geist wer es wagt sein wasser zu trüben zahlt teuer für seine keckheit der hirsch wird längst hinüber gesprungen sein wie aber wollt ihr hinüber kommen ohne auf euer haupt ein furchtbares unglück zu lenken wir jäger sind hier die könige des moncaio aber könige die einen tribut entrichten das wildbret das sich an diesen verwunschenen ort flüchtet ist ein verlorenes stück verlorenes stück lieber will ich das erbe meiner väter aufs spiel setzen lieber meine seele dem teufel verschreiben als zugeben dass dieser hirsch mir entwischt der einzige den mein jagdspieß erreicht hat der erste erfolg meiner weidmannsgänge da siehst du ihn siehst du ihn noch ist er zuweilen von hier aus zu sehen die läufe versagen ihm er ermüdet allmählich lass mich lass mich gib den zügel frei oder ich werf dich zu boden wer weiß ob ich ihm überhaupt zeit lasse bis zur quelle zu kommen und wenn er hinkommt so mag sie der teufel holen samt ihrer klaren wasser und all ihren bewohnern vorwärts blitz vorwärts mein pferd wenn du ihn einholst so lasse ich deinen goldenen kappzaum mit den diamanten meines geschmeides besetzen pferd und reiter stoben davon wie der wind ignats blickte ihnen nach bis sie sich in der dickung verloren dann sah er sich um alle waren wie er starre vor bestürzung der jäger rief endlich ihr habt es alle gesehen ich wäre bereit gewesen unter den hufen seines pferdes zu sterben wenn ich ihn hätte zurückhalten können ich habe meine pflicht erfüllt gegen den teufel hilft kein mut bis hierher darf der jäger mit seiner armbrust gehen darüber hinaus mag der herr kaplan mit seinem weihwedel versuchen ob er weiter kommt kapitel 2 ihr seid blass unlustig und düster geht ihr umher was fehlt euch seit dem tage den ich immer für unheilvoll halten werde damals als ihr das verwundete tier bis an den pappelquell verfolgte möcht man meinen hätt eine böse zauberin euch das mark aus den knochen gehext ihr geht nicht mehr mit der lärmenden meute in die berge und der klang eurer hörner weckt ihr echo nicht mehr allein und in gedanken versunken greift ihr an jedem morgen zur armbrust und verliert euch ins dickicht dort bleibt ihr bis die sonne untertaucht und wenn ihr bei einbruch der dunkelheit bleich und ermüde zur burg zurückkehrt suche ich vergeblich in eurer tasche nach jagdbeute womit beschäftigt ihr euch denn all die stunden fern von denen die euch über alles lieben während ignaz sprach schnitzte ferdinand den gedanken versunken mechanisch mit seinem jagdmesser an der ebenholzbank nach langem schweigen das nur unterbrochen wurde von dem schleifenden geräusch des messers wenn es von dem glatten holz abglitt wandte sich der jüngling an seinen untergebenen und rief als ob er auch nicht eins von dessen worten gehört hätte du ignaz du bist doch schon so alt du kennst doch alle schlupfwinkel des moncaio hast dem wilde nachpürschend an seinen hängen dein leben verbracht und auf deinen weidmannsgängen hast du mehr als einmal seinen gipfel erstiegen du sag mir hast du irgendwann einmal eine frau getroffen die zwischen den felsen haust eine frau rief der jäger erstaunt und sah ihn starr an ja sagte der jüngling es ist recht seltsam was ich erlebt habe recht seltsam ich glaubte ich könnte dies geheimnis immer für mich behalten aber es ist mir jetzt nicht länger möglich mein herz läuft davon über und mein antlitz verrät es ich will es dir darum enthüllen du sollst mir helfen das geheimnis zu lösen von dem diese frau umgeben ist wie es scheint ist sie nur für mich da denn niemand kennt sie niemand hat sie gesehen und keiner kann mir über sie auskunft geben der jäger rückte ohne die lippen zu öffnen seinen schemel neben die bank seines herrn nicht einen augenblick den entsetzten blick von ihm wendend seit ich an jenem tag fuhr dieser fort nachdem er sich eine weile besonnen hatte trotz deiner unheilvollen warnung den pappelquell aufsuchte sein wasser durchschritt und mir den hirsch wieder suchte den euer aberglaube beinah hätte entfliehen lassen sehnt sich mein übervolles herz nach einsamkeit du kennst jenen ort ja nicht sieh der quell entspringt heimlich dem schoße eines felsens fällt tropfenweise von einem blatt zum anderen zwischen den grünen schwankenden pflanzen hindurch rinnend die am rand seiner wiege wachsen mit die tropfen herabfallen leuchten sie wie goldene sterne und klingen wie harfentöne unter dem moos fließen sie wieder zusammen flüstern und murmeln mit einem geräusch wie das summen der bienen um blüte und baum und plätschern dahin durch den sand hier bilden sie eine kleine pfütze dort haben sie ein hindernis zu überwinden das sich ihnen in den weg stellt und so überholen sie einander springen fliehen rennen bald lachend bald seufzend und ergießen sich schließlich in einen see in den see fallen sie mit einer musik die nicht wiederzugeben ist klagen worte namen lieder ich weiß nicht was ich alles an lauten vernommen habe wenn ich einsam und fiebernd auf dem steinblock saß und die wasser der verwunschenen quelle in den tiefen schlund hinabstürzen sah in dem sie sich sammeln und dessen stiller spiegel kaum vom abendwind gekräuselt wird alles dort ist groß und gewaltig die einsamkeit mit ihren tausend unbekannten lauten wohnt an jener stätte und berauscht den geist mit ihrer unerklärlichen wehmut aus dem silbernen laube der pappeln aus den spalten der felsen aus dem plätschern des wassers scheinen unsichtbare geister der natur zu uns zu sprechen in dem unsterblichen geist des menschen einen bruder zu erkennen wenn ihr mich im morgengrauen zur armbrust greifen und bergwärts schreiten saht so tat ich es nie um in der dickung dem weidwerk nachzugehen ach nein ich setzte mich an den rand des quells und suchte in den wassern ich weiß nicht was etwas wahnsinniges an dem tage an dem ich auf meinem falben hinübersetzte war es mir als hätte ich auf ihrem grund etwas seltsames aufleuchten sehen etwas sehr seltsames die augen einer frau vielleicht war es nur ein flüchtiger sonnenstrahl der sich in dem aufspritzenden wasser brach vielleicht war es eine blume wie sie obenauf zwischen den algen schwimmen und deren kelch den smaragden glich ich weiß es nicht mir war als wenn sich ein blick in den meinen bohrte ein blick der in meiner brust ein wahnwitziges verlangen nach etwas unmöglichem entfachte ein wesen zu finden das augen hätte wie diese da tag für tag ging ich dort hin um dies wesen zu suchen endlich eines abends ich hielt mich anfangs für den spielball meiner träume aber nein es ist wirklich wahr ich habe ja schon viele male mit ihr gesprochen gerade so wie ich jetzt mit dir spreche also eines abends sah ich auf meinem alten platz eine frau sitzen eine frau so schön dass sie aller beschreibung spottet ihre gewänder reichten bis zum wasser hinab und schwammen dort auf der oberfläche ihr haar war wie gold ihre wimpern glänzten wie leuchtende fäden und zwischen ihnen blitzten ein paar lebhafte augen die ich schon einmal gesehen hatte ja denn die augen jener frau waren dieselben die sich mir unvergesslich ins gedächtnis eingeprägt hatten augen von einer unwahrscheinlichen farbe von einem gewissen grün rief ignaz in einem ton höchsten schreckens von seinem sitze aufspringend ferdinand sah ihn erstaunt an denn jener hatte ausgesprochen was ihm auf den lippen schwebte kennst du sie denn fragte er in freudiger erregung o nein erwiderte der jäger gott soll mich davor bewahren aber meine eltern wenn sie mir das betreten jener gegend verboten haben mir wohl tausendmal gesagt daß der quellgeist der walschrat der faun oder die wasserfrau die dort haust augen von dieser farbe habe und bei dem was ihr auf der welt am liebsten habt beschwöre ich euch geht niemals wieder zum pappelquell eines guten tages werdet ihr der rache anheimfallen und das vergehen die wasser getrübt zu haben mit eurem leben bezahlen bei dem was ich am liebsten hab murmelte der jüngling und lächelte wehmütig jawohl beharrte der alte beim leben eurer eltern und eurer geschwister bei den tränen der frau die euch der himmel zur gemahlin bestimmt hat oder bei denen eines dieners die euch von der wiege an betraute weißt du was ich auf der welt am liebsten habe weißt du wofür ich die liebe meines vaters hingeben würde die küsse derjenigen die mir das leben schenkte und alle zärtlichen gefühle die sämtliche frauen dieser erde für mich hegen können für einen blick für einen einzigen blick aus diesen augen wie sollt ich wohl lassen können sie zu suchen ferdinand brachte diese worte mit einer solchen leidenschaft hervor dass sich dem armen ignaz eine träne aus der wange stahl und leis an der wange hinab rann und mit umflurter stimme rief er so möge denn gottes wille geschehen kapitel 3 wer bist du wo ist deine heimat wo wohnst du ich komme tag für tag um dich hier zu treffen und sehe doch niemals ein roß das dich herbringt noch diener die deine sänfte tragen zerreiße endlich den geheimnisvollen schleier in den du dich hüllst wie in dunkle nacht ich liebe dich und ob du vornehm bist oder gering ich werde dein sein dein sein auf immer die sonne war hinter den gipfel des berges gesunken mit großen schritten klommen die schatten an der leite herab in den pappeln am quell seufzte ein leiser wind und der nebel langsam vom see aufsteigend begann in schwaden um die nahen felsen zu weben auf einem der felsblöcke der scheinbar jeden augenblick in die tiefe hinab zu stürzen drohte und so nahe dass sich sein körper im wasser spiegelte kniete zu füßen seiner geheimnisvollen geliebten der erbe von almenar in vergeblichem mühen das rätsel ihres daseins zu lösen ja sie war schön schön und bleich wie eine statue aus alabaster eine ihrer krausen flechten fiel über die schulter herab und bag sich zwischen den falten des schleiers wie ein sonnenstrahl der durch wolken bricht und in dem kranz ihrer blonden wimpern leuchteten augen wie zwei smaragde in einem güldenen geschmeide als der jüngling schwieg bewegte sie die lippen als wollte sie einige worte sagen aber nur einen seufzer hauchte sie aus einen leisen schmerzerweckenden seufzer wie man ihn von der plätschernden welle hört die vom winde getrieben im schilf erstirbt du antwortest nicht rief ferdinand als er sich in seiner hoffnung getäuscht sah soll ich denn glauben was man mir von dir erzählt oh nein sprich doch ich will ja nur wissen ob ich dich überhaupt lieben kann ob du ein menschliches wesen bist oder oder eine wasserfrau nun und wenn ich das wäre der jüngling stutzte einen augenblick ein eisiger schauer lief ihm über den leib seine augen wurden größer und senkten sich tief in den blick jener frau das phosphorisierende leuchten ihrer augen nahm ihm die besinnung und dem wahnsinn nahe rief er aus von leidenschaft durchglüht und wenn du es wärst ich würde dich dennoch lieben ich würde dich lieben wie ich dich jetzt liebe da es nun einmal mein geschick ist dich zu lieben bis zum tode und darüber hinaus wenn es darüber hinaus noch ein leben gibt ferdinand sagt er die schöne da mit einer stimme melodisch wie musik ich liebe dich noch mehr als du mich liebst steige ich doch herab zu dir als reiner geist zu einem sterblichen ich bin kein weib wie es auf erden gibt ich bin eine frau deiner würdig denn auch du überragst die anderen männer auf dem grunde dieses wassers lebe ich wie das wasser bin ich körperlos flüchtig durchsichtig sein plätschern ist meine sprache sein wogen die bewegung meiner glieder es ist nicht wahr daß ich den bestrafe der es wagt den quell zu trüben indem ich hause ich belohne ihn vielmehr mit seiner liebe belohne ihn weil er als sterblicher erhaben ist über den aberglauben des volkes weil er ein liebender ist der meine seltsame geheimnisvolle liebe begreift als der jüngling sie so sprechen hörte verlor er sich völlig in dem anblick ihrer wunderbaren schönheit und näherte sich von magischer gewalt angezogen mehr und mehr dem rande des felsens siehst du den klaren grund dieses sees fuhr das grünäugige weib fort siehst du sie all die pflanzen mit ihren breiten grünen blättern siehst du wie geschäftig sie sind unten auf dem grunde sie bereiten uns das bett bereiten uns ein lager aus maragden und korallen und ich ich schenke dir ein glück für das es keinen namen gibt ein glück von dem du träumst in stunden höchster verzückung ein glück das niemand anderes dir zu bieten vermag komm komm der nebel des sees deckt uns schon zu mit linnenem lagen die plätschernden wasser rufen uns mit verworrenen lauten der wind in den pappeln stimmt an seine lobgesänge der liebe komm komm die nacht begann ihre schatten auszubreiten der mond goss flüssiges silber auf den spiegel des sees die nebelschwaden vom winde bewegt walten auf und ab und die grünen augen funkelten in der dunkelheit wie tanzende irrlichter über faulichtem sumpf komm 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 diese worte klangen in ferdinands ohr mit zauberischer macht komm und das geheimnisvolle weib lockte ihn an den rand des abgrunds über dem sie schwebte und bot ihm die lippen zum kuss zum kuss ferdinand tat einen schritt auf sie zu noch einen und fühlte wie sich ein paar schlanke biegsame arme um seinen hals wandten fühlte etwas kaltes auf seinen brennenden lippen einen eisigen kuss er schwankte er verlor den halt und sank in die tiefe mit einem dumpfen traurigen plumpsen das aufspritzende wasser sprühte in tausend funken schloss sich über ihm wieder und bildete silberne kreise die größer und größer wurden und schließlich am ufer verebten ende von teil elf gelesen von hokus pokus teil zwölf von von teufeln geistern und dämonen von gustavo adolfo becker diese librivox aufnahme ist in der public domain der geisterberg in der nacht auf aller seelen weckte mich ich weiß nicht wie spät es schon war das geläute der kirchenglocken bei ihrem langgezogenen schall musste ich unwillkürlich an eine geschichte denken die ich kürzlich in soria hörte ich versuchte wieder einzuschlafen unmöglich wenn die fantasie einmal aufgestachelt ist benimmt sie sich wie ein störrisches pferd bei dem alles zügeln nichts hilft und so beschloss ich denn aufzustehen und die zeit mit schreiben zu verbringen was ich auch wirklich tat zugetragen hat sich die geschichte eben da wo sie mir erzählt worden ist als ich sie niederschrieb wandte ich jedes mal wenn es an die fensterscheiben polterte erschreckt den kopf es war aber wohl nur der kalte nachtwind der gegen die balkontür stand und mag es auch gewesen sein was es will jetzt ist herzkönigin trumpf kapitel eins koppelt die hunde stoßt ins horn gebt den weidgenossen das zeichen dass sie sich sammeln sollen nacht ist schon nahe wir dürfen nicht vergessen dass wir heute alle heiligen haben und uns auf dem geisterberg befinden wir kehren jetzt in die stadt zurück so zeitig schon wär's an einem anderen tag dächte ich nicht eher daran als bis wir dem ganzen wolfsrudel das der schnee des moncayo aus den höhlen getrieben hat den garaus gemacht hätten heute aber ist das unmöglich bald wird von dem kloster der tempelherren das ave maria herüberklingen und dann werden die geister der verstorbenen kommen und in der bar kapelle das glöcklein läuten in der verlassenen kapelle ach unsinn du willst mir wohl bange machen nein schöne base du weißt nur nicht was sich hierzulande alles zuträgt es ist ja noch nicht ein jahr her daß du hier weilst wir können unsere stuten ja zügeln und schritt reiten auf dem heimweg erzähle ich dir dann die geschichte vom geisterberg in frohen lebhaften gruppen kamen die knappen herbei die grafen von borges und alkudiel schwangen sich auf ihre prächtigen rosse ihre kinder beatrix und alphonse ritten der jagdgesellschaft voraus und all die anderen folgten in gewissem abstand unterwegs erzählte ihr alphonse die versprochene geschichte der geisterberg wie er heute heißt gehörte einst den tempelherren deren kloster du dort am ufer des flusses siehst die templer waren ritter und mönche zugleich nachdem so ria den mauren wieder entrissen worden war ließ der könig sie aus fernem lande kommen damit sie die stadt auf der brückenseite verteidigten damit aber fügte er den kastilischen edlen eine schwere kränkung zu sie hätten die stadt auch allein verteidigen können da sie sie auch erobert hatten zwischen den rittern des neuen mächtigen ordens und den adeligen der stadt gärte es einige jahre lang schließlich aber brach der wilde hass wie ein unwetterlos die templer hatten den berg eingehegt und behielten sich dort die ergiebige jagd vor um ihre bedürfnisse zu decken und ihrem hang zum wohlleben frönen zu können der adel aber beschloss dort eine große treibjagd zu veranstalten trotz des strengen verbotes der gespornten pfaffen wie sie ihre feinde nannten die herausforderung sprach sich herum nichts war im stande die einen von ihrer jagdlust abzuhalten noch die anderen von ihrem vorsatz diese zu stören das geplante unternehmen wurde wirklich ausgeführt die raubtiere jedoch auf die sie es abgesehen hatten haben nicht viel davon zu spüren bekommen wohl aber all die vielen mütter die um ihre söhne willen trauer kleider anlegten ja denen wird noch alles gegenwärtig sein es war keine jagd ein furchtbares gemetzel war es mit leichen besät war der berg und die wölfe die man ausrotten wollte hielten ein blutiges festmahl zuletzt sprach der könig ein machtwort der berg als unselige veranlassung so vielen unheils wurde für herrenlos erklärt und die kapelle der templer die auf jenem berge lag und in deren vorhof man freund und feind bunt durcheinander begraben hatte begann zu verfallen seit jener zeit soll man in jeder nacht auf aller seelen hören können wie das glöcklein der kapelle ganz von selbst anfängt zu läuten und die geister der toten in ihre zerfetzten schweißtücher gehüllt sollen zwischen busch und dorn herumrennen eine fantastische jagd die hirsche schreien vor schreck die wölfe heulen die schlangen zischen grauenhaft und am anderen tag hat man schon oft im schnee abdrücke gesehen fußspuren der knochenmänner daher heißt er in soria der geisterberg und deswegen habe ich zum heimweg geraten bevor die nacht anbricht alphons schloss gerade seine erzählung als die beiden jungen leute an der brücke anlangten die von jener seite aus in die stadt führt sie warteten dort auf die übrige gesellschaft und als sie alle wieder beisammen waren ritten sie durchs tor und verloren sich in den engen düsteren gassen surias kapitel 2 die diener waren gerade mit dem abräumen der tafel fertig der hohe gotische raum im palast der grafen von alkudiel strahlte einen belebenden schein aus und beleuchtete die gruppen der damen und herren die vertraulich plaudernd rings um das feuer saßen der wind peitschte gegen die kleinen blei gefassten fensterscheiben der halle nur zwei personen schienen an der allgemeinen unterhaltung keinen anteil zu nehmen beatrix und alphons beatrix starrte in gedanken versunken auf die lustig flackernden flammen und alphons beobachtete wie sich die rote glut in den blauen augen seiner base spiegelte beide verharrten eine weile in tiefem schweigen einige ältere damen erzählten gelegentlich der allerseelen nacht traurige geschichten in denen geister und gespenster die hauptrolle spielten und dumpf und eintönig klangen von fern die glockenschläge der kirche sorias herüber schöne base unterbrach alphons endlich das lange schweigen dem sie sich überlassen hatten bald werden wir uns trennen vielleicht auf immer das kastiliens öde steppen und die einfachen patriarchalischen sitten hierzulande dir nicht zusagen weiß ich ja auch habe ich schon oft dich seufzen hören vielleicht nach irgendeinem hübschen junker aus deiner fernen heimat beatrix antwortete mit einer gebärde kalter gleichgültigkeit und in diesem verächtlichen zusammenziehen ihrer schmalen lippen enthüllte sich der ganze charakter des fräuleins vielleicht sehnst du dich auch nach dem prunk des französischen hofes du hast ja all die zeit über dort gelebt beeilte sich der junker hinzuzufügen jedenfalls wie es auch sei ich ahne dass ich dich bald verlieren werde ich möchte dir gern ein andenken von mir mitgeben erinnerst du dich noch als wir zur kirche gingen um gott für deine genesung zu danken deren wegen du ja hierher gekommen damals zog diese spange hier mit der die feder an meinem barett befestigt war deine aufmerksamkeit auf sich wie schön wäre es wenn sie dazu diente einen schleier auf deinem schwarzen haar festzuhalten sie hat schon einmal einen brautschleier getragen mein vater schenkte sie der frau der ich mein leben verdanke und sie trug sie als sie zum altar ging magst du sie haben ich weiß nicht wie ihr hierzulande darüber denkt entgegnete die schöne aber in meiner heimat verpflichtet ein geschenk das man annimmt höchstens an gewissen feiertagen darf man sich von einem verwandten etwas schenken lassen und selbst dann könnte es diesem einfallen nach rom zu gehen und nicht mit leeren händen zurückzukommen der eisige ton mit dem beatrix dies sagte setzte den junker einen augenblick in verwirrung als er sich wieder gefasst hatte sagte er betrübt ja ich weiß es base heute abend feiern wir alle heiligen und darunter auch deine patronin heute ist solch ein feiertag an dem man geschenke annehmen darf also willst du das meine haben beatrix biss sich leicht auf die lippen und streckte ohne ein wort zu sagen die hand nach dem kleinod aus wieder versanken die beiden jungen leute in schweigen wieder vernahmen sie das behaglich dahin plätschernde geschwätz der matronen die von hexen und kobolden erzählten das heulen des windes das klirren der fensterscheiben das dumpfe eintönige läuten der kirchenglocken nach einigen minuten nahm alphonse das unterbrochene gespräch wieder auf und bevor der allerheiligen tag zu ende geht willst du mir nicht auch ein andenken geben sagte er seiner base in die augen schauend heute kannst du es doch ohne dich irgendwie zu verpflichten heute wo man ebenso wie deinen auch meinen heiligen feiert in ihren augen blitzte ein teuflischer gedanke auf weshalb nicht erwiderte sie nach ihrer rechten schulter tastend als ob sie etwas in den falten ihres weiten goldverbremten samtärmels suchte dann aber rief sie mit einem kindlichen ausdruck des bedauerns erinnerst du dich noch der blauen scherbe die ich heute bei der jagd trug du sagtest mir ja doch ihre farbe sei aus irgendeinem grund das dinnbild deiner seele ja denke dir ich habe sie verloren gerade diese wollte ich dir zum andenken schenken und nun habe ich sie verloren verloren wo verloren fragte alphonse und sprang auf mit einem unbeschreiblichen ausdruck angstvoller erwartung ich weiß nicht vielleicht auf dem berge auf dem geisterberg stammelte er erbleichend und ließ sich wieder in den sessel zurückfallen auf dem geisterberg dann fuhr er stockend und dumpfen tones fort du weißt es hast es ja tausendmal schon gehört in der stadt in ganz kastilien werde ich der könig der jäger genannt da ich wie alle meine vorfahren noch nicht meine kräfte im kampf habe erproben können so habe ich dieser vergnügung als dem abbild des krieges das ganze ungestüm meiner jugend das ganze erprobte feuer meiner rasse entgegen gebracht die fälle auf die dein fuß tritt sind jagdtrophäen und stammen von wilden tieren die ich mit eigener hand erlegte ich kenne ihre schlupfwinkel ihre gewohnheiten am tage und in der nacht zu fuß und zu ross allein auf dem pirschgang und gemeinsam bei der treibjagd habe ich mit ihnen gekämpft und niemand wird sagen daß er mich bei irgendeiner gelegenheit eine gefahr fliehen sah in jeder anderen nacht würde ich fliegen dir die scharpe zurückzubringen ich würde mit freuden fliegen wie zu einem fest aber heute nacht wozu es leugnen heute nacht habe ich furcht hörst du die glocken in st johannis am duero haben sie das ave maria geläutet und nun werden die geister mit ihren gelben schädeln aus dem gebüsch auftauchen das ihre gebeine bedeckt die geister bei ihrem bloßen anblick gefriert dem mutigsten vor entsetzen das blut im leibe und sein haar erbleicht oder sie reißen ihn in den wirbel ihrer rasenden jagd wie ein blatt das der wind entführt wer weiß wohin während der junker sprach spielte fast unmerklich ein lächeln um beatrixens lippen und als er geendet hatte sagte sie in gleichgültigem ton und doch hatte dabei im kaminfeuer wo in tausendfarbigen funken sprühend das holz knackste und knisterte oh nein wegen einer solchen kleinigkeit jetzt in die berge gehen zu wollen auf keinen fall welch ein wahnsinn in einer so düsteren nacht in der allerseelen nacht und wo es auf allen wegen von wölfen wimmelt den letzten worten gab sie eine so eigentümliche färbung dass alphons die ganze bittere ironie begreifen musste wie aus einer armbrust geschossen schnellte er vom sessel auf fuhr sich mit der hand über die stirn als wollte er die furcht verscheuchen die ihm im hirn saß und nicht im herzen und sagte dann mit fester stimme zu der schönen die noch immer von übergebeugt saß im feuer herumstochernd leb wohl beatrix leb wohl bis auf später alphons alphons rief diese da sich rasch umwendend aber als sie ihn zurückhalten wollte oder sich dazu den anschein gab war der junker schon fort wenige minuten darauf vernahm man den hufschlag eines pferdes das sich im galopp entfernte mit geröteten wangen und einem strahlenden ausdruck befriedigten stolzes lauschte die schöne aufmerksam jenem getrappel das schwächer und schwächer werdend allmählich verhallte die matronen erzählten sich immer noch ihre gespenster geschichten und der wind rüttelte an den balkontüren und fern in der stadt läuteten die glocken kapitel drei eine stunde nach der anderen verstrich mitternacht war nahe und beatrix zog sich in ihr betzimmer zurück alphons kam und kam nicht wieder obwohl er in weniger als einer stunde hätte zurück sein müssen er wird angst gehabt haben sagte das fräulein als sie das gebetbuch schloss und in das schlafgemacht trat umsonst hatte sie ruhe in den gebeten gesucht welche die kirche an diesem tage für das seelenheil der verstorbenen vorschreibt sie löschte die lampe zog die seidenen bettvorhänge zusammen und legte sich schlafen und sie fiel in einen unruhigen leichten und quälenden schlummer vom tor her schlug es mitternacht im schlaf hörte beatrix den klang der glocke schwer und dumpf und unsäglich traurig sie öffnete die augen es war ihr als hätte sie gleichzeitig ihren namen rufen hören aber aus weiter ferne und wie von einer erstickten schmerzbewegten stimme ausgestoßen an den fensterscheiben heulte der sturm es wird der wind gewesen sein sagte sie und legte ihre hand aufs herz um es zu beruhigen aber ihr herz pochte mit jedem augenblick heftiger mit einem schrillen langgezogenen kreischen drehte sich die lärschene türe zum betzimmer in den angeln und dann knarrte und knackte eine tür nach der anderen alle türen die in ihre gemächer führten nach der reihe die einen dumpf und ernst die anderen schrill und kläglich dann wieder tiefes schweigen aber ein schweigen angefüllt mit seltsamen geräuschen das schweigen der mitternacht mit dem eintönigen gemurmel des nahen baches fernem hundigebell verworrenen stimmen unverständlichen worten dem widerhall von schritten die näher kommen und sich wieder entfernen dem rascheln von langen über den bodenschleifenden kleidern unterdrückten seufzern keuchendem fast zu verspürendem atem so daß man unwillkürlich zusammenfährt wie vor einem etwas das man in der dunkelheit nicht sieht und doch spürt wie es näher und näher kommt zitternd schob beatrix den kopf durch die vorhänge einen augenblick kräglos lauschend sie vernahm die tausenderlei laute strich sich aber mit der hand über die stirn und lauschte noch einmal nichts totenstille und sie sah wie sich überall gestalten bewegten hierhin dorthin aber ihr blick war von jenem phosphorisierenden glanz geblendet der sich in erregtem zustande einstellt sobald sie die augen aufriss und sie auf einen bestimmten punkt richtete war nichts mehr da nur finsternis und durchdringliches dunkel ach was rief sie und legte ihren schönen kopf wieder aufs blaue atlaskissen bin ich denn auch schon so bange wie all diese armen kerle hier denen das herz im wamse vor entsetzen klopft wenn sie nur eine gespenstergeschichte hören sie schloss die augen und versuchte wieder einzuschlafen aber umsonst war all ihr mühen über sich gewalt zu bekommen es wehrte nicht lange so fuhr sie schon wieder empor bleicher erregter geängstigter als vor dem denn jetzt war es keine täuschung mehr die brokatvorhänge an der tür hatten sich deutlich hörbar bewegt wie wenn sie auseinander geschlagen worden wären und nun vernahm sie auch ein langsames tappen von schritten auf dem teppich kaum vernehmbar so dumpf war der hall der schritte aber es dauerte an und bei jedem schritt knackte etwas mit wie holz oder wie knochen und sie kamen näher immer näher da das bettpult neben ihrem bette hatte sich bewegt beatrix stieß einen schrillen schrei aus wickelte sich bis über die ohren in die bettdecke ein und wagte nicht mehr zu atmen der wind rüttelte an den balkontüren daß die fensterscheiben klirrten das wasser des nahen brunnens fiel unaufhaltsam in den trug immer mit dem gleichen eintönigen plätschern anschwellend mit jedem windstoß wurde das hundegebell hörbar und all die glocken der stadt suria die einen näher die anderen ferner läuteten klagen für das seelenheil der verstorbenen so verfloß eine stunde nach der anderen die nacht ach ein ganzes jahrhundert ging hin denn wie eine ewigkeit erschien beatrix diese eine nacht endlich kraute der morgen allmählich überwand sie ihre furchtsamkeit und blinzelte den ersten sonnenstrahlen entgegen wie schön ist doch nach einer schlaflosen angstgequälten nacht das helle weiße tageslicht sie schlug die seidenen bettvorhänge auseinander und wollte schon über den ausgestandenen schrecken lachen als sie plötzlich die augen weit aufriss kalter schweiß brach ihr aus allen poren tödliche blässe entfärbte ihr anklitz die blaue scherpe die sie auf dem berge verloren hatte dieselbe blaue scherpe die alfons suchen gegangen war sah sie zerfetzt und blutbefleckt auf dem beetpult vor sich liegen als die diener entsetzt hereinstürzten um ihr den tod des erben von alkudiel zu verkünden um ihr zu berichten dass man seine leiche von den wölfen zerfleischt am frühen morgen auf dem geisterberge zwischen gestrüpp entdeckt hatte fanden sie ihre herrin regungslos und zusammengesunken auf dem bettrand sitzen beide arme krampfhaft um einen der ebenholzpfosten geschlungen die augen aus den höhlen gequollen und der mund halb offen die lippen leichen blass die glieder starr und kalt sie war tot war vom entsetzen getötet nicht lange nach dieser begebenheit soll ein jäger der sich in der allerseelen nacht auf dem geisterberg verirrt hatte und dort die nacht verbringen mußte am anderen tage schauerliche dinge berichtet haben und bald darauf gestorben seien unter anderem will er gesehen haben dass sich zur stunde des ave maria im vorhof der kapelle all die gerippe der einstigen tempelherren und der junker aus soria mit einem grauenhaften geklappe aus den gräbern erhoben hätten und wie hinter einem wilden tiere her einem schönen weibe nachgejagt wären das bleich und mit fliegenden haaren und bloßen blutigen füßen unter gellendem angstgeschrei immer im kreise um alphons grabmal herum flüchtete ende von teil 12 gelesen von hukuspokus teil 13 von von teufeln geistern und dämonen von gustavo adolfo becker diese librivox aufnahme ist in der public domain dämonenstrahl ich weiß nicht ob sich diese geschichte nur wie ein märchen liest oder ob es ein märchen ist das wie eine geschichte klingt das einzige was ich darüber zu sagen vermag ist dass ihr eine wahrheit zugrunde liegt und zwar eine sehr traurige wahrheit aus der sich wohl eine leere ziehen ließe und doch würde ich der letzte sein der ästhete dank der eigenart meines wesens ein anderer hätte vielleicht den gleichen stoff zu einem band wehmütiger philosophie verarbeitet ich habe diese legende geschrieben sie wird auch denen welche ihren tiefen sinn nicht erkennen zumindest noch ein wenig unterhaltung geben 1 er entstammte edlem geschlecht war unter dem lärmen der waffen geboren und doch hätte selbst der kriegstrompeter außergewöhnlicher ruf nicht für einen augenblick seinen kopf emporgerissen noch seine augen nur eine sekunde von dem dunklen pergament abgelenkt in dem er eines sängers letzten lobgesang las wer ihn zu treffen wünschte durfte ihn nicht in dem geräumigen hof seiner burg suchen wo die trossknechte störrische fohlen zähmten wo edelknaben falkenfliegen lehrten und kriegsknechte die faulen tage damit vertrieben lanzenspitzen an einem stein zu wetzen wo ist denn manrik wo euer herr forschte bisweilen seine mutter was wissen wir erwiderten seine diener vielleicht im kreuzgang des klosters la penya oder am rande irgendeines grabes lauschend den gesprächen der toten um ein wort daraus zu erhaschen oder drunten am fluss den wellen nachschauend wenn sich eine nach der anderen unter dem brückenbogen verläuft oder hingekauert in einer felsspalte wird er sich damit die zeit vertreiben die sterne am himmel zu zählen oder einer wolke mit den blicken zu folgen oder die irrlichter zu betrachten wenn sie blitzartig über die ufer des weihers gleiten irgendwo wird er schon sein nur nicht dort wo jedermann ist in der tat liebte manrik die einsamkeit und er liebte sie so innig dass er sich manchmal wünschte keinen schatten zu haben weil ihm dieser überall nachfolgte er liebte die einsamkeit weil in seiner brust sobald er nur seine einbildungskraft zügellos dahin strömen ließ eine fantastische welt entstand worin seltsame geschöpfe wohnten kinder seines wahnes und seiner dichter träume denn manrik war dichter war es so sehr dass ihm noch niemals die formen genügt hatten in denen er seine gedanken hätte ausdrücken können und noch niemals wenn er sie niederschrieb war ihm dies gelungen er glaubte dass in der roten kaminglut tausend farbige feuergeister hausten die wie goldene käfer an den brennenden holzscheiten entlang liefen und einen sprühenden funken reigen um die spitzen der flammen tanzten stundenlang hockte er auf einem schemel neben dem hohen gotischen kamin unbeweglich in die glut starrend er glaubte dass tief unter den wellen des flusses zwischen dem moos und den gräsern des baches und über dem nebel des sees geheimnisvolle frauen lebten zauberinnen silphiden oder undinen die ihr klagen und seufzen ihr singen und lachen mit dem eintönigen plätschern des wassers vermischten und stillschweigend lauschte er diesem geräusch mit dem wunsch es deuten zu lernen in den wolken in der luft im tiefsten dickich des waldes in den spalten der felsen vermeinte er gestalten zu sehen übernatürliche wesen oder geheimnisvolle laute zu hören unverständliche nicht fassbare worte lieben ach ihm war es nicht gegeben liebe zu erleben er durfte nur von ihr träumen er liebte alle frauen zugleich die eine weil sie blond war die andere weil sie frischrote lippen hatte eine dritte weil sie sich wiegte beim gehen wie ein rohr im winde manchmal trieb er es in seiner narrheit so weit daß er die ganze nacht draußen blieb und sich an dem anblick weidete wie der mond im silberdunst am himmel schwebte und die sterne in weiter ferne glitzerten wie das feuer edler steine in solchen schwärmerisch durchwachten nächten pflegte er auszurufen wenn es wahr ist wie mir der prio von la penya gesagt hat daß jeder dieser lichtpunkte eine welt ist wenn es wahr ist daß auf der perlmutterkugel da hoch über den wolken kreisend menschen wohnen wie unbeschreiblich schön müssen die frauen jener lichtregionen sein und niemals werde ich sie sehen können niemals sie lieben von welcher art mag ihre schönheit sein und wie ihre liebe manrik trieb es noch nicht so toll daß ihm die buben nachliefen aber es war schon so weit daß er mit sich selber sprach und gestikulierte sobald er allein war und so pflegt es ja gewöhnlich anzufangen 2 dort wo der duero das dunkle ausgehüllte mauergestein sorias umspült führt eine brücke von der stadt nach dem alten kloster der tempelritter deren besitzungen sich ehemals weit am anderen ufer des flusses entlang zogen zu der zeit wo diese geschichte spielt hatten die ordensritter schon ihre einstigen besitzungen verlassen aber noch standen die überreste der starken mauertürme noch sah man und auch heute noch zum teil die massiven bogen des kreuzgangs von efeu und weißen glockenblumen überwuchert die langen gotischen säulengänge der waffenhöfe wo der wind seufzte und heulte und das hohe gras hin und her fegte in den nutz und ziergärten deren wege schon seit vielen jahren nicht mehr von den sohlen frommer männer betreten wurden war die natur sich selbst überlassen und entfaltete ihre ganze pracht ohne furcht von der hand des menschen verstümmelt zu werden der da wähnt er könne sie verschönern an den stämmen der uralten bäume rankten sich kletterpflanzen hoch die pappeln steckten die köpfe zusammen und bildeten dunkle laubengänge welche die jahre mit einem rasenteppich überzogen hatte walddiesel und brennessel sprossen mitten aus den verwachsenen wegen hervor der hederich stand auf dem schönen bröckligen gemäuer wie ein hellen busch im winde schwankend und die blauen und weißen glockenblumen schaukelten sich auf ihren langen biegsamen leibern den sieg der zerstörung und des verfalls in die luft posaunend nun war es nacht eine warme duftgeschwängerte sommernacht voll von leisen geräuschen ein weißer und klarer mond stand an dem blauen durchsichtigen sternenhimmel manrick schwebte in einem taumel dichterischer begeisterung er schlenderte über die brücke betrachtete eine weile den schwarzen umriss der stadt die sich prachtvoll gegen die strahlend hellen zartgeballten wolken am himmel abhob und verlor sich dann zwischen den verlassenen ruinen der tempelritter es war nahezu mitternacht der mond war langsam emporgestiegen und hing schon am höchsten punkt des himmels manrick verließ das kloster gemäuer und wollte gerade in einen dunklen baumgang einbiegen der ans ufer des duero führte als er plötzlich einen leisen halberstickten schrei ausstieß einen schrei der teils wie freudige überraschung teils wie furchtsames erschrecken klang am ende des düsteren laubenganges hatte er etwas weißes sich bewegen sehen aber nur für einen augenblick dann war es schon wieder in der dunkelheit verschwunden etwas wie der kleidersaum einer frau einer frau die im selben augenblick über den pfad gehuscht war und sich im gebüsch verborgen haben mußte als er den kopf voller hirngespinste und von unmöglichem träumend in den garten kam eine unbekannte frau stieß manrick hervor an diesem ort zu einer solchen stunde ja das und keine andere ist die frau die ich suche und pfeilschnell stürzte er vorwärts um sie zu finden 3 er kam an die stelle wo er die geheimnisvolle frau im dichten laubwerk hatte verschwinden sehen sie war fort aber wo war sie hin dahinten weiter hinten glaubte er zwischen dem gewirr der bäume etwas helles zu erblicken etwas weißes das sich bewegte sie ist es ja sie ist es sagte er sie hat flügel an den füßen und flieht wie ein schatten und eiligst machte er sich auf die suche mit den händen das efeugerrang zerteilend das wie dichte vorhänge von pappel zu pappel sich schlangen er brach durch gestrüpp und bahnte sich wege durch gewirr von schmarotzerpflanzen und gelangte schließlich zu einer art lichtung die vom hellen himmel erleuchtet war niemand aber dort dort ist sie rief er dann ich höre ihre schritte im trockenen laub höre das rauschen ihres kleides wie es über den boden schleift und sich in den stauden verfängt und er rannte rannte wie ein wilder hierhin dorthin aber er fand sie nicht aber ich höre doch immer ihre schritte murmelte er wieder ich glaube sie hat gesprochen zweifellos sie hat gesprochen der wind in den zweigen seufzend und die blätter die leise zu beten scheinen sind schuld dass ich nicht verstehen konnte was sie sprach aber zweifellos dort ist sie sie hat ja gesprochen sie hat etwas gesagt in welcher sprache ich weiß nicht aber eine fremde sprache war es und wieder begann er ihr nachzulaufen das eine mal glaubte er sie zu sehen das andere sie zu hören bald meinte er dass sich das laubwerk wo sie verschwunden war bewegte bald bildete er sich ein im sande die spur ihrer kleinen füße zu erblicken und dann war er fest überzeugt dass ein eigenartiger duft den er bisweilen spürte von jener frau kam von jener die ihn neckte die sich darin gefiel mit ihm im dichten gestrüpp verstecken zu spielen vergebliches mühen außer sich streifte er mehrere stunden lang in allen richtungen umher bald stand er still und lauschte bald schlich er mit größter vorsicht über das gras bald stürmte er dahin rasend vor verzweiflung und in den riesigen garten die sich am flussufer entlang zogen immer weiter vordringend kam er schließlich an den fuß jenes felsen berges auf dem sich heute die einsiedelei sankt saturni befindet vielleicht kann ich von dort oben umschau halten und meine nachforschungen in diesem wilden irrgarten besser fortsetzen rief er aus und kletterte von klippe zu klippe wobei ihn sein dolch unterstützte er erreichte den gipfel in der ferne sah er die stadt und ein großes stück des duero der sich um den fuß des felsens herumwindet seine dunklen und brausenden fluten zwischen den engen krummen ufern hindurchschleifend und als manrik den höchsten felsen erstiegen hatte spähte er ringsum plötzlich blieb sein blick an einer stelle haften und ein fluch kam ihm auf die lippen in voller fahrt strebte ein nachen zum entgegengesetzten ufer in seinem kielwasser glitzerte und funkelte der mondschein in diesem nachen glaubte er eine weiße und schlanke gestalt zu erblicken zweifellos die einer frau der frau die er im garten der tempelritter gesehen die frau seiner träume die erfüllung seiner künsten hoffnungen geschickt wie eine gemse sprang er von dem felsen herab sein barett von sich werfend weil dessen geschweifte feder ihm beim laufen hinderlich war er befreite sich auch von seinem weiten samtmantel und rannte mit blitzeseile nach der brücke zurück er hoffte hinüber zu kommen und die stadt zu erreichen noch bevor der nachen angelegt hatte welch wahnsinn als manrik keuchend und schweißbedeckt am stadttor ankam traten die welche bei sankt saturni über den duero gesetzt hatten schon durch eine der mauerpforten in soria ein denn damals reichte die mauer noch bis ans flussufer und ihre dunklen zinnen spiegelten sich in den wassern 4 obwohl sich der held unserer geschichte in seiner hoffnung getäuscht sah die zu erreichen die durch das pförtchen von sankt saturni eingetreten waren verzweifelte er deshalb nicht und nahm sich vor in der stadt das haus zu erkunden das sie beherbergte mit dieser absicht durchschritt er das tor und wandte sich nach sankt johannes kirchspiel wo er aufs grade wohl durch die straßen zu streifen begann wie heute waren schon damals die straßen sorias eng dunkel und gewunden manrik fand sie schon in tiefem schweigen nur hin und wieder hörte er das ferne bellen eines hundes das vorschieben eines türriegels das wieren und stampfen eines rosses und das klirren der kette an der es in den tiefer gelegenen stallungen festgelegt war manrik lauschte gespannt auf all diese geräusche der nacht einmal glaubte er die schritte eines menschen zu hören der gerade um die nächste ecke in ein stilles gästchen gebogen war ein andermal vernahm er hinter sich ein durcheinander von stimmen jeden augenblick in der erwartung die leute neben sich auftauchen zu sehen und so lief er mehrere stunden lang von einem ort zum anderen schließlich blieb er vor einem großen altertümlichen hause das aus dunklen steinen aufgeführt war stehen seine augen leuchteten vor unbeschreiblicher freude als er davor stand hinter einem der hohen gotischen fenster des palastes wie es wohl bezeichnet werden kann und gedämpft durch leichte rosafarbene seidenvorhänge schimmerte ein schwaches licht einen hellen schein auf die verräucherte rissige mauer des gegenüberliegenden hauses werfend kein zweifel hier wohnt meine unbekannte sagte der jüngling leise zu sich ohne auch nur eine sekunde lang den blick von dem gotischen fenster zu wenden ja hier wohnt sie sie ging durch sankt saturnipförtchen und sankt saturnipförtchen führt in dieses stadtviertel in diesem viertel finde ich ein haus in dem nach mitternacht noch leute wach sind noch wach sind wer anders kann um solche zeit noch wach sein außer jemand der wie sie von einer nächtlichen wanderung zurückkehrt eine andere erklärung gibt es nicht dies ist ihr haus in der festen überzeugung dass dies so sei und mit den tollsten und fantastischsten vorstellungen in seinem hirn wartete er bis zum tagesgrauen unter dem fenster und auch nicht einen augenblick ließ er die augen von dem licht das während der ganzen nacht brannte als es tag geworden war drehten sich die schweren flügel des eingangstores über dessen bogen das herrschaftliche wappen eingemeißelt war mit einem langen schrillen gekreisch in den angeln mit einem schlüsselbund in der hand erschien auf der schwelle ein pförtner der sich gähnend die augen rieb und dabei einen ganzen mund voll prächtiger zähne zeigte die selbst ein krokodil hätte neidisch machen können ihn sehen und sich auf die tür stürzen war für mannrig das werk eines augenblicks wer wohnt hier wie heißt sie woher stammt sie weshalb ist sie nach soria gekommen ist sie verheiratet so antworte doch du vieh mit diesen worten begrüßte er den armen pförtner wobei er ihn noch dazu heftig am arm schüttelte dieser sah ihn eine weile verblüfft an und erwiderte dann verlegen stotternd in diesem hause wohnt mein hochverehrter herr don alonso de valdequejos oberjägermeister unseres gnädigsten königs er wurde im kampf gegen die mauren verwundet lebt augenblicklich in der stadt um sich zu erholen aber seine tochter unterbrach ihn der jüngling vor ungeduld seine tochter seine schwester seine gattin oder wer sie sonst sein mag er hat doch gar keine weibliche person bei sich gar keine weibliche aber wer schläft denn in dem gemach dort wo ich die ganze nacht habe licht brennen sehen dort oben dort schläft mein herr don alonso selbst er ist ja krank er brennt bis zum frühen morgen eine lampe wenn plötzlich ein blitz vor manrik eingeschlagen hätte wäre er nicht betroffener gewesen als über diese worte ich muss sie finden muss sie finden und ich glaube beinahe wenn ich sie finde werde ich sie wieder erkennen woran das allerdings kann ich nicht sagen aber ich werde sie erkennen der schall ihrer schritte oder ein einziges wort von ihr wenn ich es wieder höre der bloße saum ihres kleides sobald ich ihn wieder sehe werden hinreichen sie zu erkennen tag und nacht sehe ich vor meinen augen den fließenden faltenwurf eines lichten schneeweißen gewandes tag und nacht vernehme ich hier drinnen drinnen in meinem kopf das rauschen ihres kleides den verworrenen laut ihrer unverständlichen worte was sagte sie nur was sagte sie ach könnte ich erfahren was sie sagte denn vielleicht aber auch so werde ich sie finden ich werde sie finden das gefühl sagt mir und mein gefühl täuscht mich nie zwar bin ich vergeblich schon durch alle straßen surias gelaufen eine nacht um die andere habe ich im freien verbracht bei der pforte an der straßenecke habe mehr als zwanzig golddublonen schon ausgegeben um zofen und pfortner gesprächig zu machen in st nikolai habe ich einer alten die sich so kunstgerecht in ihr serstuch eingewickelt hatte dass sie mir vorkam wie eine göttin das weihwasser dargereicht und eines nachts als ich aus der kollegiatkirche von der frühmette kam bin ich dummkopf doch der sänfte des archidiakons nachgelaufen im glauben der saum seines ornats sei ein stück des gewandes meiner unbekannten aber das tut nichts ich werde sie schon finden das glück ihres besitzes wird ganz gewiss die mühe des suchens überstrahlen was mag sie für augen haben sie werden blau sein von jenem weichen blau des abendhimmels augen von solcher farbe liebe ich über alles sie sind so ausdrucksvoll so melancholisch so ja es unterliegt keinem zweifel blau werden sie sein blau sind sie ganz gewiss und ihre haare sind schwarz tiefschwarz und so lang daß sie wie eine flut herabwallen mich dünkt ich sah sie neulich nachts über ihrem flatternden gewand herabwallen und sie waren schwarz nein ich täusche mich nicht sie waren schwarz und wie gut passen große und träumerische blaue augen und das offene fließende schwarze haar zu einer frau von großer gestalt denn groß ist sie groß und schlank wie die engelsgestalt an den portalen unserer basilika deren liebliches angesicht unter dem steinernen baldachin von so geheimnisvollem dämmerlicht umschattet wird ihre stimme ihre stimme habe ich schon gehört ihre stimme ist sanft wie das säuseln des windes im laubwerk der pappeln und ihr gang ist hoheitsvoll gemessen wie kadenzen in der musik und die frau die schön ist wie der schönste meiner knabenträume die so denkt wie ich denke die das liebt was ich liebe und das hasst was ich hasse die geist von meinem geiste die meines wesens ergänzung ist muss nicht auch sie erschüttert sein wenn sie mich trifft muss nicht auch sie mich lieben wie ich sie lieben werde wie ich sie jetzt schon liebe mit allen pulsen meines lebens mit allen fasern meiner seele auf auf dorthin wo ich sie zum ersten und einzigen mal sah wer weiß ob nicht auch sie meine neigung teilt und hold ist der einsamkeit und allem geheimnisvollen und gleich allen verträumten menschen gefallen daran findet im schweigen der nacht zwischen den ruinen herum zu streifen zwei monate waren schon seit dem tage verstrichen an dem der türhüter don alonso's de valdequeios dem armen mannrich die große enttäuschung bereitet hatte zwei volle monate und während dieser zeit hatte er in jeder stunde ein neues luftschloss erbaut das die wirklichkeit mit einem einzigen hauch zerstörte und all sein suchen nach jener unbekannten frau war vergeblich geblieben aber seine seltsame liebe zu ihr war in seinem herzen noch größer geworden genährt von immer seltsameren fantasiegebilden aber dann kam ein abend wo er in solchen gedanken versunken über die brücke schritt die in die gärten der tempelritter führten und sich dort im labyrinth der wege verlor 6 es war eine schöne klare nacht der mond strahlte in seiner ganzen fülle hoch oben am himmel und der wind säuselte leis im laub der bäume mannrich kam an den kreuzgang schaute sich ringsum und blickte durch den wald der massiven säulen niemand er trat hinaus und lenkte seine schritte nach dem dunklen laubengang der zum duero herab führte aber noch hatte er ihn nicht erreicht als seinem munde ein freudenschrei entfuhr er hatte für einen augenblick den saum des weißen gewandes aufflattern und verschwinden sehen das weiße gewand der frau seiner träume der frau die er liebte bis zum wahnsinn und er läuft läuft sie zu suchen kommt dorthin wo er sie hatte verschwinden sehen da aber bleibt er stehen heftet entsetzt den blick auf den boden und bleibt eine weile wie versteinert ein leises nervöses zittern überläuft seine glieder ein zittern das stärker und stärker wird und sich steigert zu einem wirklichen krampf schließlich bricht er in ein gelächter aus in ein schrilles entsetzliches gelächter jenes weiße leicht beschwingte hatte wieder vor ihm aufgeleuchtet aber diesmal hatte es ihm zu füßen aufgeleuchtet einen augenblick nicht länger als einen augenblick es war ein mondenstrahl ein mondenstrahl der ab und zu durch das grüne laubdach der bäume fiel wenn der wind ihre zweige bewegte jahre waren vergangen im sessel neben dem hohen gotischen kamin seines schlosses saß mannrig und rührte sich nicht mehr von der stelle sein schweifender blick flackerte wie der eines irrsinnigen kaum dass er aufhorchte wenn seine mutter liebe worte zu ihm sprach oder seine diener ihn aufzumuntern versuchten du bist doch jung und stattlich sprachen sie zu ihm warum verzehrst du dich hier in der einsamkeit warum suchst du dir nicht eine frau die du liebst und die dich durch ihre gegenliebe glücklich machen kann liebe die liebe ist ein mondenstrahl entgegnete der junge mann warum rafft ihr euch nicht auf aus eurem dahindemmern sprach einer seiner knappen zu ihm werft euch in eisen von kopf bis zu fuß lasst euer fürstliches banner im winde sich entfalten und zieht in den krieg im krieg gewinnt man ruhm der ruhm ist ein mondenstrahl soll ich euch ein lied vortragen das letzte werk unseres herrn arnaldo des provenzalischen troubadours nein nein rief der junker und erhob sich zornig vom sessel nichts möchte ich das heißt doch ich möchte etwas ich möchte dass ihr mich allein lasst lieder frau und ruhm und glück alles lüge eitle trugbilder unserer phantasie die wir uns nach unserer jeweiligen laune aufputzen die wir lieben denen wir nachlaufen und wozu ja wozu um einen mondenstrahl zu finden manrick war wahnsinnig jedenfalls hielten ihn alle dafür ich dagegen glaube daß er erst jetzt zu verstand gekommen war kubold kubold und dabei sangen sie und lachten und machten einen solchen spektakel daß man unwillkürlich an das frohe gezwitscher der schwalben denken mußte wenn sie in hageldichtem schwarm um die wetterfahne eines glockenturms flattern in der offenen vorhalle der kirche saß unter einem wacholder strauch der alte gregor der älteste im ganzen orte erzählte wohl schon an die neunzig winter hatte schneeweißes haar einen stets lachenden mund lustige augen und etwas zittrige hände als kind hatte er ziegen gehütet als bursche war er soldat gewesen später hatte er das kleine väterliche erbe übernommen und so lange den acker bestellt als die kräfte dazu ausreichten dann hatte er sich zur ruhe gesetzt und erwartete nun den tod ohne sich vor ihm zu fürchten aber auch ohne sich nach ihm zu sehnen denn er verstand noch immer witze zu erzählen wie kein zweiter und niemand kannte so wunderbare geschichten und wußte sprichwörter betrachtungen und fromme lehren so geschickt anzubringen als der alte gregor als daher die mädchen seiner ansichtig wurden eilten sie auf ihn zu um ihn zum sprechen zu bewegen und in der vorhalle der kirche angekommen fingen alle an ihn zu bestürmen er möge ihnen eine geschichte erzählen eine kurze geschichte nur um die zeit bis zum dunkel werden auszufüllen die sonne stand nämlich schon ziemlich tief und die langen schlagschatten der berge krochen mit jedem augenblick weiter in die ebene hinab der alte gregor hörte die mädchen lächelnd an sie nahmen sein lächeln als zustimmung setzten die krüge ab und hockten sich im kreis um ihn nieder so dass der alte den mittelpunkt bildete er aber sagte ihnen ich werde euch keine geschichte erzählen obwohl ich mich gerade an einige erinnere sie sind nämlich für euch irrwische viel zu ernst ihr würdet doch nur mit halbem ohr zuhören auch ist es schon viel zu spät die zeit würde nicht mehr ausreichen ich will euch aber dafür einen guten rat geben einen rat riefen die mädchen sichtlich missgestimmt ach um gute ratschläge anzuhören sind wir wirklich nicht hergekommen wenn wir danach bedürfnis spüren gehen wir zum herrn pfarrer es könnte aber sein versetzte der greis mit seinem gewöhnlichen lächeln und mit seiner schwachen zittrigen stimme daß der herr pfarrer euch in diesem falle keinen so passenden rat zu geben im stande ist wie der alte gregor er hat so viel mit seinen gebeten und litaneien zu tun und wird wohl kaum bemerkt haben was ich bemerkt habe daß ihr mit jedem tag frühzeitiger mit euren krügen zur quelle geht und mit jedem tag später heimkehrt die mädchen sahen einander verwundert an ein leiser spott zuckte um ihre lippen und ein paar die hinter dem alten standen führten mit einer bezeichnenden gebärde den zeigefinger an die stirn und was findet ihr böses dabei wenn wir dort ein weilchen mit unseren freundinnen und nachbarinnen plaudern fragte eins der mädchen oder hält man sich etwa im ort darüber auf weil sich die burschen am wege aufstellen um uns schmeicheleien zu sagen oder sich anbieten uns die krüge bis zum eingang ins dorf zu tragen gewiss hält man sich überall das auf gab der alte dem mädchen zur antwort das ihm im namen aller die frage gestellt hatte eure mütter und großmütter wundern sich daß heute die mädchen nach derselben quelle zum scherzen und schwatzen gehen woher sie mit zittern und zagen und in größter hast wasser holten und auch nur weil man es ja anderswoher nicht holen konnte und ich halte es nicht für gut daß ihr allmählich die scheu verliert die der ort wo die quelle ist allen leuten einflößt denn es könnte einmal geschehen daß ihr dort vom dunkel werden überrascht werdet der alte gregor sprach die letzten worte in einem so geheimnisvollen ton dass die mädchen erschreckt die augen auffrissen und ihn groß ansahen und halb belustigt halb neugierig warfen sie ein vom dunkel werden ja was geht denn dort im dunkeln vor das ihr so wichtig tut und so ängstlich und geheimnisvoll von etwas redet das uns dort zustoßen könnte meint ihr daß uns dort die wölfe auffressen werden wenn sich der monkaio mit schnee bedeckt treibt der hunger die wölfe aus ihren schlupfwinkeln und dann kommen sie in rudeln ins tal mehr als einmal haben wir ihr scheußliches geheul nicht nur in der nähe der quelle sondern sogar hier in der dorfstraße gehört aber nicht die wölfe sind die schrecklichsten gäste des monkaio in seinen tiefen schluchten oben auf seinen einsamen rauen gipfeln in seinen höhlen hausen teuflische geister die des nachts an den hängen in scharen herabkommen und sich in leer stehenden häusern einnisten in den tälern herumschwärmen und von fels zu fels springen in den bächen sich tummeln und auf den kahlen zweigen der bäume sich schaukeln sie sind es die in den felsspalten heulen die jene ungeheuren schneemassen zusammenballen und von den höchsten klippen hinab rollen so dass alles was ihnen in den weg kommt zerschmettert wird sie sind es auch die in regnerischen nächten hadelkörner gegen unsere fensterscheiben werfen und als blaue ehrlichter über die sümpfe huschen beschwörungssprüche und das segensreiche wirken der kirche haben diese geister aus der ebene vertrieben so dass sie auf die unzugänglichen kämme des gebirges haben flüchten müssen unter ihnen gibt es sehr verschieden geartete wesen und sie nehmen die mannigfaltigste gestalt an um sich unseren augen zu entziehen die gefährlichsten sind die welche sich mit süßen worten ins herz der jungen mädchen einschmeicheln und sie mit herrlichen versprechungen betören man nennt sie kobolde die kobolde leben im innern des berges sie kennen alle unterirdischen gänge sie sind die ewigen schatzhüter der erde und bewachen tag und nacht die edlen metalle und kostbaren steine der alte wies mit seinem krückstock auf den gipfel des moncayo der sich zu seiner rechten düster und gigantisch vom violetten dunstig verdämmernden himmel abhob seht ihr fuhr er fort seht ihr jene gewaltige masse die noch immer vom schnee gekrönt ist in ihrem innern also haben diese teuflischen geister ihre behausung das schloß das sie bewohnen ist prächtig und schauervoll zugleich in eine jener höhlen deren eingänge von dichtem gestrüpp bedeckt sind und deren gänge noch niemand bis ans ende verfolgt hat hat sich einmal vor vielen jahren ein hirte hineingewagt der ein verirrtes stück vieh suchte als er wieder ins dorf zurück kam war er bleich wie der tod er hatte die kobolde bei ihrem geheimnisvollen wirken überrascht hatte die giftige höhlenluft eingeatmet und musste seine keckheit mit dem leben bezahlen aber bevor er starb erzählte er ganz erstaunliche dinge wie er immer tiefer in die höhle hinein ging geriet er schließlich in eine unterirdische halle von riesiger ausdehnung tausendfach verschiedene und höchst wunderlich geformte felsgebilde die großen kristallen glichen strömten ein phosphorisches leuchten aus wodurch die räume von einem eigenartig trüben phantastischen licht erhellt wurden estrich deckenwölbung und wände dieser weiten von der natur geschaffenen halle wiesen die zeichnung auf wie sie nur der schönste marmor hat aber die adern die sie durchzogen waren aus silber und gold und gleichsam von diesen glänzenden adern eingefaßt war dort eine menge von kostbaren steinen in allen größen und farben zu sehen dort gab es haufenweise hyazinthe und smaragde diamanten rubine und safire und was weiß ich und viele andere unbekannte steine die auch er nicht zu benennen vermochte aber alle waren so groß und so schön daß ihm vom betrachten die augen übergingen kein laut von außen drang in die tiefe der phantastischen höhle nur bisweilen hörte er das langgezogene traurige klagen des windes der jenes zauberlabyrinth durchwehte ein verworrenes geprassel der im innern der erde eingepressten flammen und das ferne gemurmel von fließendem wasser das von irgendwo her schallte allein und verloren in jener unermesslichkeit lief der hirte ich weiß nicht wie viele stunden umher ohne den ausgang zu finden bis er schließlich auf den ursprung der quelle stieß deren gemurmel er gehört hatte diese sprudelte aus dem boden wie ein wunderbarer springbrunnen mit einem schaumgekrönten wasserstrahl der in prächtigen kaskaden herabfiel und mit lieblichem geplätscher durch die felsspalten dahin rieselte um den quell herum wuchsen nie gesehene pflanzen die einen mit breiten und dicken die anderen mit dünnen und langen blättern die wie flatternde bänder aussahen halb verborgen unter dem feuchten laub liefen seltsame wesen umher teils menschen teils molche oder beides zur gleichen zeit denn sie verwandelten sich fortwährend bald sahen sie aus wie kleine ungestallte menschliche geschöpfe bald wie feurige salamander oder flüchtige flammen die über dem wasserstrahl einen reigen tanzten nach allen richtungen sich hin und her bewegend liefen sie als abstoßend häßliche zwerge über den boden kletterten die wände hinauf wobei sie sich geifernd krümmten wie echsen oder tanzten wie irrlichter über die wasser dahin das waren die kobolde die herren in jenen hallen die ihre fabelhaften reichtümer zählten und versteckten sie nämlich wissen von allen schätzen welche von habgierigen vergraben worden sind und nach ihrem tode von den erben vergeblich gesucht werden sie kennen den ort wo die mauren vor ihrer flucht ihre kleinodien verborgen sie sind es die nach jedem schmuckstück fahnden das verloren geht nach dem geld das abhanden kommt sie finden und rauben es um es in ihre höhlen zu schaffen denn sie wandern auf unterirdischen gängen auf geheimen unbekannten wegen durch die ganze welt und sie haben alle arten seltsamer und kostbarer gegenstände bei sich aufgehäuft da gibt es juwelen von unschätzbarem wert perlenketten und halsbänder aus den kostbarsten steinen goldene mit drubinen besetzte krüge von antiker form ziselierte kelche kostbare waffen münzen mit unbekannten brustbildern und unentzifferbaren inschriften reichtümer in so fabelhafter menge dass man sich davon kaum eine vorstellung machen kann und all das funkelt und sprüht in tausend farben und wirft einen so lebendigen widerschein dass man schier glauben muss alles brennt und zittert und bewegt sich wenigstens hat uns der hirte das so geschildert hier machte der alte eine pause die mädchen hatten anfangs die erzählung des alten gregors mit spöttischem lächeln aufgenommen dann aber still und andächtig gelauscht und warteten nun mit großen erstaunten augen halb geöffneten lippen und einem gesicht in dem neugier und teilnahme zu lesen stand auf die fortsetzung der geschichte als es ihnen zu lange dauerte unterbrach eine von ihnen die stille und unfähig sich noch zu beherrschen so sehr war sie von der beschreibung der fabelhaften schätze begeistert die der hirte gesehen haben sollte fragte sie na und hat er sich denn nichts davon mitgenommen gar nichts antwortete der alte gregor so ein dummkopf riefen alle mädchen einstimmig der himmel war mit ihm im augenblick der höchsten gefahr fuhr der alte fort denn im selben augenblick als die habsucht die einen jeden in ihren bann schlägt seine furcht zu zerstreuen begann und der hirte verblendet durch den anblick jener juwelen von denen ein einziger genügt hätte ihn reich zu machen schon die hand nach einigen ausstreckte da habe er sagt er und nun staunt über das wunder in jener tiefe und trotz des lachens und singen der kobolde trotz des prasselns des unterirdischen feuers des murmeln der wasser und des heulen des windes da habe er klar und deutlich das läuten der glocken vernommen die in der einsiedelei von unserer lieben frau vom moncayo hängt so deutlich wie wenn er am fuß des hügels gestanden wäre auf dem sie sich befindet als der hirte hörte daß die glocke das ave maria läutete fiel er zu boden und rief die mutter unseres herrn jesus christus an ohne zu wissen wie fand er sich plötzlich außerhalb der höhle hingestreckt auf einem wege der ins dorf führt und so betäubt als wenn er aus schwerem traum erwacht sei seit jener zeit ist es einem jeden klar warum die quelle vor dem dorfe in ihrem wasser bisweilen etwas wie ganz feinen goldstaub mit sich führt und warum man spät abends in ihrem gemurmel verworrene laute hört verführerische worte womit die kobolde die die quelle schon an ihrem ursprung bezaubern arglose zuhörer zu verführen trachten indem sie ihnen reichtümer und schätze versprechen um sie der ewigen verdammnis zu überliefern als der alte gregor so weit erzählt hatte war es dunkel geworden und die kirchenglocke läutete das angelus die mädchen bekreuzigten sich ehrfürchtig wobei sie leise ein ave maria murmelten und verabschiedeten sich dann vom alten gregor der ihnen nochmals den rat gab sie möchten ihre zeit nicht mehr bei der quelle verlieren eine jede nahm darauf ihren krug und still und nachdenklich verließen alle die vorhalle der kirche als sie schon ferne von der stelle waren wo sie den alten getroffen hatten und auf dem dorfplatz standen um sich zu trennen sagte die dreisteste und entschlossenste von ihnen und ihr glaubt etwas von den dummheiten die uns der alte gregor erzählt hat ich nicht sagte die eine ich ebenso wenig rief eine andere ich auch nicht ich auch nicht fielen die anderen ein und lachten sich selbst wegen ihrer leichtgläubigkeit aus da nahmen die mädchen voneinander abschied gingen nach allen richtungen des platzes davon und verschwanden in den verschiedensten straßen die in den platz einmünden zwei von ihnen gingen langsam wie zerstreute personen zu gehen pflegen miteinander durch eine dunkle enge gasse sie waren die einzigen die nicht den mund aufgetan hatten um die glaubhaftigkeit des alten gregor an zu zweifeln und zu verlachen denn die wunderbare erzählung hatte einen solchen eindruck auf sie gemacht dass sie noch immer ganz verträumt dahin schritten die ältere der beiden die ungefähr zwanzig jahre alt sein mochte hieß martha und die kleinere die noch nicht das sechzehnte jahr vollendet hatte magdalena den ganzen weg über sagte keine von ihnen ein wort als sie aber vor ihrem elternhause angekommen waren und die krüge auf die steinerne bank vor die tür gesetzt hatten sagte martha zu magdalena und du glaubst an die wunder des moncayo und an die geister der quelle ja gab magdalena einfach zur antwort ich glaube alles zweifelst du etwa daran oh nein beeilte sich martha zu entgegnen auch ich glaube alles glaube alles was ich nur zu wünschen glaube zwei martha und magdalena waren schwestern seit frühester kindheit weisen führten sie ein erbärmliches leben bei einer verwandten mütterlicherseits die sie aus gnade und barmherzigkeit aufgenommen hatte und sie auf schritt und tritt mit ihrem schimpfen und ihren demütigenden worten das joch empfangener wohltaten fühlen ließ alles schien dazu beizutragen das band der liebe zwischen den beiden schwestern enger zu knüpfen nicht nur durch die fesseln des blutes sondern auch durch die des gemeinsamen elends und leidens und trotzdem bestand zwischen martha und magdalena eine dumpfe eifersucht eine heimliche abneigung verständlich nur dem der ihre charaktere verglich die nämlich einander genauso entgegengesetzt waren wie ihre äußeren erscheinungen martha war groß von gestalt heftig in ihren neigungen und von einer etwas tölpelhaften wildheit im ausdruck ihrer empfindungen sie hatte noch niemals geweint und noch niemals gelacht sie konnte überhaupt nicht lachen und weinen magdalena dagegen war stets bescheiden liebevoll und gutmütig und oft genug sah man sie wie ein kind gleichzeitig lachen und weinen martha hatte augen noch schwärzer als die nacht und zwischen den dunklen wimpern sprühten bisweilen feurige funken wie von glühenden kohlen magdalenas blaue augen im goldenen kranz ihrer blonden wimpern schwammen dagegen in einer flut von licht und alles an ihnen stand im einklang mit dem verschiedenen ausdruck ihrer augen marthas magerer schlanker körper ihre eckigen bewegungen ihre blasse gesichtsfarbe und ihr grauses schwarzes haar das die stirn beschattete und wie ein samtmantel auf die schultern herabfiel bildeten einen eigenartigen gegensatz zu dem kindlichen gesichtsausdruck der kleinen weißen und rosigen magdalena deren blonde zöpfe die schläfen umrahmten wie der goldene nimbus den kopf eines engels trotz der unerklärlichen gegenseitigen abneigung hatten die beiden schwestern bisher in einer art gleichgültigkeit nebeneinander gelebt die mit eintracht und liebe beinahe verwechselt werden konnte keine von ihnen hatte irgendwelche zärtlichkeiten noch bevorzugungen erfahren um die sie die andere hätte beneiden können gleich groß war ihr leid gleich bedauernswert ihre lage martha hatte sich in sich selbst verschlossen und ertrug alles in einem selbstsüchtigen hochmütigen schweigen und magdalena da ihr das herz der schwester nicht warm entgegen schlug weinte still für sich hin so oft ihr die tränen ungewollt in die augen traten es gab kein gefühl das ihnen gemeinsam gewesen wäre niemals vertrauten sie sich ihre leiden und freuden und trotzdem hatten sie das einzige geheimnis das sie im tiefsten herzen zu verbergen suchten gegenseitig erraten mit dem wunderfeinen instinkt des liebenden und eifersüchtigen weibes martha und magdalena hatten nämlich ihre augen auf einen und denselben mann geworfen die leidenschaft der älteren war ein hartnäckiges begehren wie es einem unbändigen eigenwilligen charakter eigen ist die liebe der anderen glich jenem natürlichen unbestimmten bedürfnis nach zärtlichkeit nach irgendeinem gegenstand zum liebhaben wie man es bei mädchen in solchem alter häufig findet sie wenden daher ihre liebe oft dem ersten zu der ihnen in den weg läuft beide hielten ihre liebe geheim weil der mann dem sie galt sich vielleicht über eine neigung lustig gemacht hätte die man bei solchen einfachen armen mädchen nur als lächerliche anmaßung auslegen konnte in der nähe des städtchen stand auf einer anhöhe die die ganze gegend beherrschte eine alte von allen ihren insassen verlassene burg an den langen winterabenden erzählten die alten mütterchen eine wundersame geschichte von ihrer gründung sie erzählten dass eines tages vor dem könig von aragonien als er mit seinem nachbarn im kriege lag sich schon aller seiner hilfsmittel beraubt sah und von seinen anhängern im stich gelassen nah daran war den thron zu verlieren ein hirten mädchen aus der gegend erschienen wäre und ihm das vorhandensein unter irdischer gänge vertraut hätte durch die man den moncario durchschreiten könne ohne von den feinden bemerkt zu werden auch soll sie ihm zu einem schatz schönster perlen kostbarer edelsteine und gold und silberbarren verholfen haben mit denen der könig seine reiterscharen bezahlte und ein mächtiges heer anwarb während einer ganzen nacht marschierte er dann unter der erde dahin überfiel am nächsten tage seine gegner und vernichtete ihr heer vollständig wodurch er sich die krone sicherte nachdem er so einen bedeutenden sieg errungen hatte soll der könig zu dem hirten mädchen gesagt haben bitte mich um was du willst ich schwöre dass ich es dir unverzüglich geben werde und sollte es auch die hälfte meines königreichs sein ich habe keinen anderen wunsch als wieder meine schafe zu hüten antwortete das mädchen nein versetzte der könig du sollst fortan meine kränzen hüten und er gab ihr die ganze kränzmark zum lehen und ließ ihr in dem der kastilischen kränze zunächst liegenden dorf eine burg erbauen welche die hirtin als ihren wohnsitz bezog vorher schon hatte sie sich mit einem günstling des königs verheiratet einem edlen höfischen und tapferen ritter der selbst viele burgen und lehnsgüter sein eigen nannte des alten gregors erstaunliche geschichte von den kobolden des moncaio von deren geheimnissen die quelle des ortes murmelte rief aufs neue die fantastischen träumereien der beiden verliebten schwestern wach und vervollständigte gewissermaßen die alte geschichte von dem schatz den das hirten mädchen der sage zufolge gefunden haben sollte und dieser schatz der ihnen schon so manche schwere schlaflose nacht eingebracht hatte tauchte nun wieder vor ihnen auf als ein strahl von neuer hoffnung am abend nach der begegnung mit dem alten gregor plauderten alle mädchen des dorfes daheim von der wunderbaren geschichte die sie gehört hatten nur martha und magdalena bewahrten darüber tiefes schweigen und auch unter sich tauschten sie weder an diesem abend noch am ganzen folgenden tage ein einziges wort über die angelegenheit aus über einen gegenstand der ihren nachbarinnen so reichen gesprächsstoff bot und auf alle mögliche weise gedeutet wurde als dann die übliche stunde kam wo die mädchen wasser zu holen pflegten nahm magdalena ihren krug und sagte zu ihrer schwester gehen wir zur quelle martha gab keine antwort und magdalena fragte noch einmal wollen wir denn nicht zur quelle gehen schau wenn wir uns nicht beeilen geht die sonne unter bevor wir zurück sind schließlich rief martha in kurzem rauem ton ich mag heute nicht dann gehe ich auch nicht versetzte magdalena nach kurzem schweigen und nachdem sie ihrer schwester prüfend in die augen geschaut hatte wie um in ihnen die ursache der unlust zu erraten 3 seit einer stunde ungefähr mochte die schar der mädchen bereits wieder zu hause sein das letzte leuchten der dämmerung war am horizont erloschen und als es schon anfing dunkel zu werden und immer dunkler verließen martha und magdalena das dorf auf verschiedenen wegen und ohne voneinander zu wissen und schlugen beide die richtung nach der geheimnisvollen quelle ein allmählich erstarb des tages geräusch schon vernahm man nicht mehr die fernen stimmen der bauern die lustig singend zum takt des pflugbaums der nachschleifend auf den boden klapperte gleich vornehmen herren auf ihren gäulen nach hause ritten bald verstummte auch das eintönige schellen geläut der schafherden und das rufen der hirten und das bellen der hunde die das vieh zusammentrieben und vom turme der kirche verhalte der letzte klang des ave maria nun herrschte das zweifach erhabene schweigen der nacht und der einsamkeit jenes schweigen das mit allerlei leisen seltsamen geräuschen erfüllt ist durch die es erst so recht fühlbar wird die quelle sprudelte am ende eines langen pappel weges aus moos bedeckten felsen hervor martha und magdalena schlichen sich durch das gewirr der bäume und näherten sich der quelle unter dem schutz der dunkelheit ohne einander gewahr zu werden martha kannte keine furcht ihr schritt war fest und sicher magdalena aber zitterte schon beim bloßen rascheln der welten blätter die den boden bedeckten und die sie beim gehen aufwühlte als die beiden schwestern vor der quelle standen begann der nachtwind in den kronen der pappeln zu rauschen und auf sein stoß weises säuseln und raunen schien das wasser der quelle mit gleichmäßigem eintönigem plätschern zu antworten martha lauschte ebenso wie magdalena aufmerksam dem beständigen murmeln zu ihren füßen und dem wehklagen über sich das leise anschwoll und erstarb und wieder stärker wurde und im laubwerk verhallte je später es wurde desto mehr begann dies klingen und singen in der luft und dem wasser eine seltsame erregung in den beiden mädchen zu erzeugen eine art schwindel die ihren blick verwirrte ihr ohr mit sausen und summen erfüllte und ihnen die sinne völlig zu benehmen drohte wie man im schlaf bisweilen aus weiter ferne verworrene laute vernimmt so war auch ihnen als hörten sie zwischen jenen nicht zu bezeichneten geräuschen etwas wie das lallen eines kindes das nach der mutter verlangt und sie noch nicht nennen kann anfangs klang es wie worte die sich mehrmals wiederholten und immer die gleichen blieben dann folgten zusammenhanglose wirre sätze ohne sinn und verstand schließlich begannen der wind in den bäumen und das von stein zu stein hüpfende wasser klar und deutlich zu sprechen und sie sprachen also das wasser weib weib höre mich an höre mich an komm näher um mir zu lauschen ich will dir die füße küssen während ich zitternd dein bild auf dem dunklen grunde meiner wasser spiegele weib höre mich an denn mein plätschern und murmeln sind worte der wind mädchen reizendes mädchen hebe den kopf und lasse deine stirne mich küssen während ich spielend dein haar zerzause reizendes mädchen lausche mir denn auch ich kann sprechen und will dir zärtliche worte zuraunen martha o sprich sprich ich werde dich verstehen denn wie deine dunklen worte schwebt auch mein geist in süßem taumel sprich geheimnisvoller bach magdalena ich fürchte mich nachtwind du duftgeschwellter kühle mir die brennende stirn sage mir etwas das mir mut einflößt denn mein geist ist schwankend das wasser ich bin durch den finsteren schoß der erde geflossen hab das geheimnis ihrer wundersamen fruchtbarkeit ergründet und kenne nun alle die erscheinungen ihres innern wo die künftigen schöpfungen keimen mein plätschern wirkt auf den einen einschläfernd auf den anderen aber erweckend dich wird es erwecken da du es verstehst der wind ich bin die luft welche die engel mit ihren gewaltigen flügeln aufwirbeln wenn sie die himmelsräume durchfliegen ich balle im westen die wolken zusammen die der sonne ein purpurnes bett bereiten und treibe bei tages anbruch die dichten nebel zuhauf die in tropfen zergehen die blumen mit perlenregen besprengend meine seufzer sind balsam öffne dein herz auf das ich es fülle mit seliger wonne als ich zum ersten male einen unterirdischen bach murmeln hörte war es nicht vergeblich daß ich mein ohr auf die erde legte und lausche in ihr rauschte ein geheimnis das ich endlich sollte begreifen lernen magdalena ihr seufzer des windes ihr seid mir bekannt wenn ich in den tagen der kindheit mich in den schlaf geweint hatte wart ihr es die mich liebkosten und euer rauschen klang mir wie die stimme einer mutter die ihr kind in den schlummer wiegt das wasser verstummte für einige augenblicke und nichts war zu vernehmen als zwischen felsen dahinfließendes wasser auch der wind schwieg und sein rauschen war nichts anderes als rauschen bewegter blätter so verging eine weile und danach begannen sie wieder zu sprechen und sie sprachen also das wasser wenn ich mich tropfen um tropfen durch die goldader einer unerschöpflichen erzgrube geseit und ein bett aus silber durchlaufen habe wenn ich wie über kieselsteine hinweg über eine unzählige menge safire und amethiste gehüpft bin statt erde und sand diamanten und rubine mitschleppend so bin ich mit einem geist eine geheimnisvolle ehe eingegangen bereichert durch seine macht und durch die verborgenen eigenschaften der edelsteine und metalle von dessen atomen ich gesättigt bin vermag ich dir zu verschaffen was du auch immer begehrst ich besitze die kraft eines zauberspruches die macht eines talismans und die eigenschaft der sieben steine und der sieben farben der wind über die felder komme ich gestrichen wie die biene die mit ihrer beute duftenden honigs in den stock zurückkehrt so führe ich mädchen seufzer mit mir und kinder gebete worte der keuschen liebe und wohlgerüche der narden und der weißen waldlilien ich habe auf meinem fluge nur düfte aufgelesen und nur die klänge von harmonien meine schätze sind nicht mit der hand zu erfassen doch geben sie frieden der seele und das wunschlose glück der heiteren träume unwillkürlich entfernte sich magdalena mehr und mehr von dem felsgestein aus dem das wasser hervorsprudelte während ihre schwester sich wie verzaubert über den rand der quelle neigte um besser lauschen zu können beide hatten die augen weit aufgerissen die eine sah hinab ins wasser die andere zum himmel empor und wie magdalena die hellen sterne über sich blinken sah rief sie aus das sind die strahlenkränze der unsichtbaren engel die über uns wachen währenddessen sah Martha den zitternden widerschein der sterne im wasser und sagte das sind die goldteilchen die das wasser in seinem geheimnisvollen lauf mit sich reißt die quelle und der wind die zum anderen male auf eine weile verstummt waren fingen abermals an zu sprechen und sagten das wasser folge meinem laufe aufwärts bis zum ursprung wirf die furcht von dir ab wie ein grobes gewand und wage die schwelle des unbekannten zu überschreiten ich habe erraten dass dein geist von dem wesen der höheren geister ist vielleicht haben neider dich einst aus dem himmel gestoßen und dich dem rot des elends überliefert ich aber sehe auf deiner düsteren stirn das siegel eines edlen stolzes der dich unserer würdig macht des kreises der starken und freien geister komm ich will dich zauberworte lehren von solcher kraft daß sich die felsen vor dir öffnen wenn du die worte sprichst und dich mit den diamanten beschenken die in ihrem schoße liegen wie die perlen in den muscheln welche die fische aus dem grunde des meeres holen komm ich werde dir schätze bescheren auf das du ein glückliches leben führen kannst und später dann wenn der kerker zerbricht der dich gefangen hält wird dein geist dem unseren gleich werden denn auch sie sind nur geister von menschen und alle vereint werden wir sein die treibende kraft der schöpfung lebendiger strahl der sie durchpulst wie ein strom in unterirdischen adern der wind das wasser leckt erde und lebt dem schlamm ich aber streife durch luftige himmelsräume und fliege im unendlichen weltenraum umher folge den regungen deines herzens lass deine seele gleich einer flamme aufsteigen gleich des rauches blauen spiralen weh dem der flügel hat zu fliegen und in die tiefen hinabsteigt um gold zu suchen er der sich aufschwingen könnte zur höhe um liebe zu ernten und edle empfindungen lebe du verborgen wie das feilchen in einem befruchtenden kuss werde ich dir den lebenskeim einer schwesterseele bringen werde den nebelschleier zerreißen damit dir niemals ein sonnenstrahl fehle deiner freude zu leuchten lebe verborgen und bleibe unbekannt wenn dein geist sich vom körper löst werde ich ihnen in roter wolke den gefilden des lichtes zu führen es schwiegen der wind und das wasser und der kobold erschien der kobold war ein ganz winziges durchsichtiges kerlchen eine art licht zwerg einem irrlicht vergleichbar er lachte aus vollem halse aber so leise dass es kaum zu hören war von fels zu fels hüpfte er und das mit einer geschwindigkeit dass man schwindelig wurde vom hinsehen bald tauchte er ins wasser in der tiefe funkelnd wie ein tausendfarbiger edelstein bald kam er wieder an die oberfläche strampelte mit den beinen und reckte die arme und wackelte mit dem kopf mit einer geradezu fabelhaften schnelligkeit martha sah dem kobold und folgte mit wirrem blick all seinen sonderbaren bewegungen und als sich schließlich der teuflische geist wie eine tanzende flamme mit flatterndem funkensprühendem haar in die schluchtenreiche wildnis des moncayo stürzte fühlte sie sich mit unwiderstehlicher macht angezogen und rannte hinter ihm trein in rasender jagd währenddessen rief der wind sich langsam entfernen magdalena magdalena und schritt für schritt wie eine nachtwandlerin die im schlaf von einer freundes stimme geleitet wird folgte magdalena dem winde der seufzend über die felder dahin strich danach wurde alles wieder still in dem dunklen pappelweg und wind und wasser rauschten und plätscherten wieder wie alle tage gleich vor erregung kehrte magdalena ins dorf zurück auf martha wartete man die ganze nacht vergeblich am nachmittag des nächsten tages fanden die mädchen am rande der quelle einen zerbrochenen krug es war marthas krug von ihr aber hat man nie wieder etwas erfahren seitdem gehen die mädchen des dorfes so zeitig was erholen dass sie mit der sonne aufstehen einige haben mir erzählt dass man marthas geist der gefangen in der quelle lebt des nachts schon öfters habe weinen hören ich weiß nicht wie weit man diesem letzten teil der geschichte glauben schenken darf denn es muss gesagt werden dass seit jenem tag niemand mehr gewagt hat nach dem angelus leuten den pappelweg zu betreten ende von teil 14 gelesen von hukuspokus teil 15 von von teufeln geistern und dämonen von gustavo adolfo becker diese librivox aufnahme ist in der public domain das kruzifix mit dem toten schädel der könig von kastilien rüstete zum kriege gegen die mauren und hatte für diesen kampf wieder die feinde des glaubens an die blüte des abendlandes seiner beiden reiche den herbern ergehen lassen die sonst zu stillen straßen toledos erklange nun tag und nacht vom kriegerischen lärm der pauken und zinken keine stunde verging in der man nicht den heißeren ruf der wachen vernahm die bald an dem maurischen zwei angel tor bald am hecken tor oder auch am kopf der alten st martins brücke die ankunft irgendeines ritters ankündigten worauf das herrschaftliche banner und hinter dreien reiter und troßknechte so sah man die hauptmacht des kastilischen heeres zusammenkommen bis man damit fertig war die königlichen streitkräfte zu ordnen und dann zur grenze aufbrechen konnte vertrieb man sich die zeit mit rauschenden volksfesten prunkhaften gastereien und glänzenden waffen spielen und als schließlich der vorabend des tages gekommen war den der könig schon im voraus für den aufbruch des heeres bestimmt hatte traf man die vorbereitungen zu der letzten festlichkeit mit der die reihe der lustbarkeiten abschließen sollte am abend des festes bot die königliche burg ein einzigartiges schauspiel in den weiten höfen lagerte wirr durcheinander um die riesigen feuer ein bunt zusammengewürfelter haufen von knappen trossknechten bogenschützen und niederem volk die einen putzten ihre rosse und waffen und machten sie kampfbereit die anderen saßen beim würfelspiel schreiend und fluchend die wechselfälle des glücks begrüßend hier sangen einige im chor den kehrreim einer heldenromanze die ein spielmann vortrug und auf der gulsa begleitete dort kauften andere von einem pilger muscheln kreuze und bänder die am grabe santiagos geweiht waren nicht weit davon wurde ein possenreißer mit tollem gelächter für seine witze belohnt daneben übte jemand auf der zinke das sturmsignal mit dem ein jedes fehnlein ins treffen zu rücken pflegte und weiterhin wurden alte ritter geschichten und liebesabenteuer erzählt oder von wundern berichtet die sich erst kürzlich zugetragen haben sollten und dies alles bildete ein höllisches betäubendes durcheinander unmöglich mit worten zu schildern über diesem brausenden meer von kriegsgesängen und dröhnenden hämmern die auf ambosse niederfielen von kreischenden pfeilen die in den stahl sich fraßen von stampfenden rossen anhaltendem gelächter fauchen und zornigem schreien aus heiseren kehlen von schrillen lauten und anderen seltsamen misstönen über all diesem schwebten bisweilen wie ein hauch süßen wohlklangs die fernen akkorde der festmusik die säle in denen das fest stattfand in einem anderen teil der burg boten zwar nicht so fantastische und abwechslungsreiche bilder wohl aber einen desto glänzenderen und prunkvolleren anblick weithin zogen sich lange galerien auf einem verwirrenden labyrinth von schlanken pilastern ruhend mit geschnitzten schwippbögen fein wie spitzengewebe die weiten hallen waren mit seidenen und golddurchwirkten tapeten ausgeschlagen auf denen in tausend verschiedenen farben liebesszenen jagd und kriegsbilder dargestellt waren eine unzahl von bronzenden silbernen und goldenen lampen und kandelabern teils herabhängend von der hochgewölbten decke teils befestigt an den starken mauerpfeilern warf eine flut von licht auf die blinkenden waffen und schilde die als trophäen die wände zierten und überall wohin man auch blickte sah man einen schwarm schöner frauen in reichen goldverbrämmten gewändern auf und abschweben perlenschnüre umfingen ihre locken rubin geschmeide funkelte auf ihrer brust kranzfächer aus duftigen federn und mit elfenbannernem griff schaukelten an ihrer hand und weiße spitzenkrausen umkosten ihre wangen und um sie herum fröhliche scharen geputzter edelleute in seidenstrümpfen und safjanschuhen mit brokatwämsern und kurzen mänteln mit offenen weiten ärmeln und spitzer kappe die leichten zierlichen galadegen ansamtenem geheng und mit dolchen deren griff aus feinster filigranarbeit bestand rings um die königliche estrade in hohen sesseln aus dunklem lerchenholz saß das reifere alter und sah heiter lächelnd die strahlende blendende jugend vorüber fluten vor allem galt die aufmerksamkeit einem fräulein das wegen seiner unvergleichlichen schönheit auf allen turnieren und minnehöfen jener zeit zur königin ausgerufen wurde die tapfersten ritter führten die farben dieser schönen im wappen die namhaftesten sänger der fröhlichen kunst und wissenschaft wählten ihre reize zum gegenstand ihrer lieder auf ihr weilten alle augen mit den zücken alle herzen pochten insgeheim ihr entgegen und die edelsten sprösslinge des toledanischen adels die an jenem abend auf dem fest erschienen waren umdrängten sie huldigend gleich demütigen dienern im gefolge ihrer herrinnen agnes von tordesilla war der name dieser gefeierten schönheit hochmütig war sie und abweisend aber keiner von denen die dem ständigen tross ihrer hoffnungsvollen verehrer angehörten sagte jemals in seiner bewerbung glaubte dieser ein ermutigendes lächeln auf ihren lippen zu erraten so meinte jener ein wohlwollendes leuchten aus ihren augen erhascht zu haben ein jeder hoffte im geheimen der bevorzugte zu sein der eine wegen eines anerkennenden wortes der andere wegen irgendeiner geringfügigen gunstbezeigung oder eines oft weit zurückliegenden versprechens indessen gab es unter ihnen zwei die sich ganz besonders durch ihre ritterlichkeit und hingiebung hervortaten und die scheinbar wenn auch nicht als die bevorzugten der schönen so doch als diejenigen gelten konnten die auf dem wege zu ihrem herzen am weitesten fortgeschritten waren diese beiden ritter gleichwertig durch abkunft mut und edle eigenschaften eines selben königs diener und verehrer einer selben frau hießen alonso von carillo und lope von sandoval beide waren in toledo geboren gemeinsam hatten sie ihre ersten waffengänge getan und an ein und demselben tage waren ihre augen einem blick der schönen agnes begegnet und sie wurden von heimlicher glühender liebe zu ihr entflammt anfangs keimte diese liebe nur still im verborgenen aber als sie schließlich hervorzubrechen begann verriet sie sich unwillkürlich in all ihren worten und taten bei den turnieren auf dem zocodovea bei den blumenspielen am hofe überall wo sich nur eine gelegenheit bot an edlem anstand und anmutiger beretsamkeit miteinander zu wetteifern griffen beide ritter sie stets mit begeisterung auf begierig sich vor den augen ihrer dame auszuzeichnen an jenem abend hatten sie zwar den eisen hut gegen das federbarett ausgetauscht und das panzerhemd gegen brokat und seide aber sie standen wohl von demselben bestreben erfüllt neben dem sessel des edlen fräuleins das sich nach einem rundgang durch die säle eine weile ausruhte und begannen einen anmutigen wettstreit in artigen und geistreichen redensarten und versteckten spitzfindigkeiten die gestirne zweiter ordnung dieses strahlenden sternbildes umgaben wie ein goldener halbkreis die beiden ritter lachend und sie zu immer feineren scherzen ermutigend und die schöne um deren willen das wort gefecht angestellt war billigte lächelnd die witzigen einfälle und anspielungen die einmal wie eine welle zarten blütenduftes ihrer eitelkeit schmeichelnd dem mund ihrer verehrer entstieg ein anderes mal wie ein spitzer pfeil heraus schoss um den gegner an seiner verwundbarsten stelle seine eigenliebe zu treffen bald aber begann der höfische streit in geistreicher und gewandter rede sich mehr und mehr zuzuspitzen mit jedem mal an heftigkeit zunehmend die worte blieben zwar noch in der form höflich wurden aber kurz und trocken hervorgestoßen und von einem gewissen lächeln einem leisen zucken um die mundwinkel begleitet auch wies das rasche aufblitzen der augen die nicht fähig waren etwas zu verheimlichen darauf hin dass der zorn mühsam verhalten schon in der brust der beiden nebenbuhler kochte die lage war unhaltbar das fräulein begriff und erhob sich vom sessel um in die seele zurückzukehren da aber durchbrach ein neuer zwischenfall die schranken der gegenseitigen achtung und höflichkeit in welchen die beiden verliebten junker sich noch gehalten hatten agnes hatte nämlich um sich kurzweil zu schaffen im laufe des gespräches von ihren nach köstlichen essenzen duftenden handschuhen einen goldenen knopf nach dem anderen abgerissen und vielleicht absichtlich vielleicht auch nur aus vergesslichkeit einen handschuh auf ihrem schoß liegen lassen als sie nun aufstand glitt dieser zwischen den weiten falten ihres seidenen kleides herab und fiel auf den teppich im gleichen augenblick bückten sich all die edlen herren ihres glänzenden gefolges ihnen wieder aufzuheben im streit um die ehre mit einem leichten kopfnicken für ihre zuvorkommenheit belohnt zu werden ein leises lächeln befriedigter eitelkeit umspielte die lippen der stolzen agnes als sie sah mit welcher bereitwilligkeit alle einen krummen buckel vor ihr machten mit einer einzigen flüchtigen kopfbewegung grüßte sie die herren die so viel eifer bewiesen hatten ihr zu dienen und mit hochmütigem verächtlichem gesicht ohne kaum hinzusehen streckte sie die hand in die richtung aus wo lope und alonso standen um von ihnen den handschuh zurück zu fordern denn augenblicklich waren sie allen anderen zuvor gekommen nahe bei ihren füßen hatten beide junker gleichzeitig den handschuh niederfallen sehen beide hatten sich gleich schnell gebückt um ihn aufzuheben und als sie sich wieder aufrichteten hielt ein jeder ihn an einem ende gefasst starr und stumm standen sie da sahen sich an mit herausfordernden blicken an jeder entschlossen den handschuh nicht dem anderen zu lassen als das fräulein dies bemerkte entfuhr ihm unwillkürlich ein leiser schrei auch die übrigen augenzeugen gaben ihrer bestürzung lauten ausdruck alle fürchteten es würde zu einer stürmischen szene kommen und eine solche im schloss des königs und in seiner gegenwart mußte geradezu als missachtung aufgefasst werden dennoch verharrten lope und alonso teilnahmslos schweigend maßen sie sich vom kopf bis zu den füßen und nur ein leichtes nervöses zittern das ihre glieder wie ein fieberschauer durchflog verriet den sturm in ihrem innern immer dringlicher wurde das begütigende zureden der umstehenden immer mehr leute kamen herbei und umringten die beiden helden des dramas und sei es aus verwirrung oder weil sie sich darin gefiel das spiel in die länge zu ziehen agnes lief von einer seite zur anderen als suche sie eine zuflucht um sich den blicken der neugierigen zu entziehen die sich in immer größerer zahl ansammelten eine katastrophe war unabwendbar schon hatten die beiden junker ein paar kurze worte miteinander gewechselt krampfhaft hatten sie mit der einen hand den handschuh gepackt und schon tasteten sie mit der anderen unwillkürlich nach dem goldenen griff ihrer dolche als sich plötzlich der kreis der zuschauer ehrfurchtsvoll auftat und der könig erschien seine stirn war heiter kein unwille lag auf seinem gesicht kein zorn in seiner gebärde mit einem blick erfasste er das ganze bild und dieser eine blick reichte hin um ihm begreiflich zu machen was sich dazu trug mit der ganzen liebenswürdigkeit eines vollkommenen edelmannes nahm er den handschuh den beiden rittern ab deren hände sich wie von einer feder bewegt mühelos öffneten als sie die berührung des fürsten spürten darauf wandte sich diese an agnes von tordesillas die auf den arm einer zofe gestützt einer ohnmacht nahe war und sagte mit festem wenn auch mildem ton hier nehmt edles fräulein doch hütet euch ihn noch einmal fallen zu lassen es könnte sonst geschehen daß man ihn euch blutbefleckt zurück brächte als agnes den könig also sprechen hörte fiel sie in ohnmacht ob infolge der aufregung oder um sich würdiger aus der verlegenheit zu ziehen ist schwer zu entscheiden und wurde von den umstehenden aufgefangen alonso drückte sein samt barett in den händen und lobe nagte an den lippen dass das blut hervorquoll nur einen blick tauschten sie einen entschlossenen durchbohrenden blick und bei derartigen vorfällen galt ein blick so viel wie ein backenstreich wie ein handschuh dem anderen ins gesicht geworfen wie eine herausforderung auf leben und tod 2 als mitternacht heran nahte zogen sich der könig und die königin in ihre gemächer zurück das fest war zu ende und all die neugierigen die in zahlreichen gruppen in der burgstraße auf dem zucco du ver und auf dem miradero platz ungeduldig diesen augenblicks gewartet hatten stellten sich eiligst auf um die heimkehrenden zu sehen ein oder zwei stunden lang herrschte noch in der auffahrt zur burg und in den benachbarten straßen ein unbeschreibliches leben und treiben überall sah man knappen vorüberreiten reich geschirrte rosse am zaume führend herolde in prunkvoller zeremonialtracht geziert mit wappenschildern und figuren paukenschläger in buntfarbigem kleid reisige im glänzenden harnisch pagen in samtmänteln mit federgeschmückten barettes und diener zu fuß die den mit kostbaren stoffen bedeckten tragsesseln und prächtigen senften voraufschritten in der hand trugen sie große brennende fackeln deren rötlicher schein die erstaunten gesichter der menschenmenge beleuchtete mit offenem munde und verwunderten augen sahen diese staunend die besten des kastilischen adels vorüberziehen der bei solcher gelegenheit einen geradezu fabelhaften prunk entfaltete dann wurde es nach und nach stiller auf den straßen und der lärm legte sich auf der burg hinter den bunten scheiben der hohen gotischen fenster erloschen die lichter die letzte reiterschar zog an der dicht gedrängten menge vorüber und allmählich verlief sich das volk in alle richtungen und verlor sich im gewirr der dunklen gewundenen gässchen nun lag die stadt im tiefsten schweigen der nacht aus der ferne nur schallte der ruf eines wachtpostens der schritt eines neugierigen der als letzter heim ging das greischen der türriegel die bald hier bald da vorgeschoben wurden da erschien oben auf der freitreppe die vom burgwall herab führte ein ritter er schaute sich nach allen seiten um als suche er jemand der auf ihn gewartet haben musste stieg darauf langsam herab und wandte sich durch die burggasse zum sokodo wehrplatz hier blieb er stehen wieder sah er sich nach allen seiten um es war eine stockfinstere nacht nicht ein stern funkelte am himmel und auf dem ganzen platz brannte nicht ein licht dennoch war es ihm als unterschied er weiter hinten die gestalt eines mannes auch vernahm er jetzt aus derselben richtung leise schritte die näher kamen das war zweifellos der auf den er mit solcher ungeduld zu warten schien der ritter der soeben die burg verlassen und den sokodo wehrplatz erreicht hatte war alonso carillo das ehrenamt das er in der königlichen kammer bekleidete hatte ihn genötigt sich so lange beim könig aufzuhalten und der andere der aus dem dunkel der bogengänge die rings um den platz laufen hervortrat war lope von sandoval als die beiden ritter einander gegenüberstanden wechselten sie leise einige worte ich nahm an dass du hier wartetest sagte der eine und ich erwartete dass du dies annehmen würdest entgegnete der andere wohin gehen wir irgendwo hin wo ein lichtstrahl uns leuchtet und wenn wir auch nur vier spannen breit platz haben um uns zu rühren nach diesem kurzen gespräch bogen die beiden junker in eine der engen gassen ein die vom sokodo wehrplatz abgehen und vertauchten im dunkel der nacht wie gespenster die den der sie erblickt einen augenblick lang erschrecken und dann sich in dunst auflösend in den schoß der finsternis zurückversinken lange gingen sie kreuz und quer durch die straßen toledos auf der suche nach einem passenden ort ihren ehrenhandel auszufechten die dunkelheit der nacht war jedoch so undurchdringlich dass ein zweikampf unmöglich schien aber beide wünschten sehnlich sich zu schlagen und zwar noch bevor der morgen dämmerte da schon bei tages anbruch des königs her und mit ihm alonso aufbrechen sollte so liefen sie denn aufs grater wohl weiter über verlassene plätze durch düstere gänge und enge finstere gästchen endlich sahen sie von weitem ein licht blinken ein winziges schwach flackerndes licht fantastisch umhüllt von einem verschwommenen kreisrunden nebelschein sie waren in die christusgasse gekommen und das licht das sie am anderen ende der straße erblickten ging augenscheinlich von dem lämmchen aus das auch schon in damaliger zeit vor dem kruzifix brannte als sie des lichts ansichtig worden stießen beide einen freudenruf aus und richteten eiligst ihre schritte dorthin nach wenigen minuten standen sie vor dem kleinen altar im lichtgreif der lampe unter einem in die mauer eingelassenen bogen sahen sie das bild des erlösers am kreuz ihm zu füßen einen toten kopf ein grob gearbeitetes hölzernes vordach schützte es gegen die unwetter und an einem strick hing eine kleine schwach leuchtende lampe vom winde geschaukelt das war der ganze altar einige efeu ranken die aus den verwitterten und gespaltenen quadersteinen empor wuchsen umgaben ihn mit einer art grünem thronhimmel die ritter entblößten ihr haupt verneigten sich ehrbietig vor dem christusbild und sprachen ein leises gebet darauf musterten sie mit einem raschen blick die umgebung warfen die mäntel ab trafen die nötigen vorbereitungen zum kampf und gaben sich durch eine leichte kopfbewegung das zeichen und kreuzten die klingen aber kaum hatten sich die deken berührt und bevor einer der gegner einen einzigen schritt tun noch einen ausfall machen konnte erlosch plötzlich das licht und die straße war in tiefste dunkelheit gehüllt wie vom gleichen gedanken geleitet traten die kämpfer von finsternis plötzlich umgeben einen schritt zurück richteten den blick auf das lämpchen und senkten die spitzen der deken und im selben augenblick als sie mine machten den streit beizulegen leuchtete das licht das noch soeben erloschen war wieder auf es wird ein windstoß gewesen sein der die flamme niedergedrückt hat rief cario und stellte sich von neuem zum kampfe auf zugleich auch lope dazu auffordernd der seinen gedanken nachhing lope trat vor und nahm seinen früheren platz wieder ein er legte sich aus und die klingen kreuzten sich aber wieder erlosch das licht beim ersten anprall und blieb erloschen solange die degen noch gegeneinander lagen danach flammte es von selbst wieder auf und flackerte im winde langsam hin und her mit eigenartig zitterndem schein den gelben toten schädel zu füßen des grozifixes beleuchtend in der tat das ist seltsam flüsterte lope mit einem blick auf die lampe nach was meinte alonso es wird daher kommen dass die schwester die für die altar lampe zu sorgen hat mit dem öl knausert und so die andächtigen betrügt das licht ist dem erlöschen nahe wird abwechselnd hell und dunkel im letzten todeskampf nach diesen worten legte der ungestüme junker sich wieder aus und sein gegner folgte dem beispiel diesmal aber wurden sie nicht allein wieder in dichtes und durchdringliches dunkel gehüllt sondern zu gleicher zeit traf ihr ohr der tiefe klang einer geheimnisvollen stimme ähnlich dem langgezogenen heulen des sturmwindes wenn er in den engen gassen sich fängt und klagend jammernd hin und her rennt was jene furchtbare übermenschliche stimme sagte vermochten die junker nicht zu erfassen aber beide wurden dermaßen von schrecken ergriffen dass die degen augenblicklich ihren händen entfielen ihr haar sträubte sich ein schau daran ihnen durch die glieder und aus allen poren brach kalter todesschweiß und das licht das dreimal erloschen flammte wieder auf und verscheuchte auch zum dritten mal die finsternis da sah lope wie sein gegner ebenso fassungslos war wie er selbst ebenso bleich und starr und er dachte daran dass dieser einst sein freund gewesen gott will diesen kampf nicht zulassen rief er weil es ein streit zwischen brüdern ist hundertmal haben wir den himmel zum zeugen unserer ewigen freundschaft angerufen und darum ist ein zweikampf zwischen uns eine kränkung gottes mit diesen worten warf er sich alonso an die brust und auch dieser schloss ihn mit herzlichem druck in seine arme es währte einige minuten bis sich die beiden junker auf jede weise ihre liebe und freundschaft von neuem versichert hatten alonso nahm als erster das wort und sagte noch tief bewegt über die eben erfolgte versöhnung mit warmer stimme zu seinem freund lupe ich weiß dass du agnes liebst ob ebenso heiß wie ich kann ich zwar nicht wissen jedenfalls liebst du sie da nun ein kampf zwischen uns beiden unmöglich ist wollen wir uns entschließen unser schicksal in ihre hände zu legen komm wir wollen zu ihr gehen möge sie zwischen uns wählen und entscheiden wer der glückliche sein soll und wer der unglückliche ihre entscheidung soll von uns beiden anerkannt werden und wer ihrer gunst nicht wert ist hat morgen toledo mit dem könig zu verlassen um im tubel des krieges trost und vergessen zu suchen gut es soll sein wie du willst entgegnete lupe und arm in arm schlugen die beiden freunde den weg nach dem domplatz ein wo agnes von tordesilla wohnte in einem palast von dem heute auch nicht einmal reste mehr übrig sind tages anbruch war nicht mehr fern und da auch agnes sinds brüder und noch einige andere aus ihrer sippe am nächsten tage mit dem herr des königs aufzubrechen hatten so war es nicht unmöglich dass die beiden schon zu früher stunde einlass in den palast erhielten von dieser hoffnung erfüllt schritten sie aus und standen bald am fuß des gotischen turms aber kaum waren sie hier angekommen als ein eigentümliches geräusch ihre aufmerksamkeit auf sich lenkte schnell verbargen sie sich in einer der dunklen nischen die von den hohen vorspringenden pfeilern gebildet werden und da sahen sie zu ihrem größten erstaunen wie sich im palast ihrer angebeteten eine balkontür öffnete und in ihrem rahmen ein mann erschien der mit hilfe eines strickes auf die straße kletterte darauf wurde oben eine weiße gestalt sichtbar zweifellos agnes selbst die sich über die brüstung beugend ihrem heimlichen liebhaber einige zärtliche abschieds worte zurief in der ersten erregung hatten die beiden junker zum degen gegriffen dann aber wie von demselben gedanken plötzlich erleuchtet sahen sie einander an und ein jeder fand sich einem gesicht gegenüber das so komisch erstaunt reinschaute dass alle beide in lautes lachen ausbrachen ihr gelächter schallte hell über den ganzen platz hinüber zum palast und fand in der stille der nacht vielfachen wiederhall im selben augenblick verschwand die weiße gestalt vom balkon und man hörte wie die türen heftig zugeschlagen wurden danach lag alles wieder in tiefem schweigen am folgenden morgen sah die königin von einem prächtig geschmückten schaugerüst aus die scharen vorbeiziehen die gegen die mauren ausrückten und ihr zur seite saß die vornehmste frauenwelt toledos unter ihr war auch agnes von tordesilla und wie gewöhnlich richteten sich auch heute alle augen auf sie aber es schien ihr als ob der ausdruck anders wäre als sonst als ob in den neugierigen blicken die auf sie fielen ein spöttisches lächeln läge diese wahrnehmung musste sie umso mehr in unruhe versetzen als sie an das laute gelächter in der vergangenen nacht dachte dass sie drüben von einer anderen ecke des platzes her vernommen zu haben meinte gerade als sie sich von ihrem liebsten trennte und die balkontüren schließen wollte da sah sie in den reihen der krieger die in staubwolken gehüllt und in blitzenden funkelnden rüstungen am schaugerüst vorüberzogen die vereinigten banner der häuser cario und sandoval auftauchen und als sie erkannte wie friedlich die beiden einstigen nebenbuhler jetzt nebeneinander ritten und das bedeutungsvolle lächeln bemerkte mit dem diese sie während der verbeugung vor der königin ansahen da erriet sie alles vor scham wurde sie purpurrot und nur mit mühe konnte sie die tränen zurückhalten ende von teil 15 gelesen von hukuspokus teil 16 von von teufeln geistern und dämonen von gustavo adolfo becker diese librivox aufnahme ist in der public domain das gelöbnis 1 margret hatte das gesicht in den händen verborgen und weinte still vor sich hin die tränen rannen leise an den wangen herab und da sie den kopf vorn über gesenkt hatte sickerten sie durch die finger und tropften auf die erde neben margret stand peter von zeit zu zeit sah er auf und schaute sie an aber da sie immer noch weinte blickte er wieder zu boden und versank in tiefes schweigen auch ringsum her war alles still geworden gleichsam aus achtung vor ihrem leid die stimmen auf dem felde waren erstorben der abendwind schlief und im gehölz hatten die dicht belaubten bäume sich langsam in dunkle schatten gehüllt so verstrichen einige minuten am horizont wurde die letzte helle spur die die sinkende sonne hinterlassen hatte fortgewischt undeutlich umrissen zeichnete sich der mond auf dem violetten grunde des dämmernden himmels ab und nach und nach wurden die größeren sternbilder sichtbar peter brach schließlich das beängstigende schweigen stockend mit leiser stimme und als ob er mit sich selber spräche rief er es ist doch unmöglich ganz unmöglich darauf wandte er sich wieder dem fassungslosen mädchen zu und ihre hand ergreifend fuhr er milder und zärtlicher fort margret für dich bedeutet die liebe alles und du siehst nichts außer ihr aber es gibt etwas das ebenso heilig ist wie unsere liebe das ist meine pflicht unser herr der graf von gomara verlässt morgen seine burg um seine scharen mit dem heer des königs ferdinand zu vereinigen es gilt die stadt sevilla aus der macht der ungläubigen zu reißen und ich muss dem grafen gefolgschaft leisten als weise unbekannter herkunft ohne namen und ohne sippe schulde ich ihm alles was ich bin ihm habe ich gedient in der müßigen friedenszeit unter seinem dach habe ich geschlafen an seinem herd mich gewärmt und von dem brot seines tisches gegessen wenn ich ihn heute im stich lasse wird man morgen höchstlich verwundert sein mich nicht unter der schar zu sehen die aus den burgtoren zieht seine mannen werden fragen ja wo steckt denn der lieblings knappe des grafen gomara meinem herrn wird scham den mund schließen aber seine pagen und spaßmacher werden höhnisch erwidern des grafen knappen ist nur im turnier ein held er bricht nur lanzen um lieber frauen willen als margret ihn so reden hörte hob sie den tränen feuchten blick und sah ihrem liebsten in die augen ihre lippen bewegten sich als ob sie etwas sagen wollte aber ihre stimme erstickte in schluchzen um gottes willen hör doch auf zu weinen fuhr peter fort und seine stimme ward noch wärmer und überzeugender deine tränen tun mir weh wenn ich auch jetzt in die ferne ziehen muß ich komme wieder und dann hat sich mein unbekannter name ein wenig mit ruhm bedeckt der himmel wird uns bei dieser heiligen herfahrt beistehen wir werden sevilla erobern und der könig wird uns siegreichen kriegern ein lehen an den ufern des quadal quivir geben dann komme ich zurück und hole dich und zusammen machen wir uns auf um uns in jenem paradies der mauren ein heim zu gründen wo sogar der himmel noch klarer und blauer sein soll als hier in kastilien also ich schwöre dir ich komme wieder ich komme wieder und halte das wort das ich dir feierlichst gegeben damals als ich dir auch den ring aufsteckte zur bekräftigung unseres gelöbnisses peter rief nun margret mit fester entschlossener stimme ihre erregung meisternd geh ja geh um deiner ehre willen und mit diesen worten warf sie sich noch ein letztes mal ihrem liebsten in die arme dann aber fügte sie dumpfen tones und seltsam bewegt hinzu ja um deiner ehre willen aber komm wieder komm wieder um der meinigen willen peter küsste margret auf die stirn ergriff sein ross das an einem baum festgebunden war beim zügel und tritt im trab durch den baumweg davon margret schaute peter nach bis sich sein bild im schatten der nacht verlor und als sie ihn nicht mehr sehen konnte kehrte sie langsam ins dorf zurück wo ihre brüder ihrer schon warteten leg deine sonntagskleider zurecht sagte einer von ihnen zu ihr als sie eintrat morgen gehen wir mit dem ganzen dorf volk nach gomara um den grafen nach andalusien ausrücken zu sehen ich habe keine freude daran antwortete margret seufzend mich stimmt es traurig wenn ich all die vielen menschen vorziehen sehe die vielleicht nie wieder kommen trotzdem hast du mit uns zu kommen beharrte der andere bruder du mußt dich putzen und fröhlich aussehen die klatschweiber sollen nicht sagen du habest ein verhältnis mit einem der burg insassen und dein liebster zöge in den krieg 2 kaum zeigte sich am himmel das erste morgen rot als im ganzen gemark von gomara das laute blasen der gräflichen reisigen anhub schon aus der ferne sah das landvolk das in zahlreichen gruppen aus den nahen weilern herbeiströmte auf dem bergfried das herrschaftliche banner im winde flattern überall sammelten sich neugierige an des schauspiels gewärtig am grabenrand hockten sie und in die bäume waren sie geklettert weit im feld streiften sie umher auf allen hügeln der umgegend saßen sie und längs der landstraße hatten sie sich in langen reihen aufgestellt eine stunde war ungefähr verstrichen und einige fingen schon an ungeduldig zu werden da erklangen von neuem trompeten stöße also bald rasselten die ketten in der windberge und langsam wurde die zugbrücke über den graben gelassen dann wurde das fallgatter hochgezogen und in den angeln kreischend öffneten sich nacheinander die schweren flügel des außentors und man blickte hinein in den zwinghof die menge drängte sich auf dem höchsten punkte des weges zuhauf um die glänzenden rüstungen und prunkvoll aufgezäumten pferde besser sehen zu können denn die gefolgschaft des grafen von komara war in der ganzen gegend wegen ihrer pracht und ihres reichtums bekannt den zug eröffneten die ausrufer die von zeit zu zeit stehen blieben und nach einem trommelwirbel mit weithin schallender stimme das sendschreiben vorlasen demzufolge der könig seine getreuen vasallen zur herfahrt gegen die mauren aufrief und den freien städten und dörfern gebot seine scharen ungehindert durchziehen und ihnen schutz und beistand angedeihen zu lassen den ausrufern folgten die wappenkönige stolz und prächtig anzuschauen mit ihren weißen federbaretts und den seidenen heroltsröcken auf denen in gold und bunten farben die wappenschilder eingestickt waren eine schar von etwa zwanzig jener berühmten zinkenisten denen in den alten chroniken der spanischen könige unglaubliche lungenkraft nachgesagt wird zogen einem ritter voraus der bis an die zähne gewappnet auf einem rappen saß und das gräfliche banner mit dem wahlspruch und allen insignien trug es war der bannerherr des hauses ihm zur linken ritt in schwarz und rot gekleidet der herrschaftliche generalprofess kaum war das fürchterliche zinkengeschmetter verklungen als man ein dumpfes schrittmäßiges stampfen vernahm dienstleute mit langen spießen und ledernen schilden bewaffnet zogen vorüber ihnen schlossen sich die sturmtruppen an mit antwerken und schleudermaschinen mit mauerbohrern sturmböcken und leitern und hinter ihnen kamen die trossbuben und lasttiertreiber eingehüllt in eine staubwolke die von den hufen der rosse aufgewirbelt wurde folgte im großen haufen das burggesinde die eisernen brustharnische funkelten in der sonne und von fern glich es einem wald von lanzen schließlich erschien auch der graf selbst im kreise seiner pagen die mit kostbaren goldgestickten seidenwämsern gekleidet waren ihm voran zogen die kräftigen mit schabracken und federbüschen gezierten maultiere der paukenschläger und den nachtrupp bildeten die knappen seiner burg als die menge seiner ansichtig wurde begrüßten sie ihn mit einem ungeheuren jubel im selben augenblick erstickt von dem stimmen gebraus erklang ein schrei und eine frau sank ohnmächtig wie vom blitz getroffen in die arme der umstehenden die ihr schnell bei sprangen es war margret in dem gnädigen und gefürchteten grafen von gomara der zu den vornehmsten und mächtigsten wasallen der krone kastiliens zählte hatte sie ihren heimlichen liebsten erkannt das heer des königs ferdinand war aus cordoba ausgerückt und nach langen tagesmärschen vor seville angekommen in ekiya und carmona hatten heftige kämpfe stattgefunden in alkala am quadaira war die berühmte burg erobert und hier schon im angesicht der stadt der ungläubigen das königliche banner gehisst worden unbeweglich bleich und finster saß der graf von gomara auf einem schemel in seinem zelt die hand ruhte auf dem knauf seines schwertes die augen starrten ins leere mit jenem blick der einen gegenstand zu betrachten scheint und doch nichts von dem wahrnimmt was ringsumher vor sich geht neben ihm stand der älteste knappe seines hauses der einzige der in solchen stunden schwarzester laune es wagen durfte ihn anzureden ohne den ausbruch des zornes auf sich zu lenken was habt ihr gnädiger herr fragte er ihn welch leid bewegt euch und verzehrt euch traurig zieht ihr in den kampf und traurig kehrt ihr zurück selbst dann wenn ihr siegreich wart wenn all die anderen ritter von des tages lasten ermüdet ruhig schlummern hör ich euch stöhnen wie von einem alb gequält und eilig dann an euer lager so find ich euch im kampf mit etwas unsichtbarem das euch zu matern scheint ihr schlag die augen auf doch will nicht der schrecken von euch weichen was fehlt euch gnädiger herr sagt es mir doch wenn es ein geheimnis ist so weiß ich es zu wahren auf dem grunde meines herzens und zu schweigen wie ein grab der graf schien anfangs nicht auf den knappen zu hören doch dann nach langem schweigen und als ob die worte seines dieners diese spanne zeit bedurft hätten um bis ans innere ohr des begreifens zu gelangen löste er sich allmählich aus seiner starrheit er zog ihn liebevoll zu sich heran und sagte zu ihm in ernstem ruhigem ton ich habe im stillen viel gelitten und aus scham habe ich bisher geschwiegen weil ich mich für den spielball eines eitlen wahns hielt aber nein es ist nicht überspanntheit was ich erlebe ich muss mich unter der einwirkung irgendeines schrecklichen fluches befinden himmel oder hölle müssen etwas von mir wollen und künden mir dies durch übernatürliche zeichen erinnerst du dich an den tag an dem wir zum ersten mal in der ebene von triana mit den mauren aus lebria zusammenstießen wir waren wenige hart wurde gekämpft und ich war nah daran mein leben zu verlieren du hast gesehen wie mitten im wildesten schlachtgetümmel mein armes verwundetes roß blind vor raserei durchging und sich gegen die hauptmacht der maurischen scharen wandte vergebend suchte ich es zurückzuhalten die zügel waren mir aus der hand gefallen und das widerspenstige tier trug mich dem sicheren tode entgegen schon schlossen die mauren ihre reihen schon stellten sie ihre langen spieße mit den beschlägen fest auf den boden um mich zu empfangen ein hagel von pfeilen sauste mir um die ohren um ein paar fußlänge nur war mein pferd noch von dem eisenwall entfernt an dem wir zerschellen sollten als ich glaub mir es war keine einbildung als ich sah wie eine hand dem ross die zügel griff es mit übernatürlicher kraft zum stehen brachte und es augenblicks zu den reihen meiner krieger zurücksandte auf diese wunderbare weise wurde ich gerettet umsonst fragte ich diesen und jenen nach meinem retter niemand wußte von ihm niemand hatte ihn gesehen als ihr dem wald von spießen entgegenjagtet sagte man mir wart ihr allein völlig allein daher wunderten wir uns als wir euch plötzlich wenden sahen obwohl wir wußten daß das ross nicht mehr dem reiter gehorchte von ahnungen erfüllt trat ich an jenem abend in mein zelt vergebens versuchte ich von der erinnerung an das seltsame abenteuer freizukommen da aber als ich mein lager aufsuchen wollte sah ich dieselbe hand wieder eine schöne blendenweiße hand sie zog die bettvorhänge auf und als sie damit fertig war verschwand sie seit dem tage sehe ich immer und überall diese geheimnisvolle hand die meine wünsche errät und meinem handeln zuvorkommt bei dem sturm auf die burg triana sah ich wie sie einen pfeil der auf mich zugeflogen kam in der luft ergriff und zerbrach bei einem zechgelage wo ich meinen kummer in saus und braus ersticken wollte sah ich sie meinen becher mit wein füllen immer immer habe ich sie vor augen und wohin ich gehe folgt sie mir ins zelt und in den kampf am tag und in der nacht da jetzt schon wieder schau doch nur schau doch nur wie sie sich sanft auf meine schulter legt bei diesen worten sprang der graf auf und trat einige schritte zurück wie außer sich vor entsetzen der knappe wischte sich eine träne ab die ihm über die backe lief er glaubte sein herr hätte den verstand verloren indessen hielt er es nicht für geboten ihm seine idee auszureden sondern sagte nur tief bewegt kommt gnädiger herr wir wollen auf eine weile ins freie treten vielleicht dass der abendwind eure stirne kühlt und das unfassbare leid lindert für das auch ich keine tröstenden worte finde vier das herrlager der christenheit erstreckte sich über die ganze ebene des quadaira bis an das linke ufer des quadal cuivier dem herrlager gegenüber scharf umrissen vom lichtblauen himmel erhoben sich die mauern sevillas mit zinnen und starken türmen über diese zinnen krone lugte das strotzende grün der tausend gärten der maurischen stadt und zwischen dem dunklen laubwerk leuchteten die schneeweißen türmchen der häuser die minarette der moscheen und hochragend über allem der wardturm mit seiner luftigen brüstung und den vier großen goldenen kugeln die in der sonne funkelnd sprühende lichter aussandten und von dem christenlager aus vier riesigen flammen glichen die herfahrt könig ferdinands war eine der kühnsten und heldenhaftesten jener zeit die berühmtesten ritter aus allen königreichen der halbinsel hatten sich hier angeschlossen und aus fernen fremden ländern waren einige von dem edlen unternehmen herbeigelockt worden und hatten ihre streitkräfte mit denen des frommen königs vereint so erblickte man in dem heerlager das sich über die ganze ebene ausdehnte gezellte in allen formen und farben auf ihren spitzen flatterten die verschiedensten feldzeichen im winde mit gleichgeteilten wappen mit sternen greifen und löwen mit ketten pfählen und braupfannen und mit hundert und aberhundert heroldsfiguren und wappen bildern die namen und rang ihrer herren verkündeten in den gassen dieser von heute auf morgen entstandenen stadt wogte eine menge von kriegsknechten auf und ab ein jeder in seiner sprache redend ein jeder nach brauch seines landes gekleidet ein jeder gerüstet nach seinem gutdünken ein fremdartiger malerischer anblick hier saßen einige herren auf schemeln vor dem eingang ihres gezells und erholten sich beim brettspiel von den anstrengungen des gefechtes während ihre pagen die zinnernen becher mit wein füllten dort benutzten einige troßbuben einen müßigen augenblick um ihre waffen die beim letzten scharmützel gelitten hatten wieder herzurichten und blankzureiben an einer anderen stelle bejubelte die menge die überraschende geschicklichkeit einiger besonders tüchtiger armbrustschützen die in eine mauer bresche einen hagel von pfeilen sandte und dazu der lärm der pauken und zinken das schreien der fliegenden händler das dröhnen des eisens auf dem ambass das singen der spielleute die ihre zuhörer mit der erzählung von wunderbaren heldentaten unterhielten die stimmen der ausrufer die der feldherren befehle kundtaten kurz und gut tausend und abertausend schrille laute schwirrten durch die luft und verliehen jenem kriegerischen bild eine so lebendige und übermütige färbung dass es sich mit worten nicht wiedergeben lässt von seinem treuen knappen begleitet schritt der graf von gomara durch die bunt bewegte menge still und traurig ohne den blick zu erheben als ob es nichts gäbe das sein auge fesseln noch sein ohr treffen könnte mechanisch wie ein schlafwandler dessen geist in einer welt von träumen weilt wandelte und handelte er ohne sich seiner handlungen bewusst zu werden gleichsam einem fremden willen unterworfen unweit des königs zeltes hielt ein mann von seltsamem aussehen allerlei krimskrams feil den er mit vielem geschrei und übertriebenen anpreisungen ausbot und all die kriegsknechte pagen und trossbuben die ihnen in großer menge umstanden offenen mundes lauschend rissen sich um die ware teils sah er aus wie ein pilger teils wie ein spielmann bald sagte er in schlechtem latein eine art litanei her bald erzählte er eine schnurre oder narrenposse durchpfefferte sein unendliches geschwätz mit witzen die selbst einen armbrustschützen rot machen konnten und mengte schelmische liebesgeschichten mit frommen gebeten und heiligen legenden in dem geräumigen mantelsack der ihm von der schulter hing lagen wirr durcheinander tausenderlei dinge bänder am grabe santiagos geweiht kleine zettel mit worten darauf die er als hebräisch bezeichnete und die von könig salomon bei der gründung des tempels gesprochen sein sollten die einzigen amulette die gegen jede art von ansteckender krankheit zu schützen vermöchten dann wunderwirkende salben die einen kerl wieder zusammenflicken könnten selbst dann wenn er mitten durchgehauen wäre evangelien bücher in brokatbeutelchen eingenäht geheimmittel um sich bei allen weibern beliebt zu machen reliquien der schutzheiligen aus allen wallfahrt städten spaniens schmuckstückchen kleine ketten und gürtel denkmünzen und allerlei alchemistischen plunder aus glas und blei als der graf in die nähe der lauschenden menge kam fing der pilger gerade an eine art bandola oder arabischer gussler zu stimmen auf der er sich beim vortrag seiner romanzen zu begleiten pflegte in aller ruhe stimmte er eine seite nach der anderen ab während sein begleiter herumging und aus der mageren geldkatze der zuhörer die letzten cornados hervorlockte mit näselnder stimme und zu einer eintönigen herzergreifenden weise begann schließlich der pilgermann eine romanze zu singen die immer mit dem gleichen kehreim schloss der graf trat näher und wurde aufmerksam infolge eines wie es schien seltsamen zusammentreffens entsprach der titel jener geschichte völlig den düsteren ahnungen die sein gemüt beschwerten wie der sänger zu beginn der romanze verkündet hatte hieß sie nämlich die romanze von der toten hand der knappe versuchte als er diesen eigenartigen titel hörte seinen herrn zum weitergehen zu bewegen der graf aber rührte sich nicht von der stelle das auge starre auf den spielmann gerichtet lauschte er dem gesang das mädchen einen liebsten hat er gibt als knappe sich aus und eines tages erzählt er ihr er zöge in den krieg hinaus du gehst und kehrst nicht wieder so war ich lebe kind die weil ihr liebster schwören tut ein flüstern geht dem wind verflucht wer eines mannes gelöbnis glaubhaft findet der graf zieht mit der kriegerschar aus seiner burg hinaus die maid erkennt den grafen ruft den großbetrübnis aus weh mir er zieht von hinnen meine ehre ist dahin die weil die ärmste klagt und weint ein flüstern geht dem wind verflucht wer eines mannes gelöbnis glaubhaft findet ihr bruder steht daneben und hört die worte ihr du hast uns schande angetan er schwur die treue mir er soll dich nicht mehr finden wo er dich sonstens findet die weilen die unglückseel gestirbt ein flüstern geht dem wind verflucht wer eines mannes gelöbnis glaubhaft findet sie legen sie ins grab hinein im schatten wohl versteckt doch so viel erd sie werfen drauf die hand bleibt unbedeckt die hand die trägt das ringelein des grafen angebind und nächtens über ihrem grab ein flüstern geht dem wind verflucht wer eines mannes gelöbnis glaubhaft findet kaum hatte der sänger die letzte strophe beendet als sich der graf einen weg durch die neugierigen bahnte die ihm ehrerbietig platz machten als sie ihn erkannten und an den pilger herantrat er packte ihn heftig am arm und fragte ihn leise mit bebender stimme aus welcher gegend bist du aus der gegend von soraya antwortete dieser gleichgültig und wo hast du diese romanze gelernt auf wen bezieht sich das was du berichtest rief der graf mit steigender erregung gnädiger herr sagte der pilger und sah dem grafen fest und unerschütterlich ins auge dies lied singen die bauern in der gemarkung von gumara und es bezieht sich auf ein unglückliches mädchen das ein mächtiger herr in schmählicher weise betrogen hat als man sie verscharrt hat gottes unerforschlicher rat bestimmt dass die hand auf die ihr liebster ihr einen ring steckte als er ihr ein gewisses gelöbnis gab immer außerhalb des grabhügels bleiben sollte ihr wisst vielleicht wen es trifft dies gelöbnis zu halten 5 in einem elenden dörfchen das an der landstraße liegt die nach gumara führt sah ich vor nicht langer zeit den ort wo des grafen seltsame hochzeit stattgefunden haben soll wie man erzählt ist dieser an margrets armseligem grabhügel niedergekniet hat ihre hand in die seine gelegt und ein vom papst eigens dazu ermächtigter priester hat der schauerlichen verbindung den segen erteilt hierauf soll die tote hand ins grab zurückgesunken sein und das wunder sich nicht wieder gezeigt haben im schatten einiger alten mächtigen bäume ist ein stückchen rasen das sich in jedem frühjahr von selbst mit kleinen blumen bedeckt die leute aus der umgegend sagen dort lege margret begraben ende von teil 16 gelesen von hukuspokus teil 17 von von teufeln geistern und dämonen von gustavo adolfo becker diese libri box aufnahme ist in der public domain das goldene armband 1 sie war schön so schön daß man schwindelig wurde wenn man sie ansah ihre schönheit war nicht von jener art wie wir uns die engel vorstellen dennoch hatte sie etwas übernatürliches etwas faszinierendes jenen zauber mit dem der teufel vielleicht dieses oder jene geschöpf ausstattet um es auf erden zu seinem werkzeug zu machen er liebte sie liebte sie mit jener liebe die nicht zügel noch grenzen kennt mit einer liebe die höchste wonne verheißt und mit folterqualen belohnt wird die glückseligkeit dünkt vom himmel jedoch zur tilgung einer schuld dem liebenden eingeflößt worden ist sie war launisch launisch und überspannt wie alle frauen auf erden er war abergläubisch abergläubisch und tapfer wie alle männer seiner zeit sie hieß maria antunes er peter alphons von orellana beide waren toledaner und beide lebten in der stadt ihrer geburt weitere einzelheiten über diese beiden personen sind uns nicht überliefert worden denn die wunderbare geschichte die von ihnen handelt hat sich schon vor vielen jahren zugetragen ich als wahrheitsliebender chronist werde auch nicht ein einziges wort zwecks besserer charakteristik hinzudichten 2 er fand sie eines tages in tränen und fragte sie warum weinst du sie trocknete ihre augen sah ihn starr an und seufzte und dann brach sie von neuem in tränen aus da trat peter an sie heran und ergriff ihre hand er stützte sich mit dem ellenbogen auf das maurische geländer von wo aus maria auf den fluss hinab sah und fragte noch einmal warum weinst du tief unter ihnen wand sich brausend der tayo durch die schlucht die felsen umspülend auf denen die königliche stadt sich erhebt hinter den nahen bergen untertauchte die sonne der abendnebel wogte auf und ab wie ein schleier aus blauem flor und nur das eintönige rauschen des windes unterbrach die tiefe stille frage mich nicht warum ich weine rief maria frage mich nicht ich wüßte dir weder zu antworten noch würdest du mich verstehen es gibt wünsche im herzen einer frau so geheim und verborgen daß nur ein leiser seufzer sie verrät so wahnwitzige gedanken schießen uns durch den kopf daß die lippen nicht wagen sie auszusprechen ganz unbegreifliche erscheinungen erzeugnisse unserer rätselhaften natur von der ein mann sich nicht die leiseste vorstellung machen kann also ich bitte dich frage mich nicht nach dem grund meines weinens wenn ich ihn dir mitteilte du würdest mich doch nur auslachen nach diesen worten senkte sie wieder den kopf er aber wiederholte seine bitten und fragen endlich brach die schöne ihr beharrliches schweigen und sagte mit dumpfer stockender stimme zu ihrem liebsten gut wenn du es durchaus willst es ist etwas so wahnwitziges daß du über mich lachen wirst aber es soll mir gleich sein ich werde es dir sagen weil du es wissen willst gestern war ich in der kathedrale zum fest der heiligen jungfrau ihr standbild auf einem goldenen sockel über dem hochaltar strahlend in einem flammenmeer von tausend kerzen die klänge der orgel brausten wieder hallend im ganzen raum der kirche und auf dem chor stimmten die priester das salve regina an ich betete und betete ganz versunken in fromme gedanken mechanisch hob ich dabei den kopf und blickte nach dem altar ich weiß nicht wie es kam daß meine augen sofort an dem bild hängen blieben nein das ist nicht richtig an dem bild nicht an einem gegenstand den ich vorher gar nicht bemerkt hatte einem gegenstand der von nun an ohne daß ich es mir erklären konnte meine ganze aufmerksamkeit auf sich lenkte lach nicht dieser gegenstand war das goldene armband das die gottes mutter an dem arm trägt in welchem ihr göttlicher sohn ruht ich zwang mich fortzusehen und wieder zu beten unmöglich unwillkürlich kehrten meine augen immer wieder zu dem armband zurück in den tausend facetten seiner diamanten spiegelten sich die altarkerzen was sein märchenhaftes glitzern erzeugte millionen roter und blauer grüner und gelber lichtfunken tanzten um die steine wie ein wirbel von feueratomen wie ein sinnverwirrender reigen von flammengeistern faszinierend mit ihrem geflimmer und ihrer unglaublichen beweglichkeit ich verließ die kirche und ging nach hause aber der gedanke an das armband kam mir nicht aus dem sinn ich legte mich schlafen aber mich floh der schlummer die ganze nacht verfolgte mich jener gedanke endlich beim morgengrauen fielen mir die augen zu aber ist es zu glauben selbst im traum tauchte eine frauengestalt vor mir auf verschwand kam wieder eine brünette schöne frau die das goldene diamant besetzte kleinod trug eine frau ja denn es war nicht die heilige jungfrau die frau die ich anbete und vor der ich knie es war eine andere frau ein mädchen wie ich das mich ansah und höhnisch lächelte siehst du ihn schien es zu sagen mir den schmuck zeigend wie er glitzert sieht er nicht aus wie ein rei von sternen die einem sommernacht simmel entrissen sind siehst du ihn aber er gehört dir nicht und wird dir auch niemals niemals gehören wohl kannst du dir andere verschaffen schönere kostbarere noch wenn dies überhaupt möglich ist aber diesen hier einen von so fantastischem berauschendem feuer einen solchen niemals ich wachte auf immer noch von einem gedanken gequält und auch jetzt noch sitzt wie ein glühender nagel mir dieser teuflische nicht zu verscheuchende gedanke im kopf zweifellos eingegeben von satanas selbst und du was sagst du dazu du schweigst und schweigst und schweigst und senkst die stirn lachst du denn nicht über meinen wahren witz peters hand krampfte sich um den knauf seines degens dann hob er den kopf und fragte dumpf welche madonna hat den schmuck die heilige jungfrau vom sakrament sagte maria leise die vom sakrament wiederholte der jüngling entsetzt die vom sakrament unserer kathedrale und seine züge wurden für einen augenblick der spiegel seines inneren das ein furchtbarer gedanke durchblitzen mußte ach warum hat ihn nicht eine andere madonna fuhr er in leidenschaftlicher erregung fort warum hat ihn nicht der arzbischof an seiner mitra der könig an seiner krone oder der teufel in seinen krallen für dich würde ich den schmuck rauben und sollte es mich gleich das leben und die ewige seligkeit kosten aber die heilige jungfrau vom sakrament unsere heilige schutzpatronin ich ich als geborener toledaner unmöglich unmöglich niemals wird er mein werden flüsterte maria fast unhörbar niemals und wieder begann sie zu weinen peter stierte stumpfsinnig hinab in das vorbeifließende wasser stierte hinab in den strom der unaufhaltsam an seinem irren blick vorüber schoss und sich krachend brach am fuß des steinernen erkers und der übrigen felsen die die alte königsstadt tragen 3 die kathedrale von toledo stellt euch einen wald von riesenhaften granitenen palmen vor deren ineinander verflochtene zweige ein gewaltiges prächtiges gewölbe bilden unter dem eine ganze welt erfundener und dem leben nachgebildeter geschöpfe haust und das ihnen vom genius verliehene leben lebt stellt euch ein unbegreifliches durcheinander von licht und schatten vor worin mit dem dunkel des schiffes die farbigen strahlen der fenster sich mischen und mengen womit der finsternis der kapellen der schein der lampen ringt und in ihr sich verliert stellt euch eine welt aus stein vor unbegrenzt wie der geist unserer religion selbst dunkel wie ihre überlieferung rätselhaft wie ihre geheimnisse aber selbst dann habt ihr noch nicht die fernste vorstellung von diesem dauernden denkmal der gläubigen begeisterung unserer vorfahren über das wetteifernde jahrhunderte den schatz ihres glaubens ihre eingebung ihre künste ausgestreut haben im schoße dieser kirche lebte das schweigen die hoheit die poesie der musik und die heiligen schauder der von ihrer schwelle die weltlichen gedanken und niedrigen leidenschaften der erde fern hält der geschwächte leib kräftigt sich in der reinen luft der berge der schwachgläubige geist findet heilung in der atmosphäre des glaubens aber so groß und überwältigend sich die kathedrale unseren augen darbietet wann auch immer man ihre geheimnisvollen heiligen räume betritt niemals ist der eindruck so stark als an den tagen wo die ganze pracht ihres religiösen prunkes entfaltet wird wo sich die tabernatel mit gold und geschmeide die altarstufen mit teppichen die pfeiler mit kostbaren stoffen bedecken wenn dann die tausend silbernen lampen brennen eine flut von licht ausstrahlend wenn weihrauchwolken die luft durchziehen wenn die stimmen des chores und die harmonien der orgel und das läuten der turmglocken das gebäude in seinem tiefsten grund mauern bis in die höchsten gleich zacken einer krone ragenden spitzen erschüttert dann erst fühlt und begreift man die unermeßliche majestät gottes die darin lebt mit seinem hauch es beseelend und es erfüllend mit dem abglanz seiner allmacht an dem tag wo sich die geschilderte szene zwischen maria und peter abspielte feierte man den letzten tag der glanzvollen octava der heiligen jungfrau das kirchenfest hatte eine ungeheure menge von gläubigen angezogen nun aber hatte sich diese schon nach allen richtungen zerstreut schon waren die lichter in den kapellen und am hochaltar ausgelöscht worden schon hatten sich die gewaltigen türen der kathedrale knarrend hinter dem letzten toledaner geschlossen als im dunklen kirchenraum ein mann auftauchte er war bleich bleich wie die grabfiguren auf die er sich einen augenblick stützte seine erregung zu meistern mit größter vorsicht schlich er sich weiter und näherte sich dem altar gitter im kreuzschiff hier ließ der schein einer lampe seine züge erkennen es war peter was war zwischen den beiden liebenden vorgegangen daß er sich schließlich doch noch entschlossen hatte einen gedanken ins werk zu setzen bei dessen bloßer vorstellung seine haare sich vor entsetzen gesträubt hatten das konnte niemand wissen jedenfalls war er da war da um seinen verbrecherischen vorsatz auszuführen in seinem flackernden blick in dem zittern seiner knie in dem schweiß der ihm in dicken tropfen von der stirnrand stand zu lesen was er vorhatte die kathedrale war einsam völlig einsam und in ein tiefes schweigen getaucht nur dann und wann vernahm man verworrene laute wohl knacken im holz oder raunen des windes oder wer weiß vielleicht nichts weiter als einbildungen der phantasie die wenn sie einmal erregt ist allerlei hört und sieht und fühlt was gar nicht da ist aber nein jetzt war es tatsache bald nahe bald fern bald hinter und bald neben sich hörte er etwas wie verhaltenes schluchzen wie rauschen von schleppenden gewändern wie das hallen von schritten die unaufhörlich kamen und gingen peter nahm sich zusammen und setzte seinen weg fort er erreichte das gitter und stieg die erste stufe zur hauptkapelle empor in dieser kapelle befinden sich die gräber der könige und ihre steinbilder rings an den wänden die hand am knauf ihres schwertes scheinen tag und nacht das heiligtum zu bewachen in dessen dunkel sie alle schon eine ewigkeit ruhen vorwärts murmelte er leise und versuchte weiter zu gehen und konnte nicht es war als wären seine füße mit dem estrich verwachsen er sah zu boden und seine haare sträubten sich vor entsetzen die fliesen der kapelle waren breite dunkle grabplatten für einen augenblick war ihm als wenn eine kalte fleischlose hand ihn mit unbezwinglicher gewalt an jener stelle festhielt die sterbenden lampen die im hintergrund der schiffe wie im dunklen verlorene sterne blinkten tanzten vor seinen augen und es tanzten die grabstatuen und altar bilder und es drehte sich um ihn die ganze kirche mit all ihren granittenen arkaden und ihren pfeilern aus quaderstein gefügt vorwärts rief peter wieder wie außer sich trat an den altar heran schwang sich auf ihn hinauf und kletterte bis zum sockel des muttergottes bildes empor alles rings um ihn war belebt mit grausigen chimären überall halbschatten und ungewisses licht schauriger noch als völlige finsternis nur die himmelskönigin von goldener ampel schwach erhellt schien gütig still und heiter zu lächeln inmitten all der schrecknisse bald aber flößte ihm dieses stumme unbewegliche lächeln das ihn im ersten augenblick beruhigt hatte neue furcht ein eine furcht tiefer und seltsamer noch als die er bisher gefühlt hatte aber wieder ermahnte er sich schloss die augen um nichts mehr zu sehen streckte mit rascher krampfartiger bewegung die hand aus und riss das goldene armband eines heiligen erzbischofs fromme gabe an sich das goldene armband dessen wert ein vermögen betrug nun war das kleinod in seinem besitz seine krampfhaften finger umklammerten es mit übernatürlicher kraft nun brauchte er nur noch zu fliehen mit dem kleinod zu fliehen aber dazu mußte er die augen auftun und peter bangte sich davor zu schauen das muttergottes bild zu schauen die teufelsgestalten an den karnisen die drachen an den kapitälen die langen schatten zu schauen und die lichtstrahlen die sich wie weiße gespenster von riesenhaftem wuchs umher bewegten mitten in den schiffen die von eigenartigen schrecklichen lauten widerhalten endlich öffnete er die augen blickte sich um und ein gellender schrei entrang sich seinen lippen die kathedrale war voller statuen voller statuen die in lange nie geschaute gewänder gekleidet aus ihren nischen herabgestiegen waren und den ganzen weiten raum der kirche einnahmen ihn mit ihren pupillenlosen augen anstarrend heilige und nonnen engel und teufel klosterbrüder und bürger krieger edelfrauen und pagen drängten sich in buntem reigen in den schiffen und vor dem altar ihm zu füßen zelebrierten die marmornen erzbischöfe die er sonst unbeweglich auf ihren ruhestätten hatte liegen sehen in gegenwart der auf ihren grabsteinen knieenden könige und gleichzeitig wimmelte wirr durcheinander wie die würmer in einem ungeheuren leichnam eine ganze granitene welt von grässlichen ungestalten schimerischen echsen kröten molchen und schlangen über die grabplatten hinkriechend an den pfeilern emporklimmend an den baldachinen sich festklammernd an den gewölben sich anhängend länger vermochte peter es nicht zu ertragen die schläfen pochten ihm ganz entsetzlich eine wolke von blut verdunkelte seinen blick noch einmal entrang sich ihm ein schrei ein zerreißender übermenschlicher schrei und ohnmächtig stürzte er auf den altar hinab am andern morgen fanden ihn die kirchendiener zu füßen des altars er hielt noch das goldene armband in der hand und rief wie er sie herankommen sah mit einer schneidenden lache jetzt ist es ihr eigen ihr eigen der unglückliche war wahnsinnig geworden ende von das goldene armband gelesen von rukuspokus teil 18 von von teufeln geistern und dämonen von gustavo adolfo becker diese librivox aufnahme ist in der public domain der kuss 1 als sich zu anfang des neunzehnten jahrhunderts ein teil des französischen heeres des altberühmten toledos bemächtigte belegten die fürsten zuerst nur die größten und besten gebäude der stadt mit truppen denn sie wußten wohl welcher gefahr sie sich in den spanischen städten aussetzten wenn sie sich auf bürgerquartiere zerstreuten nach besetzung der prächtigen königsburg karls des fünften bezog man das rathaus und als auch das keine soldaten mehr fassen konnte drang man in die zuflucht städten der geistlichen orden ein ja schließlich wurden sogar die kirchen dem gottesdienst geweihte städten in pferdeställe umgewandelt in solcher zwangslage befand sich die stadt als sich die begebenheit zutrug die hier erzählt werden soll eines abends zu ziemlich später stunde zogen etwa hundert dragoner in die stadt ein alles kerle jenes großen kräftigen übermütigen schlages von dem unsere großeltern uns noch immer mit bewunderung erzählen eingehüllt in ihre dunklen reitermäntel trabten sie durch die engen stillen gassen die vom sonnentor zum zokodowehrplatz führten und machten mit dem klirren ihrer waffen und dem lauten getrappel ihrer pferde deren hufe aus den steinen funken schlugen einen geradezu ohrenbetäubenden lärm der schwadronsführer ein noch ziemlich junger offizier ritt etwa hundert schritt seinen leuten voran leise mit jemand sprechend der zu fuß vor ihm her ging und seiner kleidung nach zu urteilen ebenfalls zum militär gehörte in der hand trug dieser eine kleine laterne die ihm wohl in dem gewirr der dunklen und krummen gassen die führung erleichtern sollte wahrhaftig sagte der berittene zu seinem begleiter wenn das quartier das man für uns bereithält so ist wie du es mir schilderst so wäre es ja beinahe ratsamer wir kampierten im freien oder mitten auf dem marktplatz augenscheinlich war der führer ein wachtmeister der mit quartier machen beauftragt war was wollen aber herr rittmeister dabei tun erwiderte er in die burg geht auch nicht ein weizenkorn mehr hinein und wie viel weniger ein mann von st johannes der könig ganz zu schweigen da gibt es klosterzellen in denen schon 15 husaren beisammen liegen das kloster zu dem ich herrn rittmeister führen werde ist kein schlechtes lokal aber vor drei oder vier tagen platzte uns da wie aus den wolken gefallen einer jener streiftruppen herein die das land durchziehen gott sei dank haben wir sie dazu gebracht sich in den kreuzgängen zusammen zu pferchen und uns die kirche zu überlassen der offizier schwieg eine weile er schien sich allmählich mit der eigenartigen behausung auszusöhnen die ihm der zufall beschert hatte also gut rief er besser etwas unbequemes als gar nichts und das ist auch schon etwas denn nach den dicken wolken zu urteilen ist nicht unwahrscheinlich dass es noch regen geben wird hiermit wurde das gespräch unterbrochen schweigend folgten die reiter dem führer bis sie schließlich auf einen kleinen platz kamen in schwarzen umrissen hob sich im hintergrunde das kloster ab mit seinem maurischen turm dem spitz zulaufenden glockenturm der gotischen kuppel und den dunklen ungleichen dachgiebeln dort ist das quartier sagte der quartiermeister als es deutlicher hervortrat zum rittmeister dieser ließ die truppe halb machen und saß ab er nahm dem führer die laterne aus der hand und ging auf das bezeichnete gebäude zu da die klosterkirche völlig ausgeräumt und verlassen war waren die soldaten die in den übrigen räumen des gebäudes hausten der meinung gewesen dass türen dort höchst überflüssig seien und hatten stück für stück und brett für brett herausgebrochen um damit feuer zu machen und sich des nachts zu wärmen unser offizier brauchte also weder einen schlüssel umzudrehen noch einen riegel zurückzuschieben um in das innere der kirche zu gelangen das schwache licht der kleinen laterne verlor sich im undurchdringlichen dunkel des kirchenschiffes und zeichnete an der mauer in riesengroßem maßstab den fantastischen schatten des voranschreitenden wachtmeisters ab bei ihrem schein durchforschte der offizier die kirche von einem ende zum anderen und leuchtete nacheinander all die leeren kapellen ab erst nachdem er sich mit den räumlichkeiten genügend vertraut gemacht hatte ließ er auch seine leute absitzen und bald tummelten sich roß und reiter durcheinander und an jeder machte es sich bequem so gut es ging wie gesagt die kirche war völlig ausgeräumt an dem oberen karnis am hochaltar hingen noch einige fetzen von dem vorhang mit dem die mönche ihn umhüllt hatten als sie den raum verließen in dem schiffe verstreut standen einige altartafeln an die mauern gelehnt die heiligen bilder jedoch waren aus den nischen entfernt ein lichtschein fiel auf das schnitzwerk des lerchenen kurgestühls seine umrisse eigenartig säumend der estrich ob schon an mehreren stellen zertrümmert zeigte noch große grabplatten mit insignien wappen und langen gotischen inschriften und hinten in den stillen kapellen auch längs des kreuzschiffes traten undeutlich gleich weißen regungslosen gespenstern steinerne gestalten aus dem dunkel hervor die ausgestreckt oder auf ihren marmornen särgen kniend die einzigen bewohner des verfallenen hauses zu sein schienen jedem anderen der weniger ermüdet gewesen wäre als der junge dragoner offizier ihn hatte ein ritt von vierzehn meilen die knochen schier gemahlen einem jeden der weniger gewohnt gewesen wäre entweihungen dieser art als die natürlichste sache von der welt anzusehen hätte zwei quäntchen einbildungskraft genügt um in dem dunklen unheimlichen raum während der ganzen nacht auch nicht ein auge zu schließen dazu das laute fluchen der soldaten die sich über das improvisierte nachtlager beklagten das klären ihrer sporen so oft diese mit den großen grabplatten des estrichs in berührung kamen das ungeduldige stampfen und kopfschütteln der pferde das gerassel der kette mit denen sie an die pfeiler geschirrt waren das alles zusammen bildete ein eigenartiges furchterregendes geräusch das durch den ganzen raum der kirche klang und in den hohen gewölben wiederhallend mit jedem mal verwirrender wurde unser held war trotz seiner jugend mit solchen wechselfällen des soldatenleben so vertraut dass er gleich nachdem er seine leute untergebracht hatte sich einen futtersack bringen und ihn am fuß der treppe zum presbyterium hinlegen ließ darauf hüllte er sich so gut es ging in seinen mantel bettete den kopf auf die unterste stufe und schon nach fünf minuten schnarchte er mit größerer ruhe als könig joseph in seinem schlosse zu madrid die soldaten folgten seinem beispiel und machten sich kopfkissen aus dem sattelzeug und es dauerte nicht lange so war auch ihr reden und schwatzen verstummt eine halbe stunde später vernahm man nur das leise seufzen des windes der durch die zerbrochenen fensterscheiben in die kirche drang das aufgeschreckte flattern der fledermäuse die ihre nester unter dem steinernen baldachin der statuen an den wänden hatten und den stets wiederkehrenden schritt des wachpostens der in seinen weiten faltigen mantel gehüllt vor dem portal auf und ab ging in der zeit in welcher sich diese ebenso wahre wie außergewöhnliche begebenheit zugetragen hat war es nicht anders als heute für den der die kunstschätze welche die mauern toledos umschließen nicht zu würdigen verstand war die stadt nichts weiter als ein altes zerfallenes rumpeliges widerwärtiges nest nach den vandalischen heldentaten zu urteilen mit denen sich das französische heer in der stadt ein trauriges unvergängliches denkmal gesetzt hat waren seine offiziere alles andere als kunstliebend und altertumskundig und es braucht wohl nicht erst gesagt zu werden dass sie in der altehrwürdigen königsstadt sich ganz prächtig langweilten in solcher gemüts verfassung wurde auch die unbedeutendste neuigkeit welche die ruhe und eintönigkeit ihrer ewig gleichen tage unterbrach von den müßigen marsjüngern dankbar begrüßt gleichgültig ob es sich um die etatmäßige beförderung eines ihrer kameraden handelte um die nachricht von den strategischen bewegungen irgendeiner streifkolonie um die abreise eines geheim kuriers oder die ankunft irgendeines truppenteils in der stadt alles wurde zu einem fruchtbaren thema der unterhaltung und blieb so lange gegenstand ausführlicher erörterungen bis ein anderes ereignis es ablöste und anlass zu neuen ermessungen und vermutungen abgab die offiziere pflegten täglich auf dem zucodovea platz zusammenzukommen um ein weilchen in der sonne zu sitzen und zu plaudern wie nicht anders zu erwarten war am tage nach der ankunft der dragoner von nichts anderem die rede als eben von diesen und ihrem führer der sich inzwischen die nötige ruhe gegönnt und sich von den strapazen des ritz ausgeschlafen hatte wohl eine stunde schon drehte sich das gespräch um diesen gegenstand schon fing man an das ausbleiben des neu angekommenen der von einem der anwesenden einem früheren schulkameraden von ihm zum zucodovea bestellt war in verschiedener weise zu deuten als man schließlich in einer der gassen die in den platz münden des tapferen rittmeisters ansichtig wurde den weiten soldatenmantel hatte er abgelegt er trug einen großen blanken helm mit weißem federbusch einen türkisfarbenen waffenrock mit roten aufschlägen und einen prachtvollen reitersäbel mit stählerner scheide der nachschleifend den schall seiner militärischen schritte und des klirren seiner goldenen sporen im takt begleitete kaum hatte sein kamerad ihn bemerkt als er auch schon aufsprang und ihm entgegen eilte fast alle anderen die sich gerade bei der gruppe befanden taten ein gleiches denn alles was sie über das eigenartige und sonderbare wesen jenes mannes gehört hatten hatte sie neugierig gemacht und in ihnen den wunsch geweckt ihn kennen zu lernen man umarmte sich in der üblichen überaus herzlichen weise schreiend fragend sich beglückwünschend wie es sich nun einmal bei solchem zusammentreffen gehört lang und breit wurde der neueste klatsch in madrid durch gehechelt das wechselnde kriegsglück besprochen der gefallenen oder fernen freunde gedacht aus einem gespräch kam man ins andere und schließlich blieb man bei dem einen unerlässlichen thema stehen nämlich den unannehmlichkeiten des dienstes dem gänzlichen mangel an zerstreuungen in der stadt und den elenden quartieren bei dieser gelegenheit fragte einer der anwesenden dem es augenscheinlich schon hinterbracht worden war wie ungern sich der junge offizier dazu verstanden hatte seine leute in der verwahrlosten kirche unterzubringen diesen mit spöttischem lächeln da wir doch gerade vom quartier sprechen wie haben sie denn in ihrem die nacht verbracht oh da ist allerhand los gewesen entgegnete der gefragte ich muss zwar gestehen viel geschlafen habe ich nicht aber die ursache meiner schlaflosigkeit war des wachens schon wert denn eine schlaflose nacht neben einer schönen frau ist sicher nicht das schlimmste von allen übeln neben einer frau wiederholte der andere höchst erstaunt über das fabelhafte glück des jüngst gekommenen das ist ja gerade wie wenn sich ein blinder ins himmelreich verirrt es wird wohl eine alte liebe aus der residenz sein die ihm die verbannung hier in toledo etwas erträglicher gestalten soll meinte ein anderer aus dem kreise oh nein sagte der rittmeister nichts dergleichen mein ehrenwort ich habe sie vorher nicht gekannt und hatte auch nicht geglaubt in einem so misslichen quartier eine so schöne wirtin zu finden alles in allem ist es ein regelrechtes abenteuer zu nennen erzählen erzählen riefen einstimmig alle offiziere den rittmeister umdrängend dieser zeigte sich auch nicht abgeneigt und begann die erzählung unter der größten aufmerksamkeit aller anwesenden ungefähr folgendermaßen ich schlief in der nacht wie man schläft wenn man einen weg von 14 meilen in den knochen spürt plötzlich riss mich ein fürchterlicher lärm aus dem besten schlummer ich richtete mich auf stützte mich auf die ellenbogen es war ein solcher radau dass ich im ersten augenblick völlig taub war noch eine minute lang summte es mir in den ohren als wenn mir ein brummer um den kopf herum flöge na sie können sich schon denken was mich aufgeschreckt hat es war der erste schlag den ich von der verteufelt großen glocke vernahm so eine art bronzenem vorsänger den sich die pfaffen von toledo in ihrem dom aufgehängt haben in der löblichen absicht alle ruhe bedürftigen tod zu ärgern ich schimpfte durch die zähne auf die glocken und auf den kerl der sie läuterte und legte mich als endlich der ungewohnte tolle lärm vorüber war wieder hin um möglichst an der stelle weiter zu träumen wo ich vorhin unterbrochen worden war da aber kam mir eine geradezu fabelhafte sache zu gesicht dass ich mich maßlos erregte bei dem fahlen licht des mondes der durch das schmale maurische bogenfenster in die kirche schien sah ich an der hauptkapelle vor dem altar eine frau knien die offiziere sahen überrascht und zweifelnd einander an der rittmeister aber wartete die wirkung seiner erzählung gar nicht ab sondern fuhr fort sie können sich meine herren nichts vorstellen was dieser fantastischen nächtlichen erscheinung auch nur entfernt gleich käme in der halbdunklen kapelle hob sie sich nur undeutlich ab wie eines von jenen farbigen madonnen bildern mit denen die fenster bemalt sind sie haben es wohl alle schon einmal gesehen wie diese in der ferne hell und leuchtend aus der dunklen kirchenmauer hervortreten es war als ob das höchst schön geflechte antlitz dieser frau schmal geworden wäre unter dem stempel der vergeistigung in ihren schönen zügen stand leise liebliche wehmut sie war bleich und die reinen einfachen linien ihrer schlanken gestalt ihre maßvolle edle haltung ihr weißes fließendes gewand das alles erinnerte mich an die frauen von denen ich einst als kind geträumt hatte oh diese keusche himmlische gestalt diese erträumten bilder der schwärmerischen jugend ich glaubte an eine sinnestäuschung nicht einen augenblick wandte ich die augen nicht einmal zu atmen wagte ich aus furcht durch einen hauch den zauber zu zerstören die frau verharrte regungslos und wie ich sie vor mir sah so hell und leuchtend kam es mir in den sinn daß es kein irdisches wesen sein könne daß es vielleicht ein geist sei ein geist der für einen augenblick menschliche gestalt angenommen habe der herabgestiegen sei auf dem monden strahl jene bläuliche lichtspur in der luft nach sich ziehend die von dem hohen bogenfenster bis zum fuß der gegenüberliegenden mauer hinabreichte und die finsternis jenes düsteren geheimnisvollen raumes zerteilte sein alter schulkamerad der die geschichte anfangs recht scherzhaft gefunden schließlich aber doch aufmerksam zugehört hatte unterbrach ihn aber wie kam denn die frau dahin hast du nicht zu ihr gesagt hat sie dir keine erklärung für ihre anwesenheit an jenem ort gegeben ich konnte mich nicht entschließen mit ihr zu sprechen ich wußte im voraus daß sie mir nicht antworten würde mich weder sehen noch hören war sie denn taub war sie blind war sie stumm riefen gleichzeitig drei oder vier zuhörer der rittmeister schwieg eine weile ja sie war alles zugleich sie war nämlich aus marmor bei dieser überraschenden lösung des seltsamen abenteuers brach die gesellschaft in schallendes gelächter aus nur der erzähler der eigentümlichen geschichte bewahrte als einziger seine ruhe und seinen ernst ihnen kann geholfen werden sagte einer zu ihm von dieser sorte habe ich mehr als tausend einen ganzen harem voll in st johannes der könige dieser harem steht von heute ab zu ihrer verfügung ihnen scheint ja an einer frau aus stein ebenso viel gelegen zu sein wie an einer aus fleisch und blut oh nein erwiderte der rittmeister ohne sich im geringsten über das gelächter seiner kameraden zu ärgern ich bin sicher daß ihre frauen anders sind als die meine meine ist eine wirkliche kastilische edelfrau ein wunder der bildhauer kunst weckte die vorstellung sie sei nicht in die gruft gesenkt sondern sie knie noch immer lebendigen leibes auf der krabplatte unbeweglich mit betend gefalteten händen ekstatisch versunken in mystischer liebe du drückst dich auf eine weise aus als wolltest du uns schließlich noch an die sage von galatea glauben machen ich bekenne dass sich diese sage bisher immer für einen unsinn hielt aber seit heute nacht finde ich die leidenschaftliche liebe des griechischen bildhauers begreiflich in anbetracht der besonderen beschaffenheit deiner neuen herzensdame denke ich wird es dir nicht unangenehm sein sie uns vorzustellen was mich anbelangt so versichere ich dir ich sterbe vor ungeduld das wunderwerk zu sehen aber zum teufel was ist dir denn man könnte glauben du wolltest dich um das vorstellen herumdrücken das wäre ja hübsch wenn du schon auf uns eifersüchtig wärst eifersüchtig beeilte sich der rittmeister zu sagen eifersüchtig auf menschen nein aber sehen sie meine herren wie weit meine wunderlichkeit schon reicht neben der krabfigur dieser frau kniet ein ritter gleichfalls aus marmor und ebenso ernst und lebenswar wie sie zweifellos ihr gatte kurz und gut ich will ihnen alles sagen sie mögen sich getrost über meine blödigkeit lustig machen wenn ich nicht fürchten müsste als verrückter angesehen zu werden ich glaube ich hätte ihn schon hundertmal in stücke gehauen mit einem neuen und noch lauteren gelächter begrüßten die offiziere dies geständnis des wunderlichen liebhabers der steinernen frau nichts zu machen jetzt wollen wir sie gerade sehen sagten die einen versteht sich wir müssen doch wissen ob das ding einer so tiefen leidenschaft würdig ist pflichteten die anderen bei also wann treffen wir uns zur besichtigung ihrer kirchlichen behausung riefen die übrigen nur einen augenblick hatte aufblitzende eifersucht die gewohnte liebenswürdigkeit des jungen rittmeisters verscheuchen können wann es ihnen am besten passt versetzte er wenn sie wollen noch heute abend übrigens in meinem gepäck habe ich ein paar dutzend flaschen champagner mitgebracht wirklich in champagner sie sind von einem geschenk übrig geblieben das man unserem brigadegeneral gemacht hat einem verwandten von mir wie sie ja wissen bravo bravo riefen die offiziere einstimmig in freuden geschrei ausbrechend wir werden wein aus der heimat trinken und ein lied von rosa singen und von schönen frauen reden vor allem natürlich von der herzdame unseres gastgebers also auf heute abend auf heute abend drei die friedlichen bürger toledos hatten schon längst die schweren altertümlichen türen mit schloss und riegel zugesperrt die glocke der kathedrale rief mahnend zur ruhe und von der höhe der in eine kaserne verwandelten burg halten die letzten trompeten klänge des zapfenstreichs auf dem zucco du wehrplatz hatten sich nach und nach zehn offiziere eingefunden sie schlugen den weg zu dem kloster ein in welchem der rittmeister sein quartier hatte alle beseelt von dem wunsche die wunderbare statue kennen zu lernen mehr wohl noch von der aussicht die versprochenen flaschen zu leeren beängstigend düster war die nacht hereingebrochen der himmel hatte sich mit bleifarbenen wolken bedeckt in den engen krummen gassen hatte der wind sich heulend gefangen das schwache licht vor den heiligen bildern flackerte wie im erlöschen und die eisernen wetterfahnen drehten sich mit schrillem kreischen kaum waren die offiziere auf dem platz aufgetaucht an dem das quartier ihres neuen freundes lag als dieser ihnen auch schon entgegentrat er hatte ungeduldig auf sie gewartet und nachdem sie miteinander einige halblaute worte gewechselt hatten traten alle in die kirche in den dunklen hallen kämpfte das spärliche licht einer laterne mühsam gegen undurchdringliche finsternis potzsacker lott rief einer der gäste sich umschauend einen laden der sich schlechter zum feste feiern eignet gibt's auf der ganzen welt nicht wahrhaftig sagte ein anderer du lockst uns her um uns mit einer schönen frau bekannt zu machen und dabei kann man kaum die hand vor augen sehen und außerdem ist es hunde kalt hier es ist ja gerade als wenn wir in sibirien wären meinte ein dritter sich in seinen mantel hüllend geduld meine herren warf der gastgeber ein für alles wird schon gesorgt werden jeder bursche wandte er sich an einen seiner leute such mal ein bisschen holz zusammen und zünde uns in der hauptkapelle ein gehöriges feuer an der bursche kam dem befehl seines rittmeisters augenblicklich nach und machte sich daran im kurgestühl ein brett nach dem anderen loszubrechen nachdem er einen großen haufen holz zusammen hatte schichtete er es am fuß der treppe zum presbyterium auf nahm die laterne und veranstaltete ein autodafé es waren stücke darunter von reichstem schnitzwerk unter anderem sah man den stumpf einer gewundenen säule das bild eines heiligen abtes den torso einer frau den unförmigen kopf eines blätterumrangten greifen binnen wenigen minuten überflutete eine große helle die kirche ringsum her und kündete den offizieren daß die stunde gekommen sei wo das fest beginnen könne der rittmeister spielte in seinem quartier die rolle des gastgebers mit der gleichen förmlichkeit die er in seinem eigenen hause gezeigt haben würde er wandte sich zu seinen gästen mit den worten wenn es den herrn gefällig ist begeben wir uns jetzt in den speisesaal seine kameraden erwiderten die einladung mit einer komischen verbeugung wobei sie sich des größten ernstes befleißigten der held des festes übernahm die führung und so begab man sich zur hauptkapelle vor der untersten stufe blieb der rittmeister stehen zeigte mit der hand in die richtung wo sich das grabmal befand und sagte mit vollendeter höflichkeit ich habe das vergnügen ihnen die dame meines herzens vorzustellen ich denke sie werden zugeben daß ich von ihrer schönheit nicht zu viel gesagt habe die offiziere wandten den blick auf die stelle die ihnen der freund bezeichnet hatte und unwillkürlich entfuhr allen lippen ein ausruf der bewunderung in der tiefe eines grabgewölbes aus schwarzem marmor sahen sie die skulptur einer frau wie sie in der tat niemals schöner aus den händen eines bildhauers hervorgegangen war mit gefalteten händen und das antlitz zum altar erhoben kniete sie vor einem betstuhl nicht die glühendste fantasie wäre imstande gewesen sie sich schöner und erhabener vorzustellen das ist ja ein wahrer engel rief einer der gäste schade daß sie aus marmor ist allerdings die bloße vorstellung sich in der nähe einer solchen frau zu befinden reicht hin um die ganze nacht kein auge zu schließen und wissen sie nicht wer sie ist fragten einige den rittmeister die statue näher betrachtend ich habe mich auf das bisschen latein besonnen das ich als junge einst wusste entgegnete dieser über seinen erfolg befriedigt lächelnd und mit mühe und not ist es mir gelungen die grabinschrift zu entziffern soviel ich daraus entnehmen konnte ist es die ruhestätte eines kastilischen edelmannes eines berühmten kriegers der unter dem großkonnetablen den feldzug mitgemacht hat seinen namen habe ich schon wieder vergessen aber seine gemahlin die sie hier vor sich sehen heißt elvira und ist eine geborene castaneda und bei meiner ehre wenn das bild dem originale gleicht muß sie die hervorragendste frau ihrer zeit gewesen sein nach diesen kurzen erläuterungen machten sich die gäste daran eine anzahl flaschen zu entkorken denn sie hatten keineswegs den hauptzweck ihres beisammenseins aus den augen gelassen und als man rings um das feuer platz genommen hatte begann der wein die runde zu machen je öfter und gehöriger dem getränk zugesprochen wurde und je mehr der geist des schäumenden champagnerweins in die köpfe stieg desto lauter und lebhafter wurde das toben und schreien der jungen leute die einen warfen den steinernen mönchen an den pfeilern die leeren flaschen an den kopf andere sangen aus voller kehle freche rauf und sauflieder und noch andere klatschten beifall und wollten sich schier krank lachen oder stritten sich über irgendwas unter wildestem lästern und fluchen der rittmeister trank in stummer verzweiflung und verwandte kein auge von dem bildnis donja elviras trunkenheit verschleierte schon seinen blick und es schien ihm bisweilen als ob das marmorbild vom roten schein des feuers umflutet sich in eine lebende frau verwandelt hätte es sah aus als öffne sie die lippen und spräche ein leises gebet als höbe von seufzern beengt sich ihr busen als krampften sich ihre gefalteten hände als verfärbten sich ihre wangen ja als triebe das gottlose und widerliche schauspiel ihr die schamröte ins gesicht als die offiziere endlich gewahr wurden dass ihr kamerad da saß und trübsal blies rissen sie ihn aus seiner versunkenheit und boten ihm einen frischen becher bloß bringen sie noch einmal ein hoch aus sie haben als einziger in der ganzen nacht noch keinen trinkspruch getan brüllte die ganze gesellschaft der junge offizier stand auf nahm den becher und hob ihn hoch empor und den blick auf die statu des neben donja elvira knienden ritters gerichtet sagte er ich trinke auf den kaiser ich trinke auf das glück seiner waffen denn ihnen verdanken wir es daß wir bis ins herz kastiliens gedrungen sind und der frau eines siegers von carignola an ihrem eigenen grabehof vieren können die anderen offiziere begrüßten den trinkspruch mit einem schallenden gelächter der rittmeister machte schwankend ein paar schritte auf das grad mal zu nein fuhr er fort mit dem blöden lächeln eines bezechten und immer zu der statu des ritters gewendet du brauchst nicht zu glauben dass ich dir irgendwie böse bin in dir etwa etwa eine nebenbuhler sehe im gegenteil ich bewundere dich für das muster eines geduldigen ehemanns bewundere dich wegen deiner vorbildlichen langmut und sanftheit ja und ich ich möchte dir gegenüber auch großmütig sein als alter soldat bist du sicher einem guten tropfen nicht abgeneigt man soll nicht sagen ich hätte dich verdursten lassen während wir hier vor deinen augen zwanzig flaschen ausgetrunken haben da nimm mit diesen worten hielt er ihm den becher an den mund so daß ihm der inhalt über die lippen floss den rest goss er ihm ins gesicht und als er sah wie der wein an dem steinernen bart des regungslosen ritters herab auf das grab tropfte schlug er ein dröhnendes lachen an rittmeister rief ihm da einer seiner kameraden zu um ihn zu hänseln nehmen sie sich in acht bedenken sie dass einem die späße mit solchen steinernen kerlen oft teuer zu stehen kommen sie wissen doch noch was den husaren vom fünften regiment im kloster von pomple geschehen ist die ritterbilder im kloster sollen eines nachts ihre steinernen schwerter in die hand genommen und denen gehörig eins versetzt haben die mit ihnen ihren spaß getrieben und ihnen mit kohle bärte anmalten die jungen leute nahmen diese schnurre mit lautem lachen auf der rittmeister aber kümmerte sich nicht um ihr gelächter und fuhr immer noch mit derselben idee beschäftigt fort ja glaubt ihr etwa ich würde ihm den wein gegeben haben wenn ich nicht gewusst hätte dass er wenigstens das wirklich hinunterschlucke was ihm in den mund gekommen ist oh nein ihr glaubt diese statuen seien nichts weiter als ein stück marmor auch heute noch leblos und unbeseelt wie damals als man es im steinbruch absprengte ich nicht ich glaube ganz bestimmt dass der künstler so ein halber gott ist und seinem werk lebendigen odem einbläst es gelingt ihm zwar nicht seiner schöpfung auch gehen und bewegung beizubringen aber er flößt ihr doch ein wunderbares unbegreifliches leben ein ich kann mir dies leben nicht recht erklären aber ich fühle daß es da ist zumal wenn ich ein wenig getrunken habe großartig schrien seine kameraden trink mehr und rede weiter der offizier trank darauf richtete er seinen blick auf das bildwerk donja elviras und fuhr in steigender erregung fort schaut sie an schaut sie euch doch an seht ihr nicht wie ihre zarten fast durchsichtigen wangen abwechselnd blass und rot werden sieht es nicht genauso aus als ob unter dieser feinen bläulich zarten alabasterhaut etwas lichtes rosenfarbenes pulse wollt ihr denn noch mehr leben wollt ihr noch mehr wirklichkeit aber ganz gewiss rief einer der zuhörer wir möchten dass sie aus fleisch und blut sei aus fleisch und blut erbärmliches fauliges zeug entgegnete der rittmeister ich habe in manch einer tollen liebesnacht kopf und lippen brennen gefühlt ich habe das feuer kennengelernt das wie glühende lava durch die adern fließt habe gefühlt wie die stickigen dämpfe des kraters den geist umnebeln und die sinne benehmen und scheußliche fratzen hervorzaubern dann haben die küsse solcher weiber aus fleisch und blut mich wie mit feurigen zangen versenkt wider willen entsetzen ja geradezu ekel stieg in mir auf und ich stieß sie von mir auch damals brauchte ich schon einen hauch frischer meeresluft für meine heiße stirn musste eiswasser trinken und schnee küssen schnee vom weichen licht übergossen schnee von sonnenstrahlen vergoldet eine frau ach so weiß so schön und kalt wie diese frau aus stein wie diese frau die mich reizt mit ihrer fantastischen schönheit die sich im takt der flackernden flammen zu wiegen scheint und mich herausfordert o wie sie die lippen halb öffnet und mir schätze an liebe verspricht o ja ein kuss nur ein kuss von dir vermag die glut zu mildern die mich verzehrt rittmeister riefen einige der offiziere als sie sahen dass er wie außer sich mit irrem blick und schwankendem schritt auf die statue zuging was für eine tollheit wollen sie begehen genug der scherze lassen sie die toten in frieden der junge offizier vernahm nicht einmal seiner freunde worte so gut er vermochte schwankte er in das grab heran und war der statue schon ganz nahe aber da im selben augenblick als er die arme ausstreckte gelte ein schrei des entsetzens durch die kirche aus augen mund und nase blutend fiel er wie ein gefällter baum und mit entstelltem gesicht am fuß des grabmals hin die offiziere standen in fassungslosem entsetzen und wagten nicht einen schritt zu tun und ihm beizuspringen sie hatten gesehen hatten gesehen wie im selben augenblick als ihr kamerad seine glühenden lippen auf donja elviras mund pressen wollte der unbewegliche ritter den arm hob und ihn mit einem furchtbaren schlag seiner steinernen hand zu boden streckte ende von der kuss ende von von teufeln geistern und dämonen von gustavo adolfo becker übersetzt von hans krüger welf gelesen von hukuspokus diesenAus aus 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 Vielen Dank.